Prologue Davis und Skorsky Raymond Davis hatte von Beginn an ein schlechtes Gefühl gehabt. Die Landung der Flotte auf dem Planeten Ketor, den die Oponi für die Edelsteinförderung benutzten, war ein Desaster gewesen. Admiral Gorak Mestray, einer der jüngeren Brüder Zurex, war zu unbedacht und fast gänzlich unvorbereitet in den ganzen Feldzug gestartet. Er hatte die Stärke und die Zahl der Cayman-Einheiten schlichtweg unterschätzt, und jetzt lag das Kommandoboot der Nyota als brennendes Wrack im dichten Dschungel einer der vielen Bergbauwelten während die Nyota selbst den Rückzug antreten musste und das System verlassen hatte. Die überlebenden Akkarte und die gut 200 menschlichen Gardisten des Admirals sammelten sich rings um das havarierte Schiff im Regenwald, von dessen Blättern und Zweigen die Wassertropfen des gerade vorübergezogenen Unwetters herabfielen. Mebelschwörden stiegen in der Schwüle nach faulendem, laubriechenden Luft hinauf in die Baumkronen. Die Sonne kam gerade wieder zum Vorschein, und in den Strahlen, die durch das Blätterdach stachen, sammelten sich schwärme summende Insekten. Die Sonnenstrahlen, die wie grelle Lichtlanzen herabstießen, hatten beinahe die Hitze von Brenngläsern, wo sie auf die Haut trafen. Davies hasste die Tropen. Mit Wüste konnte er zurechtkommen, aber das wechselnde, furchtwarme Klima von Regenwäldern raubte ihm fast den Verstand. Von allen Welten, auf denen man hätte abstürzen können, musste es ausgerechnet dieser schwitzende und dampfende Planet sein. Davies meldete sich bei einem der Akkarte-Offiziere ab, indem er vorgab, die Gegend erkunden zu wollen. In Wahrheit aber wollte er nur ein paar Augenblicke alleine sein, in denen er Gelegenheit hatte, die vergangenen Ereignisse ein wenig zu vergessen und aus dem allgemeinen Getümmel zu verschwinden. Er ging eine Weile durch den Urwald, bis das Lärm der Soldaten und das Knistern der Flammen kaum noch zu vernehmen waren. Davies zündete sich eine Zigarette an. Die Eigenkonstruktion eines Kameraden, der in einer bestimmten Blätterart einen ganz passablen Tabakersatz gefunden hatte und den er in einer Frachtkammer der Niota trocknete. Eine aufwendige Prozedur, die auch entsprechend kostete. Für zehn Stück davon hatte Davies mit einem Fingernagelgroßen Goldstück bezahlen müssen, das dem Wert eines Zehntels des Monatssolls entsprach. Er genoss daher jeden Zug, auch wenn er sich, der Umstände halber, das Rauchen eigentlich bereits abgewöhnt hatte. Während er die Minuten verstreichen ließ, beobachtete er seine Umgebung. Alles war still und machte den Eindruck, als hätte sich die gesamte Tierwelt verkrochen, um sich vor den Kämpfen in Sicherheit zu bringen, die in Kürze über den Regenwald hereinbrechen würden. Nur das Rauschen und Plätschern eines Baches war zu vernehmen, der sich über Steine und bemoeste Felsen durch sein gewundenes Bett dahinschlängelte. Davies nahm gerade den letzten Zug aus seiner Zigarette und warf den Stummel weg, als er eine Bewegung wahrnahm. Ein Käfer, dessen Leib die Ausmaße einer Männerfaust besaß, löste sich mit durchdringendem Brummen von der runzligen Rinde eines Baumes und flog heran. Er umkreiste Davies und fuhr ein-, zweimal wütend auf ihn herab. Davies konnte einen blau-schwarzen Stachel erkennen, der sich einige Zentimeter aus seinem Hinterleib schob. Gift tropfte von seiner Spitze herab und verströmte einen scharfen Geruch, der Davies an Ameisensäure erinnerte. Der Lufthauch seiner transparenten, vibrierenden Flügel war deutlich zu spüren, als er den Menschen attackierte und immer wieder an dessen Kopf vorüberflog. Davies wartete auf den richtigen Moment und schlug mit dem Gewehrkolben auf das Insekt ein. Er traf es, begleitet von einem harten Knall, als hätte er einen Stein im Flug abgefangen. Der Käfer fiel zu Boden, rührte sich aber noch und begann wieder mit den Flügeln zu schlagen. Doch bevor er sich abermals in die Luft erheben konnte, zermalmte ihn Davies mit dem Kolben seiner Waffe. Blut und Gift spritzten über die Pflanzen, die den Waldboden bedeckten. Eine Duftwolke stieg auf, die Davies in Augen und Nase brannte wie Giftgas. Er hustete, nahm einen Schluck aus der Feldflasche an seinem Gürtel und wusch sich das Gesicht mit dem Rest des Wassers. Glücklicherweise ließ das Brennen nach. Erleichterung machte sich breit, denn aus seiner Studienzeit im Amazonasgebiet kannte er das Gift wesentlich kleinerer Insekten, was nicht so einfach abzuwaschen war und erheblich stärkere Schmerzen verursachte. Er war froh darüber, dass es sich bei diesem Käfer wohl eher um einen Angeber gehandelt hatte. Verdammter Poser, knurrte Davies und wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht. Er konnte froh sein, dass er es hatte verhindern können, mit dem Stachel des Käfers Bekanntschaft zu machen. Dessen war er sich bewusst. Davies wandte sich ab und erkundete die Gegend um die Absturzstelle herum weiter. Wenn nur nicht diese verdammte Hitze wäre, die jeden Schritt zur Qual werden ließ. Sie legte sich wie eine schwere, alles erstickende Decke über den Wald. Schweiß ran Davies von der Stirn und brannte in seinen Augen. Er trat in einen Bach, der sich plätschernd durch die schwarze Erde wand, schöpfte das Wasser mit der Hand und spritzte es sich ins Gesicht. Er trank einen Schluck. Das half für einige Momente, die schwüle Hitze vergessen zu machen und reichte aus, um Davies mit neuer Kraft zu erfüllen. Er folgte dem Verlauf des Baches und schon nach wenigen Augenblicken lichtete sich der Wald. Bald stand Davies am Rande eines gewaltigen künstlichen Canyons, den die Fördereinheiten der Oponi in die Kruste des Planeten gegraben hatten. Eine riesige Wunde, die in der Haut des Planeten klaffte und sich bis zum Horizont erstreckte, wo sich die Konturen der Schlucht mit ihren zahllosen Terrassen im Dunst verloren. Er sah Qualm aus dem Tal aufsteigen und erkannte die Trümmer etlicher Fahrzeuge, die gerade in Flammen aufging. Nicht weit entfernt war ein Schiff der Oponi am Rand der gewaltigen Grube aufgeschlagen und in zwei Teile zerbrochen. Die Spitze hatte sich knapp über der Kante in den Urwald gebohrt und das Heck lag darunter, zerschmettert an der steilen Flanke des Canyons. Eine Cayman-Klinge senkte sich gerade aus dem Himmel herab und setzte neben dem Wrack auf. Davies konnte das Gewimmel der Schnüffler sehen, die sich bereits an den Steilwänden bewegten. Sie waren jedoch noch zu weit weg, als dass sie ihn hätten spüren können, aber das mochte sich in den nächsten Stunden ändern. Gewiss würden sie bald heranrücken, um nachzusehen, was es mit diesem neuen Akato-Schiff auf sich hatte, das vor wenigen Minuten erst abgestürzt war. Davies fragte sich, warum Gorak sich auf dieses Abenteuer eingelassen hatte, das ihn auf eine Welt führte, auf der die Oponi das Sagen hatten. Akato und Oponi waren sich zwar nicht feindlich gesonnen, doch für gewöhnlich mieden sie einander. Die Wesenszüge der beiden Rassen waren zu unterschiedlich, als dass sie ohne Schwierigkeiten miteinander umgehen konnten. Man respektierte sich augenscheinlich, belächelte jedoch die Lebensphilosophien der jeweils anderen Kultur. Naja, eigentlich traf diese Haltung der Akato auf alle Spezies zu, die Asgerun besiedelten. Die Akato hielten viel auf ihre Tradition, was sie in den Augen anderer überheblich erscheinen ließ. Tja, und womöglich tat man ihnen damit gar nicht mal so Unrecht. Die Akato waren Eigenbrötler, die mit Stolz auf andere herabblickten und keinen Hehl daraus machten, dass sie ihre Kultur in jeder Hinsicht als die Überlegene betrachteten. Warum also jetzt dieser Kontakt zu den Oponi? Diese Unternehmung auf Quito musste in materieller Hinsicht vielversprechend sein, denn Gorak war kein Idealist, der die Beziehung beider Völker zu verbessern suchte. Gewiss spielten die Diamanten, nach denen auf Quito gegraben wurde, eine entscheidende Rolle bei der ganzen Angelegenheit. Aber auch, was das anging, sorgten die Pferdeköpfe in der Regel dafür, dass sich Bürokraten aus ihren Reihen der Angelegenheit annahmen, anstatt der Krieger, die noch eine Spur überheblicher waren. Akato-Krieger würden sich niemals auf das Niveau von Händlern herablassen, die man unter den Akato als niedere Kaste betrachtete. Das nicht zuletzt, weil sie mit den anderen Völkern der Galaxis in engem Kontakt standen und sich für Kompromisse bereit zeigten. Während er grübelte, fiel Davis auf, dass der Boden um das Wrack des Oponi-Schiffes im Sonnenlicht glitzerte. Vermutlich handelte es sich um einen Frachter, der Diamanten geladen hatte, die in Asgerun als Rohstoff und als Währung gehandelt wurden. Auf der Erde konnte man schon für einen kleinen Edelstein aus Oponi-Produktion ganze Landstriche kaufen. Die Oponi besaßen nicht nur die wertvollsten Minen, sie verstanden sich auch hervorragend darauf, die Steine zu verarbeiten. Was für ein Jammer, was nun der Gegenwert eines ganzen Sonnensystems auf dem Boden des Canyons verstreut lag. Wie frisch gefallener Schnee glitzerten die Gämmen auf den Felsen und Steinen. Davis sah sich daraufhin noch einmal genauer um und bemerkte, dass auch der Waldboden mit unzähligen Diamantsplittern übersät war. Der Frachter musste vor seinem Aufschlag einen erheblichen Teil der Ladung verloren und über den Baumwipfeln verstreut haben. Davis bückte sich und sammelte viele der weißen Edelsteine auf. Er fand Geschliffene und Ungeschliffene. Die meisten waren kaum größer als Reiskörner, aber es gab auch einige, die die Größe von Kaffeebohnen oder Kirschen besaßen. Es konnte nicht schaden, ein paar davon mitzunehmen. Er blickte sich nach allen Seiten um, bevor er sie in eine Provianttasche an seinem Gürtel und in ein leeres, hölzernes Röhrchen steckte, in dem sich normalerweise Medikamente befanden. Ihm war nicht wohl, während er das tat. Denn selbst angesichts des Überflusses beanspruchten die Oponi und auch die Akator jeden einzelnen Stein, der verloren ging als ihr Eigentum und sei er auch noch so winzig. Davis kam sich gerade vor, als wäre er dabei, die Großbank von Dubai zu plündern. Er fühlte seinen beschleunigten Puls, der seine Halsschlagader pochen ließ, und wie sich die Schweißperlen auf seiner Stirn zu dicken Tropfen vereinigten, die ihm anschließend über Nase und Wangen liefen. Anschließend stopfte er ein Taschentuch in die Provianttasche, um ein verräterisches Rasseln der Steine in ihrem ledernen Behältnis zu verhindern. Wir sollten versuchen, die Brände zu löschen und dann das Wrack zu einer Festung ausbauen, sagte Pavel Skorsky, der Davis gefolgt war. Auch er beobachtete den Anflug der Cayman-Klinge, die jetzt ihre Landebeine in den Erdboden versenkte. Davis war zusammengezuckt, war aber schon dabei, sich wieder zu sammeln. »Äh, was meinst du, Skorsky? Das Wrack. Wir sollten versuchen, es zu retten,« wiederholte Skorsky. »Ach so, ja, ja, natürlich.« Skorsky sah seinen Freund verwundert an. Er schien noch nicht bemerkt zu haben, was da zu seinen Füßen lag, und Davis hielt es für besser, kein Wort darüber zu verlieren. Stattdessen spritzte er sich eine weitere Handvoll Wasser ins Gesicht und stand auf. Zusammen blickten sie in den Canyon hinab. Skorsky deutete mit dem Lauf seines Gewehrs in die Schlucht hinunter. »Da kommen unsere Freunde. Sind ja ziemlich viele.« Davis war noch immer damit beschäftigt, seine Gedanken zu ordnen. »Äh, Korrek wird doch genau das tun, oder?« »Das Schiff sichern.« Skorsky war mit dem Versuch beschäftigt, die genaue Zahl der herannahmenden Skalks zu ermitteln. »Äh, was meinst du?« »Das Wrack zu einer Festung ausbauen.« Skorsky spähte durch die Zieloptik seiner Waffe, um sich die Skalks näher in Augenschein hinzunehmen. »Nee, sieht nicht danach aus. Ich habe ihm zwar dazu geraten, aber er ist dagegen.« »Super. Und was hat er stattdessen vor?« »Es soll einen Oponi-Stützpunkt geben, etwa zehn, zwölf Kilometer entfernt. Aber wir haben keinen Kontakt. Schwer zu sagen, ob da überhaupt was ist.« antwortete Skorsky, schulterte sein Gewehr und deutete Waage in die Richtung, aus der er gekommen war. Davis richtete sich auf und stemmte die Fäuste in die Hüften. »Was wissen wir über diese Welt?« »Nur das, was wir bisher gesehen haben. Aber die Akato sagen, dass der Dschungel von Kito einen Namen hat,« sagte Skorsky. »Aja, und weiter?« Skorsky grinste in einer Mischung aus Belustigung und Furcht. »Das Oponi-Wort dafür ist U-Rei da Haru. Man kann es mit Seelenfresser übersetzen.« »Hah, klingt doch mal ganz spannend. An unseren dunklen Seelen wird sich der U-Rei-Dingster eine gründliche Magenverstimmung einhandeln,« antwortete Davis mit bemühter Heiterkeit. Dann fügte er an. »Was meinst du, Skorsky? Sollen wir versuchen, Gorek umzustimmen?« »Ach was, der hört doch eh nicht auf das, was wir sagen.« »Obwohl, naja, ich glaube, er hält inzwischen große Stücke auf uns. In den letzten Monaten haben wir uns doch mehr als bewährt. Und die neuen Rekruten, die wir ihm gebracht haben, die haben sich ja allesamt als hervorragend erwiesen.« Nach diesen Worten rieb Skorsky sich nachdenklich das Kinn. »Ja, das haben sie. Und deswegen will ich sie auch nicht gleich wieder verlieren. Nicht wegen einer sinnlosen Wanderung durch unbekanntes Gebiet, in dem wir Horden von Skirks begegnen könnten. Wir müssen eine Stellung ausbauen und auf Hilfe warten, auch wenn das weniger spannend klingt als ein Gewaltmarsch durch diesen Todesdschungel,« entgegnete Davis scharf. Skorsky stemmte die Fäuste in die Hüften. »Tja, wenn dir das wirklich so wichtig ist, dann rede doch mit Georg und bekehr ihn. Das wäre deine Pflicht.« »Deine Mission zum Wohle unserer Schützlinge,« fügte er pathetisch hinzu. »Unsere Brüder und Schwestern von der Erde wären schließlich nicht hier. Hättest du sie nicht eingeladen, oder?« Es störte Davis ein wenig, dass Skorsky versuchte, sich mit diesen Worten aus der Affäre zu ziehen, und es ging ihm das Ganze nichts an. Aber er wollte jetzt keinen Streit darüber entfachen. Sein Freund hatte recht. Er sollte sich endlich auf die Hinterbeine stellen und Gorek die Stirn bieten. Die Fehlschläge des Akkatu häuften sich, und inzwischen wurde sein Vater Hulenmestre aufmerksam. Bereits mehrmals waren Abgesandte des Fürstenhofes eingetroffen, um sich nach den Aktivitäten Goreks und den Fortgang seiner Eroberungen zu erkundigen. Nach einem verbalen Ausfall des Fürstensohnes waren sie sehr missmutig abgezogen und hatten keinen Zweifel daran gelassen, dass sein Vater sehr enttäuscht sein würde. Zu Goreks Glück war Hulenmestre gerade sehr an der Erde und deren Bewohnern interessiert und verwendete daher nur wenig Zeit darauf, das Tun seiner Söhne zu hinterfragen. Ganz offensichtlich hatte der Besuch der Abgesandten auf Veranlassung der Verwalter stattgefunden, die zurzeit das Sagen im Palast auf Otrakhan hatten. Andernfalls hätte Gorek es nicht gewagt, ihnen derart rüde zu antworten. Die Abwesenheit ihres Vaters bot Gorek und seinem älteren Bruder Zurek genug Freiraum, um ihre Machtbereiche und ihren Einfluss zu vergrößern. Allerdings besaßen sie wohl nicht das strategische Geschick ihres Vaters und verschwendeten gerade mehr Ressourcen, als das Haus Mestray auf Dauer verkraften konnte. Davies und Skorsky hatten zum Schutz Goreks inzwischen gut 400 Menschen angeworben, die ihm als Gardisten und Leibwächter dienten. Ein Luxus, den sich nicht einmal der Fürst gönnte, der dies als Spleen betrachtete. Zumal die Menschen in seinen Augen nichts weiter als zerbrechliche Kreaturen waren, die in keinster Weise den Schutz ersetzen konnten, den eine Staffel gut trainierter Akato bot. Ein Argument, das gerade an Schlagkraft gewann, denn durch die Leichtfertigkeit des Fürstensohnes, der den Rang eines Admirals bekleidete, waren inzwischen enorme Verluste unter der Truppe zu beklagen. Jetzt gab es nur noch 63 menschliche Soldaten, die sich um die Sicherheit des Akato bemühten. Es durfte einfach nicht sein, dass dieser kleine Rest jetzt sinnlos geopfert wurde. Davies sagte, Du hast schon recht, Skorsky. Ich werde mit Gorek sprechen. Skorskys Erwiderung war scharf. Nicht sprechen. Überzeugen. Du musst ihn dazu kriegen, hier zu bleiben. Wir werden zwar nicht ewig durchhalten, aber doch sehr viel länger als bei dem Wahnsinn, den er vorhat. Und wir können auf diese Weise auch gut Schläge austeilen und unsere Haut zumindest teuer verkaufen, bevor die Cayman uns in Stücke reißen werden. Davies lächelte bitter. Ah, sieht ganz so aus, als wäre das hier unser Alamo. Und wenn schon, ich hab nicht vor, stillschweigend abzutreten. Dann schon lieber mit einem ordentlichen Knall. Gorek war sehr groß, selbst für Akato-Maßstäbe. Er überragte den größten seiner Artgenossen um gut einen Meter. An seiner grimmigen Mine, eingerahmt von einer rostroten Mähne, in die Gold und Edelsteine eingeflochten waren, war abzulesen, dass er nicht viel von Davies Vorschlag hielt. Er wollte sich nicht verschanzen und auf Rettung hoffen. Seiner Meinung nach war die Aussicht auf Hilfe durch die Oponi, die offenbar selbst schwer bedrängt wurden, mehr als gering. In Goreks Augen war es mutiger, durch den Dschungel zu marschieren und sich dem Feind offen zu stellen, wenn der es denn überhaupt wagte, sie anzugreifen. Schließlich gehörten seine Soldaten zu den besten Elite-Kämpfern, die das Haus Mestray aufbieten konnte. Davies wunderte sich über so viel Tollkühnheit. Im Gegensatz zu seinem Bruder Zurich war Gorek zurückhaltender, wenn auch nicht weniger anfällig für unüberlegte Spontanentscheidungen. Davies sagte, Ja, die Brände im Schiff sind weitgehend gelöscht. Wir könnten das Gelände um das Wrack vermienen und Verteidigungslinien bilden. Selbst wenn wir uns ins Schiff zurückziehen müssten, könnten wir dem Feind erhebliche Verluste beibringen. Wenn die Kamen aus dem Orbit zuschlagen, ist es sehr schnell vorbei mit uns, entgegnete Gorek. Anders als die meisten Akato sprach er menschliche Worte mit weniger Akzent aus und wusste gut, sie zu gebrauchen. Wie bei allen Pferdeköpfen rollte seine Stimme tief durch den Wald. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns mürbe gemacht und ausgehungert haben. Und dann sind wir erledigt. Natürlich hatte Gorek damit nicht ganz Unrecht. Aber die Wahl bestand nur zwischen zwei Übeln, von denen der Marsch durch den Urwald das Größere war. Davies konterte vorsichtig. Naja, wenn wir uns durch den Dschungel kämpfen, sind wir durch einen Orbitalangriff noch schneller erledigt. Das Schildsystem und die Abwehrbatterien des Kommandobootes sind noch einsatzfähig. Der Reaktor liefert weiter genügend Energie, um alle Systeme aktiv zu halten. Die Kamen werden es sich zweimal überlegen, ob sie es wagen sollen, uns zu beschießen. Wir können besser austeilen, als die für möglich halten. Natürlich war diese Einschätzung übertrieben. Die Schäden waren beträchtlich, auch wenn sie viel vom Schiff gerettet hatten. Unwillkürlich musste Davies an den Käfer denken, der ihn attackiert und versucht hatte, ihn mit seinem giftigen Stachel zu erwischen. Letztendlich hatte Davies ihn mit seinem Gewehrkolben zerschmettert und aus einer stinkenden Wolke, die ihm für einen Augenblick einen Würgereiz beschert hatte, war nichts weiter passiert. Gorek hatte wohl recht. Wenn keine Hilfe eintreffen würde, würde der Gewehrkolben aus dem Himmel herabfahren und sie alle zermalmen. Wir wissen nicht, wie die Situation sich entwickelt hat. Es kann sein, dass die Kamen keine Schiffe im Orbit etablieren konnten. Dann werden sie keine weiteren Einheiten absetzen, die uns Probleme bereiten könnten. Davies widersprach dem Akato-Fürsten. Ich habe eine ihrer Klingen gesehen. Sie ist gelandet. Ich gehe mal davon aus, dass sie das nur tun, wenn sie vom All aus nicht unter Feuer genommen werden können. Also haben die Käfer die Hoheit über den Orbit und sich entschieden zu landen und Bodentruppen einzusetzen. Sollten wir uns also durch den Dschungel bewegen, werden wir es mit Kriegern und Skirks zu tun bekommen und haben keine Sperrfelder, hinter denen wir uns verbergen könnten. Gorek ignorierte die Worte seines Gardisten. Der Stützpunkt der Oponi sah unbeschädigt aus und sollte die Besatzung noch dort sein, haben wir da bessere Möglichkeiten, als uns hier zu verkriechen und zu warten, was sie auf uns herabregnen lassen. Admiral, wir wissen doch überhaupt nichts über den Stützpunkt. Gorek machte einen Schritt auf den Menschen zu. Fürchten sie sich verschlungen und ungeziefer? Nein, aber die Oponi denken, dass dieser Wald größere Gefahren bergt als nur das. Ach, ich mache mir nichts aus Oponi-Märchen. Nichts als Übertreibungen, die den Anschein erwecken sollen, dass die Langohren mutige Kämpfer und Eroberer sind. Die Oponi, die Gorek abfällig als Langohren bezeichnete, waren ebenbürtige Kämpfer. Davis wusste, dass diese den Menschen sehr ähnliche Wesen äußerst verbissene Krieger waren. Sie mochten körperlich weniger stark sein als die Akator, aber das machten sie durch Klugheit und Geschicklichkeit mehr als Wett. Schön und gut, aber wenn wir dort niemanden antreffen, fuhr Davis fort, sind wir geliefert. Wir könnten nicht mal ein Signal an unsere Flotte senden und auf uns aufmerksam machen. Wir werden einen Sender mitnehmen und die Anlage dort als Verstärker benutzen. Und jetzt machen sie ihre Leute marschbereit. Wenn es dort überhaupt noch etwas gibt, das man als Verstärker benutzen kann, hätte Davis beinahe entgegnet. Doch für Gorek war die Debatte beendet und es war besser, ihn nicht zu sehr zu weizen. Davis kam Goreks Befehl nach, aber er konnte es nicht vermeiden, dass man ihm seinen Unmut ansah. Während die Akator und die Menschen allerlei Gerät aus der Niota bargen, um es auf dem Marsch mitzunehmen, beobachtete er den Wald. Er befahl seinen Leuten, sich nur mit dem Nötigsten zu versorgen und so viel Material wie möglich auf einen der achtbeinigen Transporter zu laden. Es war später Nachmittag, als sich der Himmel bewölkte und ein starker Regen einsetzte, der bis in die Nacht hinein andauerte. Der Tross aus Menschen und Akator war schon seit Stunden unterwegs und kämpfte sich durch das dichte Unterholz, während dicke, warme Tropfen auf die Soldaten herabfielen. Blitze flackerten über den Baumwipfeln und werfen bizarre Schatten in den Urwald. Das Krachen des Donners sowie das Rauschen des Wassers und des Windes vermischten sich zu einer unheilvollen Klangkulisse, in der es schwer war, herannahende Feinde auszumachen. Jedenfalls für die Akator. Ihnen fehlte der besondere Sinn der Menschen, die jetzt unruhig wurden. Auch Davis fühlte nun die Gegenwart der Cayman deutlich und konnte auch die Richtung bestimmen, aus der sich eine Herde nährte. Aber da war auch noch etwas anderes, das ihn beunruhigte, als ein Blitz die Umgebung erhellte. Davis konnte nicht genau sagen, was es war, das ihn stutzig machte. Er glaubte, es fehle etwas, das vor dem Aufflackern des Blitzes noch da gewesen war. »Bereit machen! Repetierwerfer abladen!«, bildte er einen Befehl in das Getöse des Unwetters hinein. Die Soldaten hoben ein schweres, auf einem Dreibein gelagertes Geschütz von der Gehmaschine und brachten es in Stellung. Es brauchte keinen weiteren Befehl, um den erfahrenen Kämpfern zu sagen, wohin sie die Zerstörungskraft der Waffe zu richten hatten und wann der beste Moment war, sie zu entfalten. Kaum war die Waffe ausgerichtet, klemmte sich eine Soldatin hinter das Visier und jagte eine Salve leuchtender Geschosse zwischen die Bäume. Im Licht der Explosion sah man die Körper der Skilks, die sich nicht länger versteckten und zwischen Fahnen und Bäumen herankamen. Viele wurden getroffen, in Fetzen gerissen oder stürzten verstümmelt zu Boden. Der Ansturm kam jedoch nur kurz ins Stocken. Erst als auch die anderen Soldaten aus ihren Gewehren das Feuer eröffneten, brachten sie die Angreifer zum Stehen. Etliche der Kreaturen flohen und die wenigen, die es wagten, ihre Attacke fortzusetzen, wurden niedergestreckt. Alles klar, Leute, und weiter geht's. Nicht, dass uns unsere pferdeköpfigen Freunde abhanden kommen, befahl Davis, und man verfrachtete das Geschütz zurück auf den Stelzer. Sie hatten sich nur eine kurze Strecke weiter bewegt, als ein Soldat, der einige Meter vor Davis marschierte, unvermittelt in die Höhe geschleudert wurde. Zuerst glaubte Davis, der Mann sei auf eine Mine getreten, aber es hatte keine Explosion gegeben. Keine Flammen, kein Knall. Einem weiteren Kameraden wieder fuhr das Gleiche, und erst jetzt sah Davis die Fangarme, die sich um die Körper der beiden wandten. Schüsse lösten sich aus den Waffen der unglücklichen Soldaten, während sie durch die Luft geschleudert und geschüttelt wurden. Skorsky brachte sein Gewehr in Anschlag und feuerte auf einen massigen Wurzelstock, der wie das Überbleibsel eines gefällten Baumes aussah, den die Truppe gerade passierte. Aus seinem gesplitterten Stumpf, der sich wie ein Maul öffnete, zuckten weitere Tentakel, die nach neuen Opfern tasteten, während die zwei unglücklichen Gardisten in seinem geöffneten Rachen verschwanden. Auch an der rechten Flanke des Trosses begann ein weiteres Monster, Menschen aus den Reihen der Soldaten zu fischen. Es erwischte auch ein Akator, der ebenfalls im Schlund des Monsters verschwand. Dann richtete sich das Ding auf wie eine Schlange und tastete mit hungrigen Tentakeln weiter. Eine Detonation warf Erde und Steine auf und ließ die Kreatur für einen Augenblick wanken. Davis löste eine Granate von seinem Gürtel und schleuderte sie dem Angreifer entgegen. Der Sprengkörper explodierte ohne viel Schaden anzurichten, aber es genügt, um das Wesen in den Wald zurückzutreiben. Auch sein Begleiter geriet nun unter heftigen Beschuss und verschwand wieder im Dunkel des Dschungels. »Lasst euch nicht abhängen!« schrie Davis und deutete zur Spitze der Kompanie, wo sich Gorek und der größte Teil seiner Artgenossen befanden. »Aufschließen! Los, wir müssen aufschließen!« In den Minuten während des Kampfes hatte die Hauptgruppe der Akator einen beträchtlichen Abstand zwischen sich und die Menschen gebracht. Offenbar besaßen sie so viel Vertrauen in die Kampfkraft ihrer menschlichen Kameraden, dass sie kein Problem damit hatten, ihnen das Kämpfen alleine zu überlassen. Es war nicht einfach, wieder zu den Pferdeköpfen aufzuschließen, die ein beträchtliches Tempo vorlegten. Einzig dem schwierigen Gelände war es zu verdanken, dass sie sich nicht schon längst über alle Berge davon gemacht hatten. Die Menschen hingegen folgten der Schneise aus niedergetrampeltem Gehölz, die die Akator durch den Wald geschlagen hatten. Auf diese Weise war es einigermaßen einfach, voranzukommen. Skorsky hatte nur eine Bemerkung für die Akator übrig. »Es scheint wohl so, als sollen wir unsere Köpfe hinhalten, während die versuchen, ihre ledrige Haut zu retten.« Davis musste ihm Recht geben. Ihr Verhalten war eigenartig. Eigentlich waren die Akator keine Feiglinge, die den Kampf scheuten. Im Gegenteil. Manchmal bereitete die kampflustige Truppe, die Gorek um sich geschart hatte, Probleme, weil sie sich ohne zu überlegen in jeden Tumult stürzte. »Ja, sieht ganz so aus«, murmelte Davis zornig. Unvermittelt erfüllte ein Zischen die Luft, das den Donner und das Rauschen des Regens für einen Moment übertönte. Irgendetwas flog in niedriger Höhe über die Baumwipfel hinweg. Das Bersten und Splittern von Holz war zu hören, dann gab es einen dumpfen Knall, und das unbekannte Objekt in den Waldboden einschlug. »Was zur Hölle«, fluchte Skorsky, wobei er sich Schweiß und Regenwasser aus dem Gesicht wischte. Auch die anderen Soldaten hielten einen Augenblick inne und horchten in die Richtung des Einschlages, aber nichts weiter geschah, das ihre Aufmerksamkeit verdient hätte. Blitze leuchteten über den Wipfeln auf und zeichneten bizarre Schatten auf den Waldboden. Im Moment machten jeder Busch und jeder Felsen den Eindruck, ein Monster zu sein. Donner krachte und rollte durch die Nacht. Eine Windböe heulte über die Wipfel und fällte einen Baum, der krachend zu Boden stürzte. »Weiter«, brüllte Davis gegen den Sturm an, der mit unverminderter Kraft die Baumkronen schüttelte und ab und an Blätter und Äste herabregnen ließ. Sie waren noch nicht sehr viel weiter marschiert, als sich der seltsame Vorgang noch einige Male wiederholte. Erneut erfüllten zischende Geräusche die Luft, gefolgt von dumpfen Einschlägen, mal in der Nähe, mal weiter entfernt. »Was in drei Teufelsnamen geht da vor? Ist das verdammte Artillerie?«, fluchte Skorsky. Davis bezweifelte das. »Nein, ich höre und sehe keine Explosion. Wäre ja eine schöne Reihe von Blindgängern, die da gerade auch untergeregnet ist. Dann vielleicht Meteoriten?« »Tja, entweder das oder die Trümmerteile von Schiffen, die aus dem Orbit stürzen.« Skorsky rieb sich skeptisch das Kinn. »Dann hoffen wir mal, dass uns nicht noch ein Schlachtschiff auf die Köpfe fällt.« Die Truppe bewegte sich weiter, dicht hinter den Akkato-Heer, die sich wie eine Herde urzeitlicher Monster durch das Dickicht kämpften. Endlich ließ der Sturm nach und etwas Ruhe kehrte ein. Allerdings glaubte Davis, dass sie seit einigen Minuten nicht mehr alleine unterwegs waren. Er fühlte sich beobachtet und meinte Geräusche zu hören, wie sie gewöhnlich von einer Shaw Cayman verursacht wurden. Immer wieder drehte er sich um, horchte und spähte in das Dunkel, aber es waren nur die Geräusche von Blättern, Zweigen und Regentropfen zu hören, die nach dem Unwetter durch das Geäst fielen. »Was ist los mit dir? Ich spüre nichts. Was machst du dir in den Kopf?« »Es sind keine Cayman oder Skalcs in der Nähe«, wollte Skorsky erfahren, den die Unruhe seines Freundes nervös machte. Eben das bereitete Davis Sorgen. Wenn es keine Cayman waren, wer machte es dann sein, der ihnen folgte? Oder waren seine Nerven so angespannt, dass er inzwischen Gespenster sah? Esther von Beek, die Schützin, die zuvor das schwere Gewehr bedient hatte, ließ sich etwas zurückfallen, bis sie mit David und Skorsky auf gleicher Höhe war, die zusammen mit einigen anderen weiterhin die Nachhut bildeten. »Wir haben Gäste. Da, zwischen den Bäumen«, sagte sie in einem verschwörerischen Tonfall und blickte besorgt ins Dunkel. »Ja, nur sind hier überall Bäume«, lachte Skorsky. »Ich meine, da. Haben Sie es gesehen?« Die junge Frau deutete auf eine Stelle, die zu ihrer linken Flanke lag. Ein moosbewachsener Felsen erhob sich dort, erhellt vom Flackerschein eines Blitzes. Ja, Davis hatte das Wesen bemerkt, das sich sofort in das Gestrüpp am Fuße des Felsens duckte. Es war nicht alleine. Davis glaubte, noch einige andere dieser Kreaturen erkannt zu haben, die sich zwischen den Bäumen versteckt hielten und sie anstarrten wie ein Rudel von Löwen, das im Dickicht lauerte. »Das, äh, das sind keine Kämen, die sind größer und haben eine dunklere Farbe«, meinte Skorsky, dem der Schrecken ins Gesicht geschrieben stand. »Eine spezielle Züchtung vielleicht?«, fragte Esther von Beek. »Unbirsch«, sagte Davis. »Waher soll ich das wissen? Gehen Sie wieder an die Spitze der Truppe und sagen Sie den Leuten, Sie müssen Ruhe bewahren. Niemand schießt, solange ich es nicht befehle.« »Kapiert?« »Kapiert«, bestätigte die junge Frau und machte sich auf den Weg. Skorsky prüfte den Energiestatus seines Gewehres. »Wir hätten uns schon längst angreifen können.« »Ja, das hätten sie«, stimmte Davis zu. »Wenn es gewöhnliche Schnüffler wären, würde es bereits einen weiteren Kampf gegeben haben.« Aus der Entfernung drang ein Brüllen an ihre Ohren, gefolgt von einem Fauchen, das in einem gequälten Schmerzenslot endete. »Hast du das gehört, Skorsky?« »Das war ein Kämen«, sagte Davis. Nickend gab Skorsky ihm recht. »Ja, und ab. Ob das irgendwelche einheimischen Kreaturen irgendwelche Viecher sind, die die Kämen angreifen?« »Seht wohl so aus. Aber wenn sie nur ihre Wir verteidigen, haben die uns bestimmt auch schon im Visier.« Er hat Davis Antwort. »Was meinst du, Davis? Ob die was mit den Meteoren zu tun haben, die vorhin runtergekracht sind?« »Dann meinst du, das waren keine Meteore, sondern Raumkapseln?« »Diese Monster sehen mir aber nicht so aus, als könnten sie Schiffe steuern.« »Na ja, es sah ja auch nicht so aus, als hätten sie da viel steuern müssen, oder?« Davis hielt die Vorstellung, jemand hätte die Monster mittels Raumkapseln im Dschungel abgeworfen, für absurd. »Wer sollte sowas denn machen, hm?« »Na ja, vielleicht haben die Kämen eine neue Strategie,« wagte Skorsky zum Mutmaßen. Davis hätte gerne widersprochen, aber er musste sich eingestehen, keine bessere Erklärung zu haben als sein Freund. Er dachte laut, ob es eine dritte Kriegspartei gibt, von der wir noch gar nichts wissen. Skorsky schien überfragt. »Äh, wer dem auch sei, die dürfen mich gern kennenlernen.« Doch in den nächsten Minuten geschah weiterhin nichts, das die Truppe zu einer gewaltsamen Reaktion gegen ihre Verfolger veranlasst hätte. Die Soldaten bahnten sich unbehelligt ihren Weg durch den Dschungel. Die seltsamen Wesen folgten, blieben jedoch auf Abstand. Aber jeder einzelne Soldat, ob nun Mensch oder Akato, wusste mittlerweile, dass sie Begleiter hatten, die keinen harmlosen Eindruck vermittelten. Davis beschloss, Gorek zu fragen, ob der Informationen über die fremden Wesen besaß und begann, sich durch die Reihen der Pferdeköpfe an deren Spitze zu arbeiten, als er die Präsenz von Skalks verspürte. Sie waren ganz nah. Auch seine Kameraden hatten die Gegenwart der Schnüffler bemerkt und entsicherten ihre Waffen. Abermals wurde das schwere Geschütz abgeladen und in Stellung gebracht. Esther van Beek schob ein neues Energiemagazin in die Waffe und wartete auf den Feuerbefehl. »Ah, wo sind denn unsere neuen Begleiter hin?«, wunderte sich Skorsky. Davis vermutete, dass sich die Kreaturen im Dickicht verborgen. Aber die Vegetation war in diesem Abschnitt des Waldes nicht so hoch und üppig, als dass sich die großen Wesen darin hätten verstecken können. Allem Anschein nach waren sie fort. Bis auf entferntes Donnergerollen hatte sich Stille im Dschungel ausgebreitet. Kein Laut war zu vernehmen, kein Wind, kein Blätterhauschen. Außer den bedrückenden Empfindungen, die die Nähe der Skalks in den Köpfen der Menschen auslöste, deutete nichts darauf hin, dass es gleich zu einem Kampf kommen konnte. Doch plötzlich durchbrachen Schrei und Ohrenbetäubendes Gebrüll die Ruhe. Zur gleichen Zeit verspürte Davis die Angst und die Panik der Skalks, als wären es seine eigenen Gefühle. Bilder von gefletschten Zähnen und scharfen Krallen schossen durch seinen Sinn. Es war schmerzhaft, mit welcher Intensität sie in seine Gedanken gestanzt wurden. Im Kampf gegen die Schnüffler geschah so etwas selten mit derartiger Wucht. Das dabei ausgeschüttete Adrenalin verhinderte, dass sich die Gedanken der Cayman zu sehr in den Neuronen der Menschen breit machen konnten. Davis begann sofort, sein Mantra aufzusagen, dass ihm in solchen Situationen die Gefühle und Eindrücke der Skalks aus dem Geist vertrieb. Der Wille ist die einzige Realität, flüsterte er und in Verbindung mit einigen kräftigen Atemzügen half ihm das, sich auf die reale Umgebung zu konzentrieren. Der Wille ist die einzige Realität. Inzwischen schwoll der Kampflamm weiter an und halte unheimlich durch den Wald. Schüsse, Gebrüll, Schreie, deren Echo zwischen den Bäumen hin und her geworfen wurde. Unvermittelt brach ein Skalk durch das Unterholz und fand sich inmitten der Gardisten wieder. Noch bevor er mit seinen Zähnen und Klauen Schaden anrichten konnte, wurde er von einem Geschosshagel in Stücke gerissen. Davis fühlte den Ansturm weiterer Skalks, die vor ihren neuen Gegnern flohen. »Feuer frei«, bellte er seinen Befehl hinaus und schoss auf den Ersten einer ganzen Herde von Schnüfflern, die gerade in einer Mischung aus wilder Panik und Angriffslust heranstürmte. Unzählige Kamen wurden von den Salven getroffen und getötet. Den fremdartigen Wesen war ihre Irritation beinahe anzusehen. Ihre Aktionen waren vage und unsicher. Noch ehe die Kamen sich auf eine sinnvolle Verteidigung einstellen konnten, hatte Ester Van Beek das Feuer eröffnet und etwa zehn Skalks niedergemacht. Als der letzte von ihnen getötet war und ihre Gedanken aus den Köpfen der Menschen verschwanden, senkte sich erneut Stille über die Nacht. Die Rauchschwaden verzogen sich und im Wetterleuchten des fernen Unwetters wurden jene großen Kreaturen sichtbar, die den Gardisten noch fremd waren und die nun zwischen den Bäumen hervortraten. Zum ersten Mal war es den Menschen möglich, sie genauer in Augenschein zu nehmen. Die Kreaturen wirkten größer und massiger als die Skalks. Ihre Körper schienen von blau-schwarzer Farbe, auch wenn das in der Dunkelheit nicht genau zu erkennen war. Zudem war ihre Haut von goldschimmernden Mustern überzogen, die zu leuchten begannen, wenn sich die Wesen bewegten. Wie auch bei den Schnüfflern hingen Arm- und Fingerdicke Tentakel in dichten Mähnen von ihren Köpfen, die sich wie Bündel von Schlangen wandten und ringelten. Was für ein Anblick, raunte Skorsky, der über den Lauf seines Gewehres auf die Kreaturen starrte und ebenso aufgewühlt war wie seine Kameraden. Davis hörte, wie sich die Akato wieder in Bewegung setzten, um endlich die Station der Oponi zu erreichen. Immerhin war damit das Geheimnis gelüftet. Für die Akato waren demnach die Monster nichts Ungewöhnliches und stellten wohl auch keine Gefahr dar. Weder für die Pferdeköpfe noch für ihre menschlichen Soldaten. Gleichmütig und ohne durch die Gegenwart dieser Kreaturen beunruhigt zu sein, marschierten sie los. Skorsky stellte Schlussfolgerungen an. Ah, wahrscheinlich eine neue Generation von Gardisten. Naja, jedenfalls wissen wir jetzt, wer die geschickt hat. Davis dachte weiter. Er war verärgert. Meinst du, also wenn sie das hinkriegen, dann könnten sie uns doch auch direkt wieder hier rausholen, oder nicht? Was spielt Gorrick für ein Spiel mit uns? Skorsky schulterte sein Gewehr. Ah ja, da fragst du mich zu viel. Aber weißt du was? Irgendwie habe ich Angst, dass wir arbeitslos werden. Jetzt, wo die Akato diese Viecher haben. Und dass wir wieder zurück müssen auf die verdammten Minenplaneten. Davis schnaubte nur verächtlich. Kapitel 1 Die Morgenröte kam herauf. Die ersten Sonnenstrahlen, die durch das Laub stachen, weckten unzählige Insekten, die in Schwärmen um die Köpfe der Soldaten summten. Nebelschwörden waberten durch die warme Luft. Schon jetzt fühlte sie sich unangenehm stickig und klebrig an. Als sie in der vergangenen Nacht durch den Dschungel gestolpert waren, hatte sich Davis herbeigesehnt, das Unwetter und der Regenguss würden endlich aufhören. Die unablässigen Schauer, die selbst das dichte Blätterdach des Urwaldes durchdrangen, hatten ihn bis auf die Knochen aufgeweicht. Aber Davis hatte ganz vergessen, wie unangenehm die brütende Hitze war, die sich nach einem so ergiebigen Regen unter dem Laubdach eines Urwaldes verbreitete. In der stehenden Luft fiel das Atmen schwer und der Puls begann in den Schläfen zu hämmern. Das ekelhafte Gefühl von feuchter Kleidung, die auf dem verschwitzten Körper klebte, raubte Raymond Davis schier den Verstand. In den Stiefeln stand das Wasser und machte schmatzende Geräusche, wenn er einen Fuß vor den anderen setzte. Davis beobachtete Gorek, der in der Mitte seiner Soldaten ging, ganz genau. Er fragte sich, was der Sohn des Akkato-Fürsten Hulan Mestray im Schilde führte. Seit der Begegnung mit den Ungeheuern, die den Skelk so mächtig eingeheizt hatten und die der Truppe seitdem hinterher schlichen, fühlte Davis sich von Gorek hintergangen. Ja, hintergangen. Das war zumindest das Salonfähigste von allen Worten, die Davis gerade durch den Kopf ging. Gorek besaß einen verschlagenen und unberechenbaren Charakter. Das war kein Geheimnis. Doch bisher richtete sich seine Tücke gegen seine Feinde und all jene, die an seiner Position rüttelten. Die Ereignisse der vergangenen Nacht stellten eine Zäsur dar, dessen war sich Davis sicher. Zu seiner Verärgerung über den Akkato gesellte sich jedoch auch das Gefühl von Gefahr, das er einfach nicht abschütteln konnte und von dem er nicht zu sagen vermochte, weshalb er es empfand. Die Sorge, wieder in die Minen geschickt zu werden, spielte dabei zwar eine Rolle, aber da war noch etwas anderes, das er nicht so einfach benennen konnte und das ihn noch mehr beschäftigte. Endlich hatte Davis es geschafft, an Gorek heranzukommen, der an der Spitze seiner Krieger ging. Was sind das für Ungeheuer? fragte er den Akkato gerade heraus. Gorek schien zunächst unwillig, die Frage des Menschen zu beantworten. Er tat zwar so, als hätte er Davis' Worte nicht vernommen, aber er lächelte vor sich hin, als hinge er einem Tagtraum nach oder würde sich über Davis amüsieren. Er sah aus wie jemand, der kurz davor war, die Pointe eines guten Witzes zu verkünden, ohne verbergen zu können, wie sehr sie ihn selbst belustigte. Ich habe vorher noch nie von solchen Kreaturen gehört und auch nicht davon, dass sie uns zur Seite stehen, fuhr Davis fort. Es gibt viele Geheimnisse in Askaroon und du und dein Freund. Ihr seid erst seit wenigen Jahren hier bei uns. Warum also denkst du, alles zu wissen, was es zu wissen gibt? antwortete Gorek kryptisch und ausweichend. Naja, das habe ich nie behauptet. Ich dachte nur, dass ich über all unsere Möglichkeiten im Kampf gegen die Cayman informiert wurde oder informiert werden sollte, wenn sich Veränderungen einstellen. Es war wohl ein Irrtum, wie mir scheint. Gorek ging nicht auf Davies' Worte ein. Doch der blieb hartnäckig und musste sich anstrengen, seine nächsten Worte nicht respektlos klingen zu lassen. Ich würde wirklich gerne wissen, woher sie kommen. Wer sind sie? Was sind sie? Was spielt das für eine Rolle? Wir sind hier und sie erfüllen ihren Zweck, das genügt. Gorek war noch nie gut darin gewesen, seine Verstimmung zu verbergen und untermalte seine Worte mit einem dumpfen Knorren. Das genügt mir nicht, diese Worte lagen Davies auf der Zunge, aber er tat gut daran, sie nicht auszusprechen. Stattdessen sagte er, wir Menschen könnten Beute für sie sein. Mich beunruhigt das. Gorek nickte verständnisvoll. Das kann ich nachvollziehen, aber macht ihr keine Sorgen. Wir nennen sie Gothrex und sie werden euch nichts tun. Wie konnte er sich da so sicher sein? Fragte sich Davies. Sie machen mir einen sehr aggressiven Eindruck. Aber das ist nicht alles. Ihr Vorgehen wirkt so strategisch. Ich habe gesehen, wie sie die Skirks in die Zange genommen haben. Einige führten den Angriff, andere haben die Flanken gesichert. Ein Rest blieb zurück, um Ausreißer zu stellen und kehrte danach auf seinen Posten zurück. Das war ganz schön beeindruckend. Ich würde also wirklich gerne wissen, ob ich sie eher zu den Tieren zählen soll oder zu vernunftbegabten Geschöpfen. Gorek lachte laut. Zu viele Gedanken, kleiner Ray. Du läufst Gefahr, dass ich dich aus der kämpfenden Truppe nehme und zu den Philosophen auf Wadrakan stecke. Da kannst du dann über die Beschaffenheit des Bewusstseins nachdenken und viele lange Stunden mit Jury Berinsky verbringen. Davies vermochte die Drohung in den Worten, das Akator sehr wohl zu erkennen und sah von weiteren Fragen ab. Das gilt es zu vermeiden, wenn es nach mir geht, sagte er und brachte ein gequältes Lächeln zustande, bevor er sich aus der Gesellschaft Goreks zurückzog. Was hast du rausbekommen, wollte Skorsky etwas später wissen. Ach, frag nicht. Ich will es aber wissen. Tja, frag nicht, war auch Goreks Antwort. Er hatte keine Lust darüber zu sprechen. Skorskys Miene spiegelte dieselbe Irritation wieder, die auch Davies Gedanken beschäftigte. Der erwischte sich den Schweiß von der Stirn. Muss uns das beunruhigen? Was meinst du, Skorsky? Nicht auf jeden Fall. Ziemlich sogar. War rhetorisch gemeint, erwiderte Davies, bevor er zu den Gothrex zurücksah, die ihnen in gehörigem Abstand folgten. Ihre Augen starrten ihn an, durchforschten und sezierten ihn, als sei er ein Objekt unter einem Mikroskop. Verdammt, das sind doch nur Tiere, ermahnte Davies sich selbst. Sie haben keine Gedanken, außer solche, die ihrem Instinkt entsprechen. Nach langem Marsch hatten sie ihr vorläufiges Ziel erreicht. Von einer Felskante aus war der Oponi-Stützpunkt zu sehen. Er lag in einer Talmulde, durch die sich ein Fluss schlängelte und sah aus wie ein flacher, umgestülpter Teller aus bräunlichem Ton. Die Felsklippe an der Gorek und seine Leute nun standen, war nicht besonders steil, und ein Abstieg zur Talsohle sollte ohne weitere Probleme möglich sein. Davies rechnete damit, den Stützpunkt zu erreichen, bevor die Dämmerung einsetzte. Vorausgesetzt natürlich, sie würden nicht noch weitere Probleme mit den Caymen bekommen. Die Akater wollten keine Zeit verlieren und machten sich sofort an den Abstieg. Der Stelzer hatte anfangs ein paar Schwierigkeiten, damit über die Kante zu klettern, aber als er diese Passage hinter sich gebracht hatte, kam er mit der Steigung ganz gut zurecht. Esther Van Beek hatte ihre Minikanone auf der Maschine verankert und thronte auf dem Sitz des Schützen. Während des Abstiegs schwankte die schwere Waffe mitsamt der jungen Frau hin und her, als befände sie sich auf dem Rücken eines Kamels. Davies rechnete beinahe damit, dass die Schütze in jedem Moment abgeworfen wurde. Es wurden sogar einige Wetten darauf abgeschlossen, ob und wann die Soldatin den Boden küssen würde. Doch sie erreichten das Tal, ohne dass Esther Van Beek zum Gespött der Truppe wurde, auch wenn sie etwas bleich wirkte und offenbar mit Übelkeit zu kämpfen hatte. Das Gefühl, wenn sich Cayman näherten, war immer das Gleiche. Es fühlte sich an wie ein Schlag gegen die Stirn oder wie ein gut platzierter Magenschwinger. Nach einer Schrecksekunde ordneten sich die Gedanken für gewöhnlich wieder und ermöglichten es, die Kreaturen zu lokalisieren. Deren Anzahl zu schätzen war jedoch ein anderes Problem. Jeder Mensch empfand bei einer Begegnung mit den Skalcs etwas anders und war dabei mit speziellen Herausforderungen konfrontiert. Davies vermutete, dass ängstlichere Menschen dazu neigten, die Anzahl der Cayman zu übertreiben. Selbstsichere hingegen waren oft überrascht, wie viele Gegner ihnen plötzlich gegenüberstanden. Davies zählte sich zu letzterer Gruppe. Daher waren die Empfindungen, die ihn gerade überkamen, umso alarmierender. Noch ehe er einen Befehl geben konnte, gaben die ersten Soldaten Schüsse ab und auch Esther Van Beek behagte das Unterholz mit Salven aus ihrem Geschütz. Die Akato begann zu laufen, während die Gothrax bereits ihren Feinden entgegenjagten. Davies war nun überzeugt, dass sie sich schon in Bewegung gesetzt hatten, bevor er sich der Gegenwart der Skalcs überhaupt bewusst geworden war. Wieder markierte eine Flut von Bildern den Zusammenprall der beiden Gruppen und erneut brauchte Davies einen Augenblick, um die Eindrücke durch das Aufsagen seines Mantras zu verscheuchen. Gerade im richtigen Moment war sein Kopf wieder klar und er konnte dem Skalc, der ihn gerade ansprang, eine Ladung Plasma-Geschosse verpassen. Sie drangen durch seine Brust und verließen den Körper am Rücken, wobei sie ein Gemisch von Blut und Eingeweiden über die Vegetation verteilten. Folgt den Akato zur Station! Das war der einzige Befehl, den er für seine Soldaten hatte und für den auch Zeit geblieben war, ihn herauszuschreien, ehe ein weiterer Skalc heranjagte. Hart bedrängt arbeitete sich die Truppe durch den Dschungel, wobei der Transportgeher mit seiner Schützin das Zentrum des Pulks bildete. Immer wieder brachen die Skalcs in die Reihen der Soldaten ein und töteten mehr und mehr Menschen. Die Verluste stiegen, als Esther ihrem überhitzten Geschütz eine Pause gönnen musste. Sie zog ihre Pistole und nahm von ihrer erhöhten Position aus einen Skalc nach dem anderen ins Visier, bis eines der Monster über die Leiber seiner Artgenossen hinweg setzte und die junge Frau zu fassen bekam. Beide fielen zu Boden und verschwanden im Getümmel. »Was ist mit den Gothrex los, verdammt nochmal!«, fluchte Skorsky und gab präzise Gewehrschüsse ab, die alle ihr Ziel fanden. Inzwischen waren sie der Oponi-Station so nahe, dass sie deren Kuppel durch die Bäume hindurch säen konnten. Davor breitete sich ein Landeplatz aus, den der Transportgeher in den nächsten Minuten erreichen würde. Ein junger Mann hatte den Stelzer erklommen und begann, das Geschütz neu auszurichten. Er zielte auf die Skalcs, die jetzt in Scharen herankamen. Es gelang ihm, eine ganze Menge von ihnen niederzumähen, bevor die bereits überlastete Waffe explodierte und den Schützen in Fetzen riss. »Lauft! Zum Stützpunkt! Lauft!«, brüllte Davis. Einige Granaten detonierten und erledigten weitere Skalcs. Eine Sprengladung ging hoch und riss eine Schneise in die angreifenden Ungeheuer, deren Vormarsch dadurch ins Stocken gerät. Dann explodierte eine weitere Sprengfalle und schleuderte die verstümmelten Leiber der Monster durch die Luft. Ein Baum neigte sich und krachte donnernd zu Boden, wobei er eine Gruppe Skalcs unter sich begrub. »Das hier war weit entfernt von einem tadellosen Rückzugsgefecht«, überlegte Davis. Aber in Anbetracht der Übermacht hielten sie sich nicht schlecht. Die Truppe agierte perfekt. Niemand verlor die Nerven. Beinahe jeder Schuss traf sein Ziel und die Vorstöße der Skalcs verloren deutlich an Schwung. Davis und seine Soldaten gewannen dadurch ein paar Sekunden Zeit und nutzten die Gelegenheit, um aus dem Urwald herauszukommen. Auf dem Landeplatz hatten sich die Akkater bereits formiert und empfingen die Skalcs mit einem Hagel aus Plasma geschossen. Ihre Salven jagten knapp über die Köpfe der Gardisten hinweg. Auch die Verteidigungsanlagen der Station spuckten einen Albtraum aus Feuer und Verwüstung aus, der den Waldrand in Flammen aufgehen ließ. Die Kanoniere stellten ihren Beschuss nicht ein, ehe sie nicht sicher waren, jedes einzelne Insekt im Umkreis der Station zu Asche verbrannt zu haben. Davis fühlte, wie die Präsenz der Skalcs aus seinem Bewusstsein schwand. Für einen Augenblick ließ er jeden Widerstand fahren und nahm die Bilder bereitwillig in seinen Geist auf. Er sah Flammen und spürte die Hitze, die an den Körpern der Monster fraß. Er empfand die Panik, die sie ergriff, und die Todesangst angesichts des Infernos, in dem sie eingeschlossen waren. Nach und nach verblassten diese Eindrücke und Gefühle. Als der letzte Skalc sein Leben ausgehaucht hatte, war das Gewitter in Davis' Kopf vorüber. Die Ruhe, die sich daraufhin in ihm verbreitete, war mit Worten kaum zu beschreiben. Wie nach einem Unwetter, das die Hitze des Tages vertrieben und die Luft gereinigt hatte, waren auch seine Gedanken danach jedes Mal klar und frisch. So als wären alle üblen Gedanken und Emotionen fortgewaschen und mit den Skalcs gestorben. Ein mächtiges Gefühl von Unbesiegbarkeit ergriff von Davis' Besitz. Er verstand, warum so viele Menschen den Kampf mit und den Kontakt zu den Schnüfflern suchten. Das konnte wie eine Droge sein. Endlich stellten die Kanoniere das Feuer ein. Es wurde still. Das Einzige, was noch zu hören war, war das Knistern der Flammen, die sich durch den Dschungel fraßen. Natürlich abgesehen vom Keuchen der erschöpften Soldaten, die sich auf dem Pflaster des Landeplatzes niederließen, um sich endlich etwas Ruhe zu gönnen. Skorsky setzte einige Male zum Sprechen an, aber stattdessen keuchte er und hustete den einen oder anderen Fluch über die Lippen. Auch er setzte sich auf das von der Sonne aufgeheizte Pflaster und begann zu lachen. Er hatte sich offenbar völlig verausgabt. Davis war noch dabei, sich von seiner Erschöpfung zu erholen, als ihm die nächste Überraschung den Atem raubte. Denn als sich die breiten Türen der Station öffneten, trat eine Gruppe von Echsenartigen Bosku heraus. Mit denen hatte er am wenigsten gerechnet. Die schuppigen Wesen waren allesamt schwer bewaffnet und sahen naturgemäß grimmig aus. Sie bildeten offenbar die Prise Pfeffer in dem seltsamen Eintopf, den Gorok zusammenkochte, seit sie auf Kito gelandet waren. Die Rasse der Bosku war Davis und den anderen bereits bekannt. Obwohl weder Okato noch Oponi gerne zugaben, mit den Echsen zusammenzuarbeiten, gab es dennoch kaum eine Alternative, wenn man Drecksarbeit zu erledigen hatte. Die Bosku als Volk war nicht komplett schlecht. Es gab großartige Künstler, Gelehrte und Wissenschaftler unter ihnen. Doch das blieb eher die Ausnahme. Man hielt sie sich besser vom Hals und wenn man zu den besseren Kreisen gehörte, leugnete man sogar überhaupt von ihrer Existenz zu wissen. Skorsky wischte sich mit dem Ärmel über den Mund, nachdem ihm das Lachen vergangen war. Also mir hätten die Gotthricks durchaus gereicht, sagte er. Kein Bedarf, die Liste meiner miesen Bekanntschaften zu erweitern. Davis beobachtete, wie Gorok einen der Bosku begrüßte. Er antwortete, wenn wir Glück haben, dauert dieses Rendezvous nicht allzu lange. Ob die Oponi wohl von den Schlangen wissen, die sich auf ihrer Minenwelt rumtreiben, fragte Skorsky. Davis ersparte es sich, darauf etwas zu erwidern. Ihm gefiel die freundliche Art nicht, in der der Okato mit der Echse umging und er verfolgte das Treffen der beiden mit wachsendem Argwohn. Ihm passte auch nicht, wie die Okato-Soldaten und die Bosku sich aufgestellt hatten. Ihre Formation wirkte wie eine Polizeifahrlangs, wie um eine Gruppe von Aufrührern in Schach zu halten. Die Pferdeköpfe schienen angespannt und es kam ihm beinahe so vor, als sähen sie in ihren menschlichen Kameraden plötzlich eine Gefahr. Gefechtsbereit machen, befall Davis mit gedämpfter Stimme. Er folgte damit eher einer inneren Eingebung statt einer vernünftigen Überlegung. Dementsprechend zögernd kamen seine Soldaten dem Befehl nach. Verteidigungspositionen einnehmen, sofort, setzte Davis nach und richtete sein Gewehr auf die Echsen aus. Die Menschen gehorchten endlich und folgten seinem Beispiel, indem sie die Bosku ins Visier nahmen. Davis zielte auf die Echse, mit der Gorek geredet hatte. Lass auch die Okato nicht aus den Augen. Ich hoffe, du kannst das erklären, Davis, fragte Skorsky, der ebenfalls auf eine der Echsen anlegte. Ach nicht, mein Freund, aber Gorek wird das bestimmt gleich tun. Tatsächlich kam der große Okato auf die Menschen zu. Er sah gelassen aus und ein klein wenig irritiert. Fragend breitete er die Arme aus. Wie soll ich das verstehen? Wir verdanken ihnen unser Leben. Und du gibst Befehl, sie aufs Korn zu nehmen? Was sagt man doch so bei euch? Aufs Korn nehmen, oder? Ja, das sagte man so, und Gorek wusste das. Er hatte den Kriegs- und Kampfjargon der Menschen sehr schnell gelernt. Der Okato versuchte Zeit zu schinden und Davies Zweifel zu zerstreuen, aus diesen jedoch nur noch mehr alarmierte. Bleiben Sie, wo Sie sind, Exzellenz, knurrte er Gorek an. Kein Schritt weiter. Gorek verschränkte die Arme hinter dem Rücken, während seine Soldaten ihre Gewehre auf die Menschen richteten. Der Okato schwieg eine Weile und schnüffelte die rauchgeschwängerte Luft. Schließlich sagte er, Wie lange glaubst du denn, dich gegen uns behaupten zu können? Tja, ich hatte nie vor, das herausfinden zu müssen, wenn ich ehrlich bin. Unsere Kanoniere sind noch immer oben auf ihren Posten, nehme ich an. Nicht wahr, Jota? Der angesprochene Bosskuh fletschte die Zähne. Tja, zischte er. Sie zielen, ach sie. Aus dem Gefauche der Echse schloss Davies, dass sie die Menschen jederzeit unter Feuer nehmen konnten. Er überlegte, ob er irgendwas Dummes, Heroisches sagen und dickköpfig bleiben sollte. Irgendeine dämliche Floskel, die zum Ausdruck brachte, er würde lieber kämpfend sterben, als sich und seine Leute auszuliefern. Er verwarf den Gedanken und überlegte, wie man unbeschadet aus der Situation herauskommen konnte und suchte verzweifelt nach Worten, um nun seinerseits etwas Zeit zu schinden. Garaginders nutzte Davies Schweigen, um den Menschen ihre Lage klarzumachen. Wir haben nicht vor, euch zu töten. Im Gegenteil. Aber ich möchte, dass ihr jetzt eure Waffen abgebt. Davies leckte sich über die trockenen Lippen. Und was geschieht dann? Nichts, ganz einfach. Aber ich kenne euer ängstliches Wesen und will nicht, dass es Probleme mit den Bosskuh gibt. Du weißt, dass es schnell zu Blutvergießen kommt, wenn die Waffen schon auf die Gegner gerichtet sind. Skorsky kam etwas näher an Davies heran. Ich mag's ja nicht, wenn du recht hast, du Pessimist. Aber tu jetzt bitte nichts, was der Lohengrin in dir tun würde. Ich hab keine Lust auf einen Heldentod. Gorek ging gemächlichen Schrittes auf Davies zu. Die Gewehre der Gardisten zielten noch immer auf ihn und die Mündungen folgten jeder seiner Bewegungen. Als er die beiden Menschen erreicht hatte, beugte er sich zu Davies hinunter. Hören Sie auf Ihren Freund, hauchte er, sodass nur Davies und allenfalls noch Skorsky ihn hören konnten. Tun Sie nichts, was Sie Ihr Leben lang bereuen müssten. Ich brauche Sie, Sie und Ihren Kumpel. Überlegen Sie Ihre nächsten Schritte. Auch Davies flüsterte. Wollen Sie meine Truppe töten? Wir haben euch das Leben gerettet. Sie sollen nicht sterben, antwortete Gorek verwundert und mit einer Miene der Verachtung, als hätte Davies eine anstößige Bemerkung gemacht. Sie werden mir dienen. In alle Ewigkeit. Und Sie werden das auf eine Weise tun, die Ihnen weitaus mehr Möglichkeiten bietet, als das bisher der Fall war. Davies hatte keinen Schimmer, von was Gorek sprach. Ich verstehe nicht, was Ihr mir sagen wollt. Ach, Menschlein, siehst du die Gothrex? Wir sind unsere neue Waffe, ein Hybrid aus verbesserten Cayman-Körpern versehen mit der Genetik der besten menschlichen Kämpfer, sumpt ihrer Fähigkeit, die Skalcs aufzuspüren. Wir haben bei deinen zahlreichen Einsätzen stets hinter dir hergeräumt. Sterbende und Verwunderte haben wir eingesammelt, sofern wir Gelegenheit dazu hatten und ihnen auf diese Weise zu einer neuen Existenz verholfen. Eine Wiedergeburt. Viele deiner alten Kameraden hast du in den letzten Stunden auf dem Schlachtfeld wiedergesehen. Und sie haben uns allen das Leben gerettet. Für all das solltest du mir dankbar sein. Davies Blick ging zu den Bosku hinüber. Ihm fiel noch ein abstoßendes Detail ein, für das die Bosku bekannt waren. Dabei handelte es sich um genetische Experimente. Angeblich machten sie Geschäfte mit diversen Organisationen auf der Erde, und die wahre bestand dabei aus Menschen. Angeblich waren diese Experimente ein Grund, warum man den Bosku ihre Heimatwelt genommen und sie zu einem Nomadenleben zwischen den Sternen verurteilt hatte. Ich kann das nicht zulassen. Kam es über Davies zusammengepresste Lippen. Oh, du hast dich doch schon entschieden. Ich kann in deinen Gedanken lesen. Du bist kein Held, der sich für andere opfert. Ich befiele ihnen die Waffen zu senken und mit den Bosku zu gehen. Für euch beide habe ich andere, größere Aufgaben. Davies verfluchte sich selbst. Verfluchte sich dafür nicht, die Stärke und den Idealismus jenes Gralsritters zu haben, den Skorsky erwähnt hatte, und zu befehlen, das Feuer auf Akkatu und Bosku zu eröffnen. Ein letztes Aufbäum. Nicht verzweifelt. Vielmehr zornig und trotzig, wie der Kampf der Burgunder an Etzelshof im Lied der Nibelungen. Aber Davies war kein Ritter aus einer der romantischen Sagen. Es war seltsam, wie tief die Kluft zwischen Bewunderung seiner Helden und deren Nachahmung war. Er hing am Leben, und das machte ihn schwach. Waffen runter, befahl er und blickte in das zufriedene Gesicht des Akkatu. Die Menschen gehorchten, aber Davies konnte die Ratlosigkeit auf ihren Gesichtern sehen. Ein bitterer Anblick, der ihn noch lange verfolgen würde. Gorick hatte noch einige Worte für Davies und Skorsky. Ich habe ein Buch gelesen, eine Geschichte, die für eure Kultur sehr wichtig ist, aufschlussreich. Mein Psychogramm, der Fänger im Roggen, wenn ich mich richtig entsinne, eindringlich und zugleich ermüdend. Ich weiß nicht, wie oft ich wieder von vorn anfangen musste. Aber je mehr ich mich hindurchgewühlt hatte, umso tiefer wurden meine Erkenntnisse über die wahre Beschaffenheit des Menschen. Die Menschen, sie sind Nomaden, die durch verbüstete Länder wandern. Sie kämpfen sich durch Unglücke und Probleme, die sie oft selbst verursachen, die sie anschließend bereuen, um sie von Neuem zu begehen. Sie brauchen das, um nicht ins Dunkel ihrer Vorzeit zurückzufallen. Zumindest, um sich die Illusion zu bewahren, den finsteren Tagen in ihren Höhlen entkommen zu sein. Davies war ganz ohr. Es war seltsam faszinierend, sich von einem pferdeköpfigen Alien über die Strukturen des menschlichen Geistes und diverse literarische Leckerbissen aufklären zu lassen, die es sich einverleibt hatte. Garek fuhr fort. »Ist es nicht auch gut für euch zu wissen, dass es einigen außergewöhnlichen Individuen möglich ist, dem Wahnsinn zu entfliehen, der eure Welt heimgesucht hat? Eine Möglichkeit zu haben, Großes und Bleibendes zu schaffen? Einer sterbenden Rasse von höhlen Bewohnern den Rücken kehren und der Dunkelheit der Vorzeit enteinen zu können?« Davies faszinierte es, wie akzentfrei und gewählt sich der Akato ausdrückte. Die Akato besaßen einen Sinn für Sprachen und Garek war sehr talentiert. Sein Vortrag hatte etwas von dem hypnotischen Sing-Sang, mit dem Davies versuchte, die Skalks aus seinem Kopf zu vertreiben. Ob er wollte oder nicht, es war angenehm, die Worte des Akato zu hören und sie als Entschuldigung für seine Feigheit zu nehmen. Gareks nächste Worte klangen wie ein Befehl. »Bring mir fähige Menschen, hilf ihnen, dem Chaos zu entfliehen und etwas Grauses zu leisten, etwas, das die Zeit überdauern wird. Sie werden es dir ewig danken, aber wirst ihr Retter sein und ihr Gott.« Davies suchte verzweifelt nach Argumenten, wollte dem Akato Flüche an den Kopf werfen, wollte ihm sagen, wie verbrecherisch sein Vorhaben war, wie menschenverachtend und undankbar. Aber seine Gedanken drehten sich nur um die vage Hoffnung, die Gareks Angebot enthielt. Er konnte jetzt einen Kampf ausfechten, bei dem sie alle ums Leben kommen würden oder die Hand des Akato ergreifen. Den Menschen eine Zukunft sichern, indem er darauf setzte, dass einigen Individuen, die er zu den Akatos brachte, die Flucht auf andere Welten gelingen würde. Der Mensch fand letztlich immer einen Weg, wenn man ihm erst eine Tür öffnete, und mehr musste Davies nicht tun, nur sich auf den Handel einlassen. Er verfluchte sich dafür, denn im Hintergrund seiner Überlegungen schwang die Erkenntnis mit, dass er sich mit seinen Argumenten nur selbst betrog. Womöglich suchte er nur nach Ausreden, um seine eigene Haut zu retten. Er sicherte sein Gewehr und schulterte es. Dann sprach er es aus. »Geht mit den Bosko. Es ist alles in Ordnung.« Die Soldaten leisteten dem Befehl nur zögernd Folge. Widerwillig legten sie ihre Waffen auf den Boden und folgten den Echsen ins Innere der Station. Schließlich fuhr Garek fort. »Ich werde euch zur Erde zurückbringen lassen. Dort werdet ihr jemanden treffen, mit dem ihr euch besprechen könnt, was das weitere Vorgehen betrifft. Ich zähle darauf, dass ihr mich nicht enttäuscht.« Damit wandte er sich ab und ging den Menschen hinterher, die auf Davies wie eine Herde Schlachtvieh wirkten, die im Inneren der Station verschwand. Skorsky räusperte sich. »Ah, es ist ja nicht so gelaufen, wie wir es wollten, Kumpel. Ich bin zwar nicht so belesen wie unser pferdeköpfiger Freund, aber ich habe da ein paar alte Horrorfilme gesehen, die etwa in dieselbe Richtung gehen. Davies war nicht in der Stimmung, Rätsel zu lösen. »Kommt zur Sache, Skorsky.« »Na ja, sind wir jetzt Frankensteins Leichenfledder, die nachts in Friedhöfe eindringen und ihm Körper für seine Experimente besorgen?« »Was meinst du?« Die Worte trafen. Davies suchte noch einer passenden Entgegnung, aber er fühlte sich zu schlecht, um jetzt mit seinem Freund zu diskutieren. Ihm würde übel, wenn er daran dachte, was mit seinen Soldaten geschehen mochte, und dennoch hatte er sich darauf eingelassen. In diesem Moment wäre es ihm lieber gewesen, den Kampf gewählt zu haben und jetzt tot und ohne jeden Gedanken auf dem Boden zu liegen. Wäre das der einfachere Weg gewesen? Oder lediglich die Wahl eines Dummkopfes, der nicht in der Lage war, pragmatisch zu denken? Die Wahl eines Idealisten, eines Lohngerien. Ideale sind nur edle Irrtümer, hatte er einmal gehört. Es hatte keinen Sinn, für einen Irrtum zu sterben. Skorsky atmete hörbar aus, schulterte sein Gewehr und starrte ins Leere. Dann sagte er, »Naja, es ist eben legitim, alles zu tun, um die eigene Haut zu retten. Ich für meinen Teil werde gute Miene zum bösen Spiel machen, solange ich kann.« Hallo, hier ist Alan, der Autor der Nomads-Reihe. Schön, dass dir das Video bisher gefallen hat. Es würde Georg und mich sehr freuen, wenn du es teilen, liken und meinen Kanal abonnieren könntest. Klicke auf den Link unter dem Video. Er führt dich auf den Shop von www.bloodword.com. Nutze dort den Rabattcode GOTHRICK. Damit kannst du dir dieses Hörbuch kostengünstig bestellen. Und darüber hinaus unterstützt du mich in meiner Tätigkeit als Autor. Dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Und nun geht es weiter mit dem nächsten Kapitel. Viel Spaß. Kapitel 2 Davis und Skorsky fühlten sich beide unwohl in der Gegenwart der Bosco. Schon ihre erste Begegnung auf dem Platz vor dem Bunker war unangenehm gewesen. Das beunruhigende Grinsen ihrer scharfen Zähne hinter den halb geöffneten Mäulern und der Anblick hervorspitzender Zungen, mit denen sie ab und an über ihre Lippen leckten, erzeugten bei Davis eine Gänsehaut. Jetzt, mit den Bosco in deren engem Schiff eingezwängt zu sein, machte die Situation für ihn beinahe unerträglich. Das Fahrzeug bestand lediglich aus einer Kanzel, in der die beiden Echsenwesen saßen, und einem Raum voller Kisten und Geräte, zwischen denen es sich die zwei Menschen leidlich bequem gemacht hatten. Der interstellare Flug dauerte gut 15 Stunden, bevor das Schiff abbremste und in das irdische Sonnensystem eindrang. Es flog an Neptun, Uranus, Saturn und Jupiter vorbei, was eine weitere Stunde in Anspruch nahm, bis der Mars in Sicht kam. Davis beobachtete den Kurs, den das Raumfahrzeug nahm, und sah, wie in der rostfarbenen Einöde des Wüstenplaneten eine Struktur sichtbar wurde, die an einen Raumhafen erinnerte. Die Gebäude machten einen verwahrlosten und baufälligen Eindruck. Etliche von ihnen waren von riesigen Sanddünen überdeckt und nur noch anhand der geometrischen Formen zu erkennen, die sich vage unter dem roten Staub abhoben. Auffällig war die große Kuppel, die einen Spalt weit geöffnet war und auf den die Bosco zusteuerten. Die Echsen jagten mit ihrem Schiff ins Innere der Kuppel hinein, als sei es ein Geschoss, und zündeten die Gegenschubtriebwerke erst im letzten Moment. Davis und Skorsky wurden zwischen den Kisten und Behältern im Frachtraum hin- und hergeworfen. Skorsky fluchte und verwünschte die Bosco. Sie lachten nur, was wie Fauchen klang, und bläckten die spitzen Zähne. Schließlich setzte das Schiff auf, und die zwei Piloten schelten sich aus ihren Sitzen. Hör mit Kamm! Jidmin wartzt! drang es aus dem Maul eines der Bosco. Mit Kamm! Jidmin wartet! Davis und Skorsky schulterten ihre Gewehre und nahmen ihr Gepäck auf, bevor sie zusammen mit den beiden Echsen durch das geöffnete Schott traten. Sie fanden sich in einer riesigen, spärlich beleuchteten Halle wieder, in der sich unzählige unterschiedliche Frachtbehälter stapelten. Das Sonnenlicht fiel lediglich durch den schmalen Spalt hinein und ließ vieles im Dunkeln. Aber es war zu vermuten, dass sich die Menge an Containern und Behältern in den Schatten fortsetzte. Davis meinte, die Umrisse eines großen Transporters zu erkennen, der im hinteren Teil der Halle stand. Wer immer hier Geschäfte machte, tat das in großem Stil. Schmuggler, bemerkte Skorsky. Ah, oder Schlimmeres, fügte Davis staunend hinzu. Eine Stimme hallte durch das Zwielicht. Es ist nicht schicklich, seinen Gastgeber zu beleidigen. Aus dem Schatten löste sich eine Gestalt. Ein Mann, der einen schwarzen Anzug trug, der an einen altertümlichen Gerock erinnerte. Er war hager, nicht besonders groß und besaß ein schmales, blasses Gesicht mit den typisch roten Lippen, die auf den Konsum von Purpormon hindeuteten. Oh, Sie sind also die Botschafter der Akata, fuhr der dünne Mann fort. Davis sah, wie einer der Bosco dem Mann eine Datenkarte erreichte, die der Blassgesichtige eine Weile mit den Fingerspitzen betastete. Davis vermutete, dass geheime Informationen in einer Art Blindenschrift darauf zu finden waren. Er antwortete, naja, Botschafter, wäre zu viel gesagt, und dachte dann für sich, und wenn überhaupt, dann sprechen wir nur für einen Akata und nicht für die ganze Rasse. Der Mann steckte die Karte in die Innentasche seines Anzuges. Ja, das wäre vielleicht wirklich zu hoch gegriffen. Kopfgeldjäger ist womöglich ein besserer Begriff. Davis passte das Wort überhaupt nicht. Kopfgeldjäger hatte man sie noch nie genannt. Sie waren noch nie für das Entführen von Menschen bezahlt worden. Es gab nie ein Kopfgeld. Wie dem auch sei, mein Name ist Raymond Davis und mein Begleiter heißt Pavel Skorsky. Mich nennt man den Jetman. Ich vertrete den Mandarin, dem alles, das Sie hier sehen, und noch etliches mehr auf dem Mars gehört. Ich bin so eine Kämmerer und werde sie zu ihm bringen. Aber ich muss zuvor noch ein paar Sachen über sie beide in Erfahrung bringen. Davis hatte natürlich mit so etwas gerechnet, aber jetzt, wo es so weit war, wurde ihm mulmig zumute. Es war immer schwer zu sagen, was für Erwartungen ein Verhandlungspartner hegte. Besonders dann, wenn die Verhandlungen über einen Dritten gelaufen waren. Davis wusste nicht, welche Informationen dabei geflossen waren und welches Bild der Jetman sich dabei gemacht hatte. Dennoch forderte er ihn auf, Nur zu, wir haben nichts zu verbergen. Eine ziemlich gewagte Aussage, wenn ich so ehrlich sein darf. Der Jetman schien für einen Moment amüsiert zu sein. Waren Sie beide Soldaten? Nein. Polizei? Nein. Davies Antwort kam einen Sekundenbruchteil zu spät. Ah, etwas Ähnliches also. Aha. Was war es? Wir waren Grenzer, haben illegale Einwanderer in ihr Heimatland zurückgebracht. Also, an welcher Grenze? Na, wo immer man uns gebraucht hat. Dann könnte man sagen, Sie waren Söldner. Nein. Ah, so wie Sie das sagen, kommen Sie mir wie jemand vor, der keinesfalls mit kriminellen Machenschaften in Verbindung gebracht werden will. Oder mit Abschaum, wie mehr. Davis erwiderte nichts. Wie kommt es also, dass Sie bei unseren Geschäften mitmachen möchten? Ich meine, was denken sich Ihre Vorgesetzten dabei? Ist Ihnen denn nicht bewusst, in welchen Zwiespalt Sie das Ganze bringen könnte? Unsere Motive sind unsere Sache. Der Jetman schüttelte den Kopf. Oh nein, ich fürchte, so funktioniert das nicht. Wenn sich nämlich die Zusammenarbeit mit Ihnen als ein Fehler herausstellt, fällt das letztendlich auf mich zurück. Bisher wurde ich von der Erfahrung verschont, mich als Versager fühlen zu müssen. Alle Geschäftskontakte, die ich etablieren konnte, haben sich als nützlich und profitabel erwiesen. Und bei Ihnen beiden will ich mir ebenfalls nichts vorwerfen müssen. Davis wandte sich kurz zu Skorsky um, der den Jetman nicht aus den Augen ließ und gespannt die Lippen zusammenpresste. Skorsky verlor immer die Sprache, wenn es Schwierigkeiten gab oder er nervös wurde. Also fuhr der bleiche Kerl in seinem schwarzen Gerrock fort. Was hat euch, edle Ritter, schließlich aus dem Sattel gerorfen und hinunter in den Schmutz geschleudert? Hä? Gar nichts. Der Ritter versieht nur seinen Dienst. Und ich hinterfrage die Absichten und Motive nicht, die Gorrick aus dem Haus Mestray bewegen. Ich mache es mir nicht an, die Dinge besser beurteilen zu können als er. Und was Dreck angeht, der kann ärgerlich oder nützlich sein. Manchmal streut man die Scheiße eben aufs Feld und manchmal kratzt man sie sich vom Stiefel. Gorrick beurteilt, was gerade angebracht ist. Und ich werde ihm nicht widersprechen. Der Jetman beobachtete jede Regung auf den Gesichtern der beiden Männer. Es dauerte eine Ewigkeit, bis er wieder das Wort an sie richtete. Sie sind also nichts weiter als treue Diener, die Befehle ausführen. Ah, kann man sagen, ist das bei Ihnen etwa anders? Der Jetman stutzte einen Augenblick und nickte lächelnd, bevor er wieder ernst wurde. Sie haben also keinerlei persönliche Ambition? Nur wenn es um die Qualität unserer Arbeit geht. Ah, das war zu dick aufgetragen, tadelte sich Davis. Ich hätte mir besser auf die Zunge gebissen, statt seinen solchen Blödsinn zu verzapfen. In diesem Punkt war der Jetman wohl anderer Meinung. Davies Antwort schien ihm zu gefallen. Ah, es ist gut zu wissen. Leute mit Ambition machen nur Probleme, muss sich ständig im Auge behalten. Ich denke, wir werden gut miteinander auskommen. Kapitel 3 Die Fahrt zum Domizil des Mandarin erfolgte über mehrere strapaziöse Umwege. Offenbar geschah dies, um Spuren zu verwischen und die Existenz des alten Raumhafens geheim zu halten. Danach ging es weiter durch die engen, verwinkelten Gassen von Brooklyn, einer der größten Marskolonien. Man konnte sagen, sie hatte sich von einer Barackensiedlung zu einer richtigen Stadt entwickelt, wenn man bereit war, die irdischen Maßstäbe in puncto Architektur und Gestaltung zu vernachlässigen. Die großen Häuser waren meist nichts weiter als in die Höhe gestapelte Container, die man an einigen Stellen mit stilistischem Dekor aus Kunststoff ergänzt hatte. Hier und da lösten sich Teile dieser Wände und entblößten darunterliegende Leitungen und Rohre. Es war nicht zu verbergen, dass die Kolonie aus nüchterner, schmuckloser Zweckmäßigkeit entstanden war und nicht dazu dienen sollte, das Auge der Siedler zu erfreuen. Im Gegenteil. Je mehr die Bewohner diese Tatsache zu kaschieren versuchten, umso mehr trat sie zutage. Das billige Baumaterial, das sie dazu verwendeten, vermochte dem widrigen Klima des Planeten nichts entgegenzusetzen und verwitterte schnell. Das allerdings, ohne den burlesken Charme zu entfalten, den die Fassaden irdischer Städte besaßen, während sie verfielen. Hinzu kam der widerliche Geruch von faulen Eiern, der über dem ganzen Planeten hing und sich in den Straßen Brooklands noch zu verstärken schien. Der Ort, an dem der Mandarin sich aufhielt, war hingegen das Gegenteil dessen, was der heruntergekommene Anblick der Stadt vermittelte. Nachdem Davis und Skorsky eine schäbige Gasse durchquert und an deren Ende ein rostiges Schott passiert hatten, wurden sie von getragener, sinnlicher Musik empfangen, die durch einen langen Korridor wehte. Davis und Skorsky folgten dem Jetman in einen großen Saal, erfüllt von gedämpftem Licht, das die Stimmung einer tropischen Dämmerung vermittelte. Davis nahm den Duft unterschiedlicher Drogen wahr. Die schwere Süße der Sumer-Pflanze, das herbe Aroma der synthetischen Axan-Kristalle und der scharfe Zitronengeruch von Zaya-Harz. Auf einer Empore, die mit Kissen und kostbaren Stoffen bedeckt war, saß ein dicker Mann und rauchte Wasserpfeife. In ein altertümliches, buntes Gewand gehüllt, versehen mit verspielten Mustern und üppigen Stickereien, gab er einen sonderbaren und geckenhaften Eindruck ab. Davis musste unwillkürlich an einen Harlequin denken und setzte alles daran, ein Lachen zu unterdrücken. Zu den Füßen des Mannes lagen fünf Frauen in hautengen, glänzenden Kostümen, die den Neuankömmlingen aufmerksame Blicke zuwarfen. Da waren auch noch mehr Menschen, die in den schattigen Kabinetten des Saales saßen, sich unterhielten oder in Kartenspiele vertieft waren. Der Jetman stellte seine beiden Begleiter vor. »Raymond Davis und Pavel Skorsky, sie sollen unsere Leute in der effektiven Jagd ausbilden.« Verdammt, es war doch nie die Rede davon gewesen, dass sie sich mit anderen zusammentun sollten. Davis musste alle Kraft zusammennehmen, um sich seinen Ärger nicht anmerken zu lassen. Offenbar handelte es sich um Zusatzinformationen, die der Jetman der Karte hatte entnehmen können, die er von den Bosco erhalten hatte. Davis schimpfte sich einen Narren. Wie konnte er auch annehmen, Gorak würde ihn einfach so zur Erde zurückkehren lassen, nachdem er mit angesehen hatte, was mit den Menschen geschah, die für den Fürstensohn kämpften. Oh ja, die Leute des Mandarin würden sicher ein wachsames Auge auf ihre beiden Gäste gerichtet halten und dafür sorgen, dass sie ihre Pflicht erfüllten, wie immer diese auch aussehen mochte. Der Mandarin entließ ein paar Rauchkringel, die zwischen seinen wulstigen Lippen emporstiegen und legte das Datenpad beiseite, auf dem er gerade herumgetippt hatte. Er musterte seine Gäste lange und eindringlich. Dann sagte er, So, so, was können die, was unsere Leute nicht genauso fertig brächten? In erster Linie sind sie diejenigen, denen die Akato vertrauen. Davis und Skorsky werden sich davon überzeugen, dass wir zuverlässig und gewissenhaft arbeiten. Der Mandarin setzte sich auf, was sich zu einer Prozedur entwickelte, die einige Augenblicke erforderte. Dann sprach er weiter. Warum interessiert das dir, Akato? Wir liefern und sie bezahlen. Wenn Ihnen die Ware nicht gefällt, dann müssen Sie sie nicht kaufen. Davis gewann langsam aber sicher den Eindruck, dass diese ganze Sache auf der Idee des Jetman beruhte. Der Mandarin schien dem Geschäft noch skeptisch gegenüber zu stehen. Zumindest sah es so aus, als wäre der Mandarin nicht in alle Details eingeweiht und auch so, als würde er noch Bedenken hegen. Bedenken, die der Jetman mit seinen nächsten Worten verstreuen wollte. Diese Zeitverschwendung können wir in Zukunft vermeiden. Das Verwalten zurückgegangener Ware ist zudem sehr kostspielig geworden. Mit Davis und Skorsky haben wir die Möglichkeit, derartige Umstände von vornherein zu vermeiden. Außerdem kennen die Akato nicht alle Aspekte des menschlichen Daseins und könnten Hinweise auf psychische Störungen zum Beispiel schlicht übersehen. Wir beiden werden gewährleisten, dass mit zukünftigen Lieferungen alles in Ordnung ist. Bei auftretenden Mängeln wären wir in diesem Fall außen vor. Dieses Argument schien dem Mandarin einzuleuchten. Sein Kämmerer sprach weiter. Es geht in Akato ja um besondere Ware, etwas, das unsere Konkurrenz nur beschwerlich liefern kann, da deren Vorgehen keine expliziten Erntevorkehrungen beinhaltet. Die Akato wollen vor allem Kämpfernaturen haben, stark, gerissen, klug und unversehrt. Wieso? wunderte sich der dicke Kerl. Schmecken die besser, oder was? Der blasse Mann in seinem altertümlichen schwarzen Anzug wagte ein Lächeln. Ah, die Ware wird nicht in den Kochtöpfen der Bosco landen. Gorex braucht sie für ein spezielles Zuchtprogramm. Eine Sexsache also. Der Mandarin lachte, was wie ein Aufstoßen klang und schob sich eine Weintraube in den Mund, die er aus einer großen Obstschale fischte. Das klingt ja spannend. Ja, unsere beiden Helfer sollen auf jeden Fall sicherstellen, dass bei der Jagd keine Schäden entstehen. Die Methoden unserer Leute sind in der Tat zu brachial, aber das ist ja auch kein großes Geheimnis. Der Harlequin rührte mit seinen fleischigen Fingern in der Luft herum, als wollte er versuchen, ein paar Fliegen zu verscheuchen. Und die beiden da, die können das besser, ja? Der Jetman signalisierte, dass jetzt Davis am Zuge war, den Mandarin zu überzeugen und trat etwas beiseite. Davis wusste zunächst nicht, wo er anfangen sollte, fand aber nach zwei, drei Sekunden seine Stimme wieder. Wir haben bisher illegale Grenzgänger eingefangen. Wir haben Erfahrung darin, Menschen zu finden und sie wieder in ihr Heimatland zurückzuführen. Wir sind also nicht zimperlich. Der Mandarin tat so, als würde er ein unsichtbares Gewehr in den Händen halten und ein imaginäres Ziel ins Visier nehmen. Peng, peng, peng. Schaltzarten Zeug. Dann lachte er abermals. Wir konnten es bisher vermeiden, jemanden zu töten oder ernsthaft zu verletzen. Warum solche Umstände? Ist es nicht einfacher? Der Clown wiederholte die Geste. Puh, puh. Versicherungsgründe, warf Skorsky ein. Grenzübertreter begehen per se kein Verbrechen nach internationalem Recht. Es ist also nicht statthaft, sie zu erschießen oder ihnen Schaden zuzufügen. Der Mandarin rieb sich langsam das Kinn. Tatsächlich ist das so. Ich bemerke, unsere Sichtweisen unterscheiden sich erheblich voneinander. Er warf seinem Kämmerer einen anerkennenden Blick zu. Ah, Gemütsmenschen in diesem Geschäft. Wer hätte das gedacht? Davies drehte sich der Magen um, wenn er daran dachte, was für Verbrechen die Flats bereits begangen hatten. Verbrechen, die niemand wahrhaben wollte. Mit Sicherheit gab es Elemente in den verbliebenen Regierungen des Sonnensystems, die mit den Flats Geschäfte machten und deren Tätigkeiten deckten. Der so oft beschworene Gedanke, dass sich die Menschen angesichts der Bedrohung durch außerirdische Rassen zu einer kohärenten Einheit fügen würden, war ins Reich der Märchen gerückt. Statt sich zusammenzutun, hatte sich die Menschheit in kleinen Nationalstaaten zersplittert. Man misstraute einander und arbeitete kaum zusammen. Die Freiräume, die sich dadurch ergeben hatten, bildeten den Nährboden für allerlei kriminelle Organisationen. Schmuggler, Söldner und eben Flats, die ihre Mitmenschen als Ware betrachteten. Der Mandarin bohrte nach. Wie darf ich mir Ihre Arbeit denn vorstellen? Sie machen sich einfach auf den Weg und schnappen sich unachtsame Wanderer, ja? Ja, so in etwa. Der bisher irgendwie plumpf vertrauliche Tonfall des Mandarin nahm schlagartig eine harsche Färbung an. Das wird sich ändern. Sie werden beide einer Erntegruppe angeschlossen und sich an unsere Gepflogenheiten anpassen. Wenn wir etwas von Ihnen lernen können, will ich das begrüßen, aber ich habe nicht vor, neue Methoden auszuprobieren, solange sich die alten noch bewähren. Davis hatte dagegen nichts einzuwenden. Ich habe es auch nie als unsere Aufgabe betrachtet, Ihren Leuten etwas beizubringen. Wir werden sie also begleiten und aus der Beute einer Auswahl treffen, ja? Der Mandarin griff nach dem Mundstück seiner Wasserpfeife, die neben dem Divan stand. Er sog einige Male daran und atmete ein paar Rauchkringel aus. Ihr schnappt euch die Filetstückchen und sorgt dafür, dass sie unbeschadet bleiben. Und Korok wird gut dafür bezahlen, ergänzte Davis. Der Jetman fühlte sich veranlasst, eine Information in das Gespräch einzubringen. Er zahlt das Dreifache von dem, was die Cayman an Diamanten oder Gold zu bieten haben. In Davies' Augen sah der Mandarin aus wie die Raupe, die sich in der Geschichte von Alice im Wunderland auf dem Schirm eines Pilzes räkelte. Weitere Male sog er an seiner Pfeife und dachte nach. Nach einer Weile sagte er, Wenn es dabei um Kämpfer geht, die in das Militär der Akato eingegliedert werden sollten, wird das den Cayman nicht gefallen. Sie könnten mich als eine Gefahr betrachten. Davies zuckte kurz mit den Schultern. Die Käfer müssen ja nichts von dieser Sache erfahren, oder? Und wer garantiert mir, dass sie das nicht tun werden? Nein, sie sind doch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Sie wissen, dass jeder neue Schritt auch ein Risiko bedeutet. Aber sie wären nicht da, wo sie jetzt sind, wenn sie vor so etwas Angst hätten, oder? Der Mandarin deutete mit dem Mundstück seiner Pfeife auf Davies und sagte einige Momente kein Wort. Seine Miene und diese Geste waren schwer zu deuten, aber Davies glaubte, den fetten Kerl mit seiner letzten Bemerkung verärgert zu haben. Dann wechselten der Mandarin und sein Kämmerer einige Blicke. Wir werden ein wachsames Auge auf unsere neuen Mitarbeiter haben, beschwichtigte der Jetman, dem anzumerken war, dass dieses Treffen nicht die Richtung nahm, die er im Sinn hatte. Aber nach allem, was ich erfahren habe, können wir uns glücklich schätzen, Männer wie Davies und Skorsky dabei zu haben. In der letzten Zeit gab es Ware, die sich widersetzt hat. Wir mussten sie leider töten oder verletzen und hatten dabei auch Verluste, Crew und Beute. Aber ich betone es nochmals, den Akato scheint es genau um diese gefährlichen Exemplare zu gehen. Es wäre wünschenswert, diese Sorte schadlos übernehmen zu können, so wie es die Pferdeköpfe möchten. Das ist aufwendig, warf der Mandarin ein. Wenn wir immer nur darauf achten müssen, der wahre kein Haar zu krümmen, verlieren wir nur Zeit. Ich denke, ich kann auf die Dienste der beiden verzichten. Davies musste eine List verwenden, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ah, Gaurak ist bereits sehr gut zu bezahlen und will ihnen eine Kostprobe seiner Großzügigkeit geben. Er zog ein schmales Röhrchen aus schwarzem poliertem Holz hervor, um es dem Mandarin zu reichen. In diesem Augenblick traten drei Frauen aus dem Halbdunkel hervor, das den Divan umgab, auf dem der Mandarin saß. Schlanke, athletische Frauen, die in enge, bunte Trikots gekleidet waren und auf den ersten Blick wie Tänzerinnen aussahen. Davies erkannte sofort, dass man mit den dreien nicht spaßen sollte. Augenscheinlich verfügten sie nicht über Waffen, aber man konnte davon ausgehen, dass genau das Gegenteil der Fall war. Draculas Töchter schoss es ihm durch den Kopf, als sie so plötzlich aus der Finsternis hervorsprang. Verführerisch und tödlich. Der Mandarin hob die Hand. Die drei Frauen verharrten in ihren Bewegungen und entspannten sich, ohne jedoch den Blick von Davies zu nehmen. Daraufhin forderte der Mandarin Davies auf, näher zu kommen und nahm das Röhrchen entgegen. Er öffnete die goldene Verschlusskappe und ließ etwa ein Dutzend weiße, geschliffene Diamanten in seiner Handfläche gleiten. Der Jetman bemühte sich gleichgültig zu wirken, aber für einen Moment saugte er überrascht die Luft ein. Der Anblick schien ihm den Atem zu rauben. Auch seinem Boss fiel es schwer, Gelassenheit zu heucheln. Er leckte sich über seine wulstigen Lippen. Gut, unsere beiden neuen Jäger werden zur Erde gebracht. Dort wird sie eine unserer Greifergruppen erwarten. Ich werde sie anweisen, ihnen keine Probleme zu machen und sich für ihre Ratschläge offen zu zeigen. Ja, so soll es sein. Kapitel 4 Ein gewisser Alexander Brest erwartete Davies und Skorsky, die vom Jetman zu einem der kleinen Raumhäfen von Brooklyn gebracht wurden, der aus nichts weiter als einem betonierten Feld und einigen armseligen Blechhütten bestand. Zusammen mit Brest bestiegen sie ein Schiff, kaum größer als eine Orbitalfähre, die ihre besten Tage bereits gesehen hatte. Der Jetman teilte noch ein paar Informationen mit seinen neuen Geschäftspartnern. Sie werden sich einer Gruppe anschließen, die unter dem Kommando von Grigory Kalansky steht. Er befehligt eine Crew von zwölf Mann. Oh, hat Kalansky einen festen Stützpunkt, wollte Davies wissen. Nein, nein, er ist mobil wie die meisten Einheiten, aber er hat Anspruch auf ein beträchtliches Gebiet auf der Erde. Wir wissen immer, wo im Sonnensystem gerade was passiert ist. Gefechte, Unfälle und so weiter. Wenn wir von so etwas erfahren, schicken wir einen Trupp vorbei, der dem Geschehen am nächsten ist oder über ein schnelles Schiff verfügt. Die Menschen, die an diesen Plätzen auf Hilfe warten, schöpfen für gewöhnlich keinen Verdacht und sind leichte Beute. Vorausgesetzt, sie fangen eben nicht doch an, sich zu wehren oder davonzulaufen. Das führt dann oft zur Beschädigung der Ware. Aber jetzt, wo sie dabei sind, werden wir wohl etwas zielgerichteter vorgehen und uns Beute suchen, bei der wir nicht warten müssen, bis etwas passiert ist. Und bei der wir hoffentlich kaum Probleme haben werden. Skorsky hörte zu, auch wenn er seine Augen geschlossen hatte. Davies runzelte die Stirn. Und warum haben sie das nicht schon früher gemacht? Ich meine, das gezielte Jagen. Denken Sie mal nach, in einer Katastrophensituation hat man es viel einfacher, seine Spuren zu verwischen. Rettungseinheiten fangen nicht an, Gauner zu jagen, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Und sie verfolgen uns für gewöhnlich nicht, wenn wir geerntet haben. Das war bisher der einfachere Weg. Bisher, wiederholte Davies in Gedanken. Wenn er alles, was er bislang gehört hatte, in einen logischen Zusammenhang brachte, hielten die Menschen die Bedrohung durch die Flats nicht länger für eine jener düsteren Legenden, die man sich erzählte, um ein wenig Grusel zu verspüren. Die Beute schien inzwischen gefasst auf das Auftauchen dieser Aasgeier und hatte gelernt, sich zur Wehr zu setzen. Brest machte das Schiffstart klar. Die Triebwerke zündeten ohne Schub und der ganze Rumpf begann zu vibrieren. Wir werden in etwa 20 Stunden brauchen, bis wir die Erde erreichen, informierte Brest. Kalensky weiß von unserem Kommen. Der Jetman nickte und wandte sich anschließend an Davies und Skorsky. Na dann, auf eine gute und reibungslose Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen Glück. Mit diesen Worten verließ er das Schiff. Skorsky beobachtete ihn das, wie Brest sich auf den Start vorbereitete. Das Cockpit war eng und bot nur einem Piloten Platz. Für die beiden Passagiere bedeutete das, dass sie sich auf den Notsitzen im Frachtbereich niederlassen mussten. Sitzschalen und Rückenlehnen bestanden aus hartem Kunststoff und die Sitzpolster, die diese Bezeichnung keineswegs verdienten, waren abgerieben und durchgesessen. Es würde auch diesmal ein unangenehmer Trip werden, wie der, den sie mit den Bosco hinter sich gebracht hatten. Der ruppige Start und der holprige Flug durch die turbulente Marsatmosphäre war die genau passende Overtüre zu der Tortur, die danach folgte. Skorsky hatte kein Wort gesprochen, seit sie an Bord gegangen waren und Davies fragte sich unwillkürlich, was seinen Freund im Moment beunruhigte. Doch ehe er das Wort an ihn richten konnte, erhob sich Skorsky aus seinem Sitz und kam zu Davies, der ihm gegenüber saß. Was ist los, Mann? fragte Davies. Skorsky spähte vorsichtig ins Cockpit. Ich erkenne diesen Fahrzeugtyp, sagte er so leise, dass er kaum über das Brummen des Antriebs und der Schiffssysteme zu verstehen war. Damit ist man viel schneller als Brest behauptet und das Schiff ist in gutem Zustand. Du denkst also, er hat vor, einen Umweg zu fliegen? Er hat einen Zwischenstopp eingeplant, da bin ich mir sicher. Und warum sollte er das tun? Woher soll ich das wissen? Abwarten. Lass mich machen, okay? Skorsky setzte sich wieder auf seinen Platz und verfiel erneut in stirnrunzelndes Schweigen. Immer wieder studierte er die Anzeigen auf der Konsole, so gut es ging, und starrte aus dem Fenster, als fürchtete er, jeden Moment könne der Teufel höchstselbst hervor auftauchen und sie vom Himmel holen. Hin und wieder verließ Brest die Kanzel, um im Frachtraum irgendetwas zu überprüfen oder umzuräumen. Er widmete sich Listen und den Frachtetiketten auf verschiedenen Behältern, versicherte sich mehrmals über die sachgemäße Verankerung der Ladung und machte Eintragungen in seinem Datenpad. Nebenbei bemerkte er, Sie beide haben bestimmt spannende Geschichten zu erzählen. Wir haben genug Zeit und ich wäre sehr daran interessiert, eine davon zu hören. Es muss doch ziemlich aufregend sein, neue Welten kennenzulernen. Skorsky gab keine Antwort. Sein Gesicht verriet, dass er nicht den Wunsch hegte, sich auf eine Unterhaltung mit Brest einzulassen. Davies dagegen schien es sinnvoll, eventuell aufkommende Spannungen durch ein wenig Geplauder im Keim zu ersticken. Er antwortete, Scheint sicher schnell rumzusprechen, von wo wir kommen. Dass Rückkehrer eingetroffen sind, wird schnell die Runde machen und Wirbel auslösen, was? Brest beschwichtigte. Oh nein, seien Sie unbesorgt, das bleibt geheim. Nur der Mandarinen, der Jetman und ich wissen davon. Auch die Truppe von Kalansky hat keinen Schimmer. Ah ja, ganz abgesehen von den Tänzerinnen, warf Skorsky nun doch ein. Die haben alles mitbekommen. Brest stutzte einen Moment zu lange, bevor er sagte, Die Leibwächterinnen des Mandarinen sind loyal, da habe ich keine Bedenken. Ihre Zuversicht möchte ich haben. Skorsky musterte den Piloten. Und was ist mit Ihnen? Sie sind doch eigentlich nur ein Laufbursche, oder? Ihnen hat man es ja auch gesagt. Oder haben Sie so ein feines Näschen für Geheimnisse? Meine Aufgaben sind vielfältig, sagte Brest. Davis beugte sich vor und stützte die Ellenbogen auf die Knie, wie jemand, der bereit war, sich auf eine zwanglose Plauderei einzulassen. Also, Brest, was möchten Sie denn gerne erfahren? Brest schien zunächst nichts einzufüllen. Offensichtlich wusste er nicht so genau, was er hätte fragen können. Ja, ja, wie sind die neuen Welten so? Ha, tja, nicht anders als die, die wir gerade verlieren, antwortete Davis. Oder die wir angefangen haben zu verlieren, schon als wir aus unseren Höhlen krochen und die Zivilisation entdeckten, setzte Skorsky kryptisch hinzu. Brest nickte verstehend. Sie haben also nicht das Gefühl, dass Ihr Abenteuer sich gelohnt hat? Und Sie meinen, es ist besser, wenn wir bei unseren Feuerstellen bleiben, ja? Davis lochte. Es war manchmal nicht einfach, Skorsky zu folgen, wenn er eine seiner vielsagenden Bemerkungen aushustete, aber Brest hatte den Gedanken verstanden. Nein, Brest, das will ich nicht behaupten. Immerhin bieten sich einem die grandiosesten Anblicke, bevor man in Stücke geschossen oder von einem Cayman zerrissen wird. Brest lachte kurz und pflichtschuldig und dann fragte er unvermittelt, Ich habe gehört, es gäbe eine Zuflucht für Menschen, eine Art Paradies, in dem wir leben könnten, ohne Angst zu haben. Angst gibt es immer, Brest. Angst ist eine Realität. Naja, ich habe es eben gehört. Ein Gerücht, das man so erzählt. Und von wem haben Sie das gehört? Ah, ich glaube, das war in einer Bar auf dem Catalonia-Habitat. Bergbau-Region beim Ceres-Protoplaneten. Ach, das war nur Kumpel-Geschwätz, warf Skorsky ein. Wer unter Tage oder fern der Sonne arbeitet, wünscht sich immer an einen besseren Ort, oder? Es gab da einen Namen, versetzte Brest scharf, dem Skorskys Tonfall wohl nicht gefiel. Archer hieß der Typ, der dort war. Für nun. Und wo ist er jetzt? Brest, wollte Davis wissen. Weg, runtergetaucht. Oder vielleicht auch wieder dort. Brest zuckte mit den Schultern. Skorsky grunzte eine Verwünschung. All dieses Geschwätz macht einem das Hirn zu, Moose. Macht immer keine Illusion. Es gibt keinen Frieden zwischen den Sternen. Oder glaubst du, wir wären sonst zurückgekommen? Schwerer Fehler, dachte Davis, aber ehe er abwiegeln konnte, hatte Brest bereits seine Schlüsse gezogen. Unwillkürlich wanderte die Hand des Piloten zum Pistolenhälfter an seinem Gürtel. Ich dachte, euer Boss hat euch hierher geschickt, um mit uns zusammenzuarbeiten. Aber ihr wollt euch absetzen. Davis konnte nicht verhindern, dass ihm der Schweiß auf die Stirn trat. Immer mit der Ruhe. Diese Option besteht natürlich. Es wäre gelogen, zu behaupten, dass uns das nicht durch den Kopf gegangen wäre. Brest verstummte. Es war ihm zwar nicht anzusehen, ob und wie sehr ihn dieser neue Sachverhalt verunsicherte, aber mit Sicherheit überlegte er gerade, wie er damit umzugehen hatte. Der Verdacht stand jetzt im Raum. Er würde die nächsten Sekunden bestimmen und der ganzen Unternehmung eine neue Richtung geben. Warum genau haben Sie den Annäherungsalarm abgeschaltet, Brest? wollte Skorsky wissen. Brest sah kurz zu der Konsole im Cockpit hinüber. Ah, Sie kennen sich also mit solchen Schiffen aus, ja? Ich war Mechaniker, antwortete Skorsky. Und ich habe den Eindruck, dass Sie nicht ehrlich zu uns sind. Und auch nicht zu Ihrem Boss. Davis beobachtete den Piloten ganz genau und war darauf gefasst, dass er jeden Augenblick seine Waffe ziehen würde. Er meldete sich zu Wort. Also, Brest, da Sie davon ausgingen, wir stünden auf der Seite des Mandarinen, nehme ich mal stark an, dass er mit einem Zwischenstopp nicht einverstanden wäre. Oder zumindest nichts von einem Zwischenstopp mitbekommen soll. Und deswegen haben Sie nichts von einem unerwarteten Rendezvous gesagt, das die lange Reisezeit rechtfertigen würde. Lege ich da, richtig? In diesem Augenblick zog Skorsky einen kleinen Nadelwerfer aus der Innentasche seines linken Ärmels. Er war so winzig, dass er beinahe in dessen großer Handfläche verschwand. Schon gut, schon gut, stieß Brest hervor, hob die Hände und trat ein, zwei Schritte zurück. Nichts ist gut, knurrte Skorsky, erhob sich und hielt die Mündung der kleinen Waffe direkt vor das Gesicht des verdutzten Piloten. Leute, wir stehen noch auf derselben Seite, beeilte sich Brest zu versichern. Wir wissen doch eigentlich gar nicht, auf welcher Seite wir stehen, Brest. Auf der Seite derer, die ein gutes Gewissen haben wollen. Skorsky lachte bitter. Ja, genau, ein gutes Gewissen. Zeig mir jemanden, der behauptet, eins zu haben, und ich zeig dir einen toten Mann. Ah. Davis hob beruhigend die Hände und musterte den Piloten von Kopf bis Fuß. Also, ich find sein Statement gar nicht so übel. Es macht ihn mir sehr sympathisch. Also, Brest, wem aus der Liga der Idealisten mit sauberer Weste wollen Sie uns gerade vorstellen? Skorsky ging in die Kanzel, ohne Brest dabei aus den Augen zu lassen, und schaltete den Annäherungsalarm wieder ein. Unmittelbar darauf heulten ein paar Warnsignale auf. Eine Markierung begann im Navigationsmonitor zu pulsieren. Ein unbekanntes Schiff, ziemlich großer Pott, militärisch, informierte Skorsky seinen Freund. Aha, dann sind Sie also ein Flottenspion, folgerte Davis und sah Brest aufmerksam an. Nein, ich war nie beim Militär. Er bei den privaten Sicherheitsdiensten, widersprach der Pilot. Okay, aber wer sind Ihre Kumpel da drüben dann? Das Schiff ist die Athena und der Käpt'n heißt Arthur Blake. Und warum sind Sie mit der Flotte in Verbindung? Brest knifft die Lippen zusammen. Er wirkte wie jemand, der noch weitere Lügen und Täuschungen in petto hatte. Hören Sie, Davis, Blake arbeitet nicht mehr für die Flotte. Er hat sich selbstständig gemacht, aber kaum noch jemandem traut, der eine Uniform trägt. Davis runzelte die Stirn. Aha, und warum ist das so? Brest lächelte kurz und etwas bitter. Die Flets haben die Flotte unterwandert und Blake versuchte, ihn auf seine Art das Handwerk zu legen. Er hat Verbindungen und ein enormes Wissen über alle militärischen Strukturen, die den Regierungen der Erde verbleben sind. Und er weiß, wer mit den Verbrechern gemeinsame Sache macht. Skorsky schien dieser Enthüllung zu gefallen. Jedenfalls senkte er seinen Nadler. Lass sie mal an, deine Geschichten sind ja genauso spannend wie die, die du von uns Herren wolltest. Aber es sind starke Anschuldigungen. Blake muss das alles beweisen können, wenn er etwas ausrichten will. Brest nickte. Natürlich sucht er nach Beweisen. Aber damit es etwas bringt, müssen es ranghohe Offiziere sein, denen er ans Bein pissen kann. Und man muss ihnen nachweisen können, dass sie ein Netzwerk mit dem Handel von Menschenfleisch aufgebaut haben. Davis stand auf und betrachtete die Konsole mit den vielen Monitoren darauf. Das ist ja alles gut zu wissen. Aber wir werden der Begegnung mit ihrem heimlichen Bus vorerst aus dem Wege gehen. Aber warum? Ich bin mir sicher, er hat Arbeit für euch. Dabei könnt ihr nur gewinnen und darüber hinaus etwas Richtiges tun. Das ist doch was. Wir sind schon im Begriff, das Richtige zu tun, versetzt Skorsky. Deswegen leben wir noch. Und wir wollen, dass das so bleibt. Da macht ihr einen großen Fehler, Jungs. Ach, das haben schon viele zu uns gesagt. Und jetzt können wir auf ihren Gräbern tanzen. Davis zog nun seine Pistole aus dem Holster und schob den Piloten damit weiter nach hinten in den Frachtraum. Mr. Skorsky, würden Sie nun die Güte haben, uns nach Hause zu bringen? Direktkurs, bitte. Mach einen weiten Bogen um die Athena und sorg dafür, dass sie uns nicht folgen können. Skorsky verlor keine Sekunde und klemmte sich hinter das Steuerpult. Es wird schwierig werden, meinte er und erhöhte den Schub der Triebwerke. Aber ich sehe da einige Werte dieses Schiffes, die Rückschlüsse auf illegales Tuning zulassen. Davies sah Brest fragend an, während Skorsky ihm mitteilte, dass die Athena dabei war, auf Abfangkurs zu gehen. Wäre besser für Sie, wenn wir Ihren Freunden entkommen könnten, Brest. Natürlich überlegte Brest, wie er den beiden Männern klar machen konnte, dass ein Kontakt zu Blake nur zu ihrem Vorteil wäre. Hören Sie, Davis, wenn Sie Blake nur ein paar Minuten zuhören würden, dann könnte er Sie vielleicht umstimmen. Tja, genau davor habe ich Angst. Ich habe echt genug von Abenteuern und ihren Idealen. Also, drängte Skorsky den Piloten, wo ist die Energiezuleitung für den Booster? Kapitel 5 Brest war mit ein paar Kabeln gefesselt und saß auf dem Boden vor dem Cancel-Shot. Skorsky war es gelungen, die Athena abzuhängen. Sie passierten gerade die Mondumlaufbahn. Die dunkle Hälfte des grauen Trabanten war gesprenkelt mit den Lichtern unzähliger Siedlungen, die durch ein dichtes Straßensystem miteinander verbunden waren. Wie ein engmaschiges Netz überzog es den Erdtrabanten in feinen, hellen Linien. Davis stellte fest, dass die Lichter vieler alter Kolonien inzwischen erloschen waren. Zweifelsohne die Spuren heftigen Bombardements oder die Absturzstellen von Raumschiffen. Aber Wrackteile konnte er keine ausmachen. Gewissenhaft bargen Akkörte und kämen gleichermaßen ihre havarierten Schiffe, um zu verhindern, dass die Menschen sie an sich nahmen und erforschten. Auf Dauer würde das aber nicht funktionieren, dessen war sich Davis sicher. Die Invasoren mussten die Menschen deswegen nicht fürchten. Die Menschen würden die daraus entwickelten Waffen mit Sicherheit ohnehin gegeneinander richten, um ihre alten Reiche neu entstehen zu lassen, anstatt sich ihre Freiheit in einem Kampf gegen die Aliens zurückzuerobern. Skursky wandte sich an Davis. Wie wollen wir vorgehen? Klauen wir das Schiff und schmeißen Brest irgendwo raus? Davis beobachtete Brests Reaktion auf diese Worte, aber der blieb ausgesprochen ruhig. Wir werden sein Schiff nicht stehlen und er soll auch wieder zum Mandarin zurückkehren. Was? Warum? Er könnte uns verraten, wollte Skursky wissen. Und so einfach, es ist zu gefährlich für ihn. Wir wissen, dass er ein Verreiter ist. Und er wird den Teufel tun, zu riskieren, dass der Mandarin jemanden auf uns ansetzt, dem wir davon erzählen könnten. Skursky zeigte sich mehr als irritiert. Wie, du meinst also, wir steigen einfach aus und lassen den wegfliegen? Nein, das nun auch nicht. Davis setzte sich in den Sitz und wog seine Pistole in der Hand. Ums Kämpfen werden wir nicht rumkommen. Wenn er dem Mandarin erzählt, wir hätten ihn überwältigt und wären dann geflohen, wird man fragen, warum er nicht mit der Truppe von diesem, ähm... Kielenski, erinnert es Skursky. Schande über meinen Landsmann. Richtig, Kielenski. Man wird Brest auf jeden Fall fragen, warum er nicht sofort die Verfolgung aufgenommen hat. Brest schien diese Überlegung nicht zu behagen. Wollen Sie es etwa mit den Flätser aufnehmen? Die Greifertruppen bestehen aus hartgesottenen Leuten. Verlieren Sie doch, Davis. Na ja, aber wir haben das Überraschungsmoment auf unserer Seite und wir haben keine andere Wahl. Wir wollen Sie am Leben lassen, Brest, damit Sie weiter gegen den Mandarin konspirieren können, was ich sehr begrüße. Außerdem können wir so vielleicht verhindern, dass uns bis an unser Lebensende eine Truppe von Mördern nachstellt. Skursky brummte einen Fluch. Der Plan hört sich nach Selbstmordern, da muss ich Brest recht geben. Davis wusste nur zu gut, wie gefährlich ihre Lage war. Das Einfachste wäre es tatsächlich, Brest zu töten und einfach mit dem Schiff zu verschwinden. Aber er wollte nicht zur Erde zurückkehren und gleich ein Mörder werden. Wir machen es so, wie ich es sage, meinte er. Brest hatte weitere Einwände. Es sind zwölf Mann, die Kalensky befehligt. Verdammt fähige Leute. Das ist doch umso mehr ein Grund, sie auszuschalten oder etwa nicht. Die werden sich nicht so einfach überwältigen lassen, Davis. Davis wollte davon nichts hören. Erzählen Sie mir doch was, was ich noch nicht weiß, Brest. Der Transporter tauchte in die obersten Schichten der Erdatmosphäre ein. Die Hülle des Schiffes begann zu knirschen. Skursky zündete die Bremstriebwerke und erhöhte die Energie der Reflektorfelder. Auf einem der Monitore erschien die Markierung ihres Landepunktes. Ein bewaldetes Gebiet im Norden von Montana. Skursky lockte die Koordinaten ein und erhob sich aus dem Pilotensessel. Ärzte sollten Sie wieder übernehmen, Brest. Davis schnitt die Fesseln des Piloten durch, half ihm auf und schob ihn in die Kanzel. Keine Metzchen, Brest. Ich behalte dich im Auge, warnte Skursky. Während Brest den Kommunikationskanal öffnete, sagte er, Ich unterstütze euren Plan. Er könnte funktionieren. Und er scheint die einzige Option zu sein, die mir bleibt. Verdammte Scheiße. Er rief Kielenskys Truppe und erhielt nach einigen Sekunden eine Antwort. Sind die Wunderknaben an Bord? Die Stimme klang ungeduldig und forsch. Die sind bei mir, antwortete Brest. Und wie ist dein Eindruck von ihnen? Das kann ich noch nicht beurteilen. Ich hoffe mal, das sind keine Klugscheißer, die mir sagen wollen, wie ich meine Arbeit zu erledigen habe. Nein, keine Sorge. Die reden nicht viel, weißt du. Damit beendete Kielenski den Kontakt, was Davis ganz und gar nicht gefiel. Oh, wir wissen ja gar nicht, wie viele uns erwarten, ob es die ganze Truppe ist oder ob noch andere dabei sind. Brest schaltete einige Sensoren zu und erhielt auf dem Hauptmonitor ein Abbild der Umgebung des Landeplatzes. Man konnte einen Haufen roter Flecken sehen, die nach und nach verschwanden, bis nur noch etwa acht oder zehn von ihnen übrig waren. Das sind Kielenskis Leute, erklärte Brest. Ich nehme an, der Rest ist noch im Gleiter. Sicher ist er mit all seinen Leuten hergekommen. Brest machte eine Reihe von Eingaben auf der Konsole und aus einem Gewirr von Linien und Farbflecken bildete sich die Form eines Fahrzeuges heraus. Ein kleines, umgebautes Torpedoboot für 30 Mann Besatzung mit vergrößerten Triebwerken. Dazu gemacht, zuzuschlagen und schleunigst wieder zu verschwinden. Es stand auf einer Lichtung. Die Sonne war gerade untergegangen und der Wald hüllte die Wiese in seinen blauen Schatten. Skorsky hatte sich bereits seine Gedanken über ihr weiteres Vorgehen gemacht. Wir müssen das Ding wegputzen. Fährt kein Weg dran vorbei. Ja, aber nicht vor der Landung und auch nicht unmittelbar danach, meinte Davis. Davis wollte nicht, dass sich diejenigen verkrümeln konnten, die außerhalb des Bootes standen. Was gewiss passieren würde, sollten sie das Feuer zu früh eröffnen. Er wandte sich an Brest. Hören Sie, landen Sie so, dass wir mit den Geschützen ins Innere feuern können. Direkt durchs Frontshot. Also, ist das für eine Kanone, die Sie da unter dem Cockpit haben? Eine Schneider-Kampf. So wie Brest das sagte, schien er nicht viel von der Waffe zu halten. Feuer 20 Millimeter Explosivgeschosse. Feuergeschwindigkeit liegt bei zwei Schuss pro Sekunde. Nicht sehr effektiv, um mehrere bewegte Ziele zu treffen. Davis nickte einen Moment vor sich hin, bevor er antwortete. Aber es dürfte völlig ausreichend sein, um das Boot zu beschädigen und die Besatzung in Schacht zu halten. Kielenski und die Männer außerhalb müssen wir im Nahkampf fertig machen. Naja, ich habe ja nur dieses eine Geschütz, Gert-Brest, zu bedenken. Ich müsste schon einige gute Treffer landen, bevor sie das Shot schließen können und dabei etliche Leitungen erwischen, sodass die Besatzung das Feuer nicht erwidern kann. Okay, alles klar, sagte Davis. Passt auf. Wir gehen raus, wechseln ein paar Worte mit den Kerlen und dann eröffnen wir das Feuer. Ich fange mit dem Angriff an, wenn ich es für günstig halte. Wir erledigen so viele von denen, wie wir können. Dann zurück ins Schiff. Und dann pumpen wir das ganze Magazin ins Torpedoboot dort unten. So machen wir es. Brest konzentrierte sich auf die Landung und setzte das Schiff genauso auf, wie sie es besprochen hatten. Die Triebwerke verstummten. Die Flets standen vor ihrem Torpedoboot im hohen Gras verteilt. Sie waren allesamt bewaffnet. Skorsky war erneut in Schweigen verfallen und hatte diesen konzentrierten Gesichtsausdruck, als lief in seinem Kopf bereits der Kampf in allen Einzelheiten ab. Davis wusste, er würde sich voll und ganz auf seinen Kameraden verlassen können, der sich in allen bisherigen Kämpfen immer als zuverlässig erwiesen hatte. Brest öffnete das Schott und schritt die zwei Stufen der Leiter unter der Ausstiegsluge hinunter. Davis und Skorsky folgten. Sie liefen in geringem Abstand hinter dem Piloten durch das hohe Gras, bis Brest direkt vor Kalensky stand. Die Truppe der Flets verharrte an Ort und Stelle. Nur zwei von ihnen entfernten sich etwas, um die Neuankömmlinge in die Zange nehmen zu können, sollte etwas Unvorhergesehenes passieren. Davis hätte das genauso gemacht und hatte diesen Schritt daher in seine Überlegungen mit einbezogen. Das sind also die Typen, und die sollen uns nützlich sein, begann Kalensky ohne Brest zu begrüßen. Kalensky sah genauso aus, wie man sich den Anführer einer seltenen Truppe vorstellte. Groß, athletisch, glatzköpfig, mit einer Maori-Tätowierung, die die rechte Hälfte seines kantigen Gesichtes bedeckte. In seinen Händen hielt er ein kurzläufiges Gewehr. Ein Sortiment von Messern und eine schartige Machete hing an seinem Gürtel. Wer dem auch sei, mein Teil des Auftrages ist erledigt. Ich fliege wieder ab. Ob die nützlich sind, werden sie euch selbst beweisen müssen, antwortete Brest. Nein, nein, Brest, du wirst warten, bis ich mich entschieden habe, ob ich sie in meine Truppe aufnehme oder nicht. Brest überlegte einen Moment, ehe er antwortete. Okay, in Ordnung. Er wandte sich ab und stellte sich hinter Davis und Skorsky auf. Also. Er machte eine einladende Handbewegung. Beginnen Sie mit Ihrem Bewerbungsgespräch, meine Herren. Davis war nicht ganz wohl dabei, Brest im Rücken zu haben. Wenn Brest sich nicht an den Plan hielt, würde er ihn als Ersten erschießen und den Flats erzählen, dass er ein Verräter war. Eigentlich wäre das ein gutes Geschenk für die Flats, wenn man so darüber nachdachte. Hilfreich, um Vertrauen zu schaffen und sich selbst in ein günstiges Licht zu setzen. Kalensky verzog keine Miene. Also, was sollt ihr mir beibringen, was ich nicht schon längst selbst kann? Davis fixierte Kalensky. Also, ist im Moment schwer zu sagen. Nach ein paar Tagen im Einsatz wirst du mehr wissen. Ein paar Tage im Einsatz? Er sagt ihm, dass es soweit kommt. Ich gehe stark davon aus, dass der Mandarin davon ausgeht, dass es soweit kommt. Oder nicht? Kann sein, aber der hat ja auch nicht die Kosten und Verzögerungen zu zahlen, die ich in Kauf nehmen muss, wenn es irgendwo haken sollte. Davis konterte. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Sie können sicher sein, dass Ihr Boss ein sehr einträgliches Geschäft abgeschlossen hat und ein paar Unkosten verkraften kann. Davon will ich doch mal ausgehen. Er ist Geschäftsmann. Das ist sein Job. An Davis vorbei sprach Kalensky Breast an. Und du? Hast du schon eine Gehaltserhöhung bekommen? Oder hat man deine Provision erhöht? Breast zuckte mit den Schultern. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Kalensky lachte und zeigte dabei ein paar blitzende Goldzähne. Dann spuckte er aus. Krämer und Schafe. Wir sind Wölfe. Wir haben keine Lust, zufrieden zu sein oder uns auszuruhen. Kein Raubtier wäre so dumm, sich auch nur einen Tag Ruhe zu gönnen oder selbstgenügsam zu sein. Davis konnte dem nur zustimmen. Es war ihm unmöglich, sich an einen einzigen Tag in den letzten Jahren zu erinnern, an dem er sich hätte ausruhen können. Das sehe ich auch so. Ach, tust du das? Kalensky kam einen Schritt näher und durchbohrte Davis mit dem Blick seiner hellen, blauen Augen. Also gut, ich lasse mich auf den Deal ein. Aber sollten du und dein Kumpel sich als Belastung erweisen, dann war es das mit der Zusammenarbeit. Davis rechnete damit, dass Skorsky, der neben ihm stand, einen zynischen Kommentar abgeben würde. Aber er spieg weiterhin wie ein Grab. Also meinte Davis, alles klar, kann ich mit leben. Wir werden dich nicht enttäuschen. Kalensky beobachtete, wie seine Leute hinter Davis und Skorsky Aufstellung bezogen. Wir werden sehen. Mit diesen Worten trat der Flat etwas von den beiden zurück und wandte sich ab, um wieder an Bord zu gehen. In diesem Moment sprang Skorsky vor. Ein Messer blitzte in seiner Hand auf. Zwei-, dreimal stach er Kalensky in den Hals, der sofort zu Boden ging. Breast schoss auf die zwei Männer hinter Davis und Skorsky, bevor er sich umwandte und ins Schiff zurück eilte. Davis legte auf ihn an und jagte Breast eine Salve in den Rücken, die ihn niederstreckte. Die überraschten Flets hatten kaum Zeit zu reagieren. Skorsky erledigte einen weiteren mit seinem Nadelwerfer. Der dünne Pfeil traf die Frau in die Wange und das tödliche Gift darin tat sofort seine Wirkung. Davis wurde getroffen. Ein glühender Schmerz breitete sich in seiner Schulter aus. Er starrte auf ein Loch mit glimmenden Rändern in seiner Jacke, das eine Plasmaladung in das Leder und in seinen Körper gestanzt hatte. Der entsetzliche Geruch von verbranntem Fleisch stieg in seine Nase. Seine Knie wurden weich. Die typische Schockreaktion, wenn man von einem superheißen und beinahe lichtschnellen Geschoss getroffen wurde. Davis war erfahren genug, um damit umzugehen, verbiss sich den Schmerz und lief so gut es ging zurück in den Transporter. Keuchend erreichte er die Kanzel und ließ sich in den Sessel fallen. Die Kanone war bereits entsichert und ausgerichtet. Ohne zu zögern, betätigte er den Abzug. Die glühenden Lichtlanzen der Geschosse stachen ins Innere des feindlichen Bootes. Sie zerhackten und durchbohrten die Bordwände. Es gab eine Explosion im Inneren. Gut, es war den Piloten unmöglich, ihre Bordwaffen auf Skorsky auszurichten, ohne dabei die eigenen Leute zu gefährden. Davis sah, wie Skorsky unter Feuer genommen wurde und sich ins hohe Gras warf. Um seinem Freund Deckung zu geben, schwenkte Davis die Kanone herum und beharkte die Lichtung dort, wo er einige der Flats vermutete. Skorsky nutzte die Gelegenheit, robbte durch das hohe Gras und kehrte schließlich an Bord zurück. Davis spürte, wie ihn die Kräfte verließen. Warum hast du nicht gewartet, Skorsky? Ich sagte doch, dass ich zuerst... Hätte ich das getan, wären wir jetzt alle tot. Du hast zu lang gezögert. Skorsky zog Davis vom Pilotensitz herunter und ließ ihn neben dem verletzten Bress zu Boden gleiten. Der Pilot stöhnte und versuchte, sich aufzurichten, sagte aber sofort wieder zusammen. Warum hast du das gemacht? fragte Skorsky und holte ein Medipack aus einer Wandnische. Macht seine Story glaubwürdiger, erklärte Davis mit mutter Stimme. Du wirst überleben. Skorsky warf einen Blick aus dem Kanzelfenster und beobachtete, wie das Torpedoboot in Flammen aufging. Nach einigem Knopfdrücken hatte er das Schildsystem des Transporters hochgefahren. Es sind fünf entkommen, sagte er und zog Davis die Jacke aus. Die werden sich nicht mehr hierher wagen, solange noch ihr Schiff brennt und hochgehen könnte. Die muss ich noch schnell erwischen, ehe die sich zusammentun und sich einen Plan ausdenken. Davis war anderer Ansicht. Ach, Lassi, wir haben genug. Weißt ja nicht, was du da gerade redest. Mittels einer Keramikschere aus dem Medipack schnitt Skorsky ein Loch in Davis' Hemd und verstreute ein weißes Pulver auf das versenkte Fleisch. Er hat es nämlich schon recht vorhin. Wir müssen sie alle kriegen, sonst fliegt Brest auf und wir mit ihm. Ach, lass es drauf ankommen, widersprach Davis. Wir sind fertig. Skorsky setzte die Nadel einer Injektionsampulle an und drückte das weiche Material zusammen. Davis fühlte, wie sein Schmerz verging. Alle Geräusche begannen fern und dumpf zu klingen. Die Konturen der Welt verschwammen. Skorsky fuhr fort. Bei dieser Geschichte ist so viel Geld im Spiel, Mann. Der Mandarin wird alles daran setzen, uns zu erwischen. Wir dürfen niemanden der Flats am Leben lassen, der meint, Rache nehmen zu müssen. Brest, keuchte Davis, während er ins Dunkel stürzte. Nein, dem tue ich nichts. Berwickte Skorsky. Da würden wir uns ja auch noch mit diesem Blake anlegen. Brest muss sich nur eine gute Geschichte ausdenken. Ich werde dafür sorgen, dass er dafür carte blanche hat. Du verstehst? Davis verstand das nur allzu gut. Aber Skorsky sollte das nicht alleine tun. Es war zu gefährlich. Ich gehe jetzt. Skorskys Worte waren weit, weit entfernt und halten durch die Dunkelheit. Keine Zeit zu verlieren. Es gibt Messerarbeit zu erledigen. Kapitel 6 Als Davis erwachte, war es noch tiefste Nacht. Im Inneren des Schiffes herrschte Finsternis, bis auf den fahlen Schein der Monitor und Kontrolllämpchen, der aus dem Cockpit sickerte. Alles war ruhig und still. Nur das regelmäßige Atmen von Brest, dessen Wunden Skorsky ebenfalls versorgt hatte, drang an Davis' Ohr. Davis rappelte sich mühevoll auf und versuchte, aus dem Kanzelfenster zu spähen. Das Feuer rings um das Torpedoboot der Flats schien heruntergebrannt. Jedenfalls beleuchtete nur noch ein matter, rötlicher Schimmer die Bäume, die wie eine dunkle Mauer um die Lichtung standen. Davis war durstig und hungrig. Er musste unbedingt etwas zu trinken und einen Bissen zwischen die Zähne bekommen. Nachdem er sich wieder einigermaßen sicher auf seinen Beinen fühlte, begann er die Vorräte zu plündern. Alles nur synthetisches Zeug und im Vergleich zur Militärversorgung der Akator nichts anderes als Schweinefraß. Doch der Hunger ließ es wie ein Festmahl wirken. Davis hatte seinen Magen bereits gut gefüllt, als sich das Schott wieder öffnete und Skorsky ins Innere des Frachters trat. Er schaltete das Licht ein und verharrte für einen Moment reglos im Türrahmen. Das Bild, das Skorsky bot, war erschreckend. Seine Augen funkelten, als loderte darin ein unruhiges Feuer. Die Kleidung glänzte von getrocknetem und feuchtem Blut. In der Hand hielt er die Machete, die Davis zuvor an Skielenskis Gürtel gesehen hatte. »Vor dem Tore Zions stand der Enge«, intonierte Skorsky ein altes Gedicht. »Am Tag der Schlachtung war es, als ich ihn sah und schauderte. Die Stufen hinab schritt er, die Flügel ausgebreitet. Sein Schwert getaucht ins Schaulach, das Gewand getränkt in Abendrot.« Müde ließ Skorsky sich auf den Sitz an der Wand gleiten. Die Machete fiel ihm aus den Fingern und glitt klirrend über den Boden. Brest rührte sich etwas und dämmerte allmählich aus seiner Bewusstlosigkeit. »Wie geht es jetzt weiter?« Seine Stimme war kaum zu verstehen. Skorsky wirkte mit einem Mal zu erschöpft, um einen Vorschlag zu machen. Er saß nur da und starrte auf den Boden. Davis hingegen wusste genau, welche Schritte jetzt nötig waren. »Wir fliegen ein Stück nach Norden, dann verlassen wir das Schiff und sie kehren zurück zum Mandarin. Denken Sie sich eine Geschichte aus. Ich bin sicher, Sie sind gut darin, sonst hätten Sie gar nicht so lange überlebt.« Brest gab keine Antwort. Er rappelte sich auf und humpelte ins Cockpit. »Haben Sie ein bestimmtes Ziel?« Er startete die Maschinen und ließ den Transporter über die Baumwipfel schweben. »Nein, fliegen Sie einfach nach Norden, Brest.« Der Pilot gab sich alle Mühe, einen einigermaßen ruhigen Flug zu absolvieren, aber es gelang ihm kaum. Die Schmerzen und die Beruhigungsmittel machten es ihm unmöglich, die Maschine ruhig zu halten. Davis dagegen war zufrieden. Sollte Brest eventuell vorhaben, ihn auf der Flucht in die Fersen zu feuern oder sie zu verfolgen, würde ihm das nicht gelingen. Skorsky, der sich endlich aus seiner Starre gelöst hatte, ging Brest zur Hand, als Davis den Befehl zur Landung gab. Der Transporter ging auf einer von unzähligen Flüssen durchzogenen Wiese nieder, die sich zwischen zwei Bergflanken ausbreitete. Der wolkenlose Himmel leuchtete in purpur Tönen, während die Sonne aufging. Sie kletterte über eine niedrige Hügelkette im Osten und strahlte in das Tal hinein, das sich von dort aus nach Westen schlingelte. Ihr Licht fing sich in den flachsigen Spitzen von Pampasgras, das in der feuchten Ebene wuchs, und die jetzt wie in Feuerflammen glühten. Dichte Laubwälder bedeckten die Bergflanken, die in prächtigen Herbstfarben schimmerten. Auf einigen der höheren Gipfel lag bereits frisch gefallener Schnee, eine unberührte Wildnis von atemberaubender Schönheit. Jedenfalls sah Davis nichts, das auf menschliche Besiedlung hindeutete. Brest injizierte sich eine weitere Ampulle mit Schmerzmittel, während seine Passagiere das Schiff plünderten und sich die Rucksäcke mit allem füllten, was sie zum Überleben in der Wildnis benötigten. Alles klar, Brest. Versuchen Sie besser nicht, uns zu folgen, mahnte Davis und öffnete den Ausstieg. Keine Sorge, ich bin froh, wenn ich Sie nie wieder sehe, gab Brest ohne Zögern zurück. Von mir aus können Sie hier vor die Hunde gehen. Eigentlich wollte sich Davis nicht im Bösen von Brest verabschieden. Aber wie sollte man das jemandem klar machen, dem man erst vor ein paar Stunden in den Rücken geschossen hatte? Ich wünsche Ihnen alles Gute, Brest. Ach, zur Hölle mit Ihnen! Davis und Skorsky hatten nach einigen Stunden Fußmarsch die sumpfige Ebene hinter sich gebracht. Nun kämpften sie sich durch die Wälder, die den Bergrücken bedeckten, der das Tal westlich umfasste. Bald hatten sie es geschafft und standen an einem felsigen Pass, von dem aus sie weit in das Land rings umblicken konnten. Im Süden wurden die Berge niedriger und liefen in weites Hügelland aus, das in der Ferne wieder zu höheren Gipfeln anstieg. Die Erhabenheit dieses Anblicks beeindruckte Davis. Die Welt lag im goldenen Dunst des Herbstes. Die Luft war kühl, doch die Sonne stach heiß herab und hatte noch viel von ihrer sommerlichen Hitze in sich. In diesem Moment fielen alle Ängste und Befürchtungen von Davis ab. Die vergangenen Jahre, Monate, Tage und Stunden erschienen ihm lediglich wie ein böser Traum. Er fragte sich, warum er es jemals in Betracht gezogen hatte, die Erde zu verlassen und sein Glück zwischen den Sternen zu suchen. Diese Entscheidung war doch nichts weiter als ein fataler Irrtum gewesen. Ganz gleich, was für Probleme es gab und vielleicht noch geben würde, dies war die Heimat eines jeden Menschen. Er war zurückgekehrt aus dem Lande Oss und bereute nicht, was er dafür alles hatte tun müssen. Verraten, Lügen, Töten, Stehlen. Er hatte da nichts ausgelassen. Es ist nirgends besser als daheim, flüsterte er und genoss den kühlen Wind, der über den Felsgrat strich. Skorsky war noch immer nicht ganz bei sich. Die Ereignisse der vergangenen Stunden hatten Spuren in ihm hinterlassen, auch wenn er äußerlich bemüht war, den harten Kerl zu geben. Ich traue dem Frieden nicht, sagte er schließlich. Alles hat sich verändert. Auch hier, wir werden uns noch öfter unserer Haut erwehren müssen, glaubt mir. Wir werden nie mehr sicher sein. In der Ferne konnten Davis und Skorsky das Röhren von Triebwerken vernehmen. Das Dröhnen wurde vielfach von den Felswänden hin und her geworfen, bis es sich entfernte und verstummte. Das ist Brast, sagte Skorsky. Ich hoffe, der macht was aus seiner Chance. Wir haben lediglich etwas Zeit gewonnen. Ah, und das ist besser als nichts. Davis konnte sich noch immer nicht von der Aussicht abwenden, die seinen Blick gefangen hielt. Und er wollte sich jetzt auch nicht mit den möglichen Konsequenzen seiner Entscheidungen auseinandersetzen. Nicht jetzt, wo die Welt so friedlich zu seinen Füßen lag. Es war egal, welchen Weg sie eingeschlagen hätten. Keiner wäre angenehm gewesen. Für Davis stand im Vordergrund, wie wenig er sich dabei selbst zu verleugnen hatte. Wär es dir denn lieber gewesen? Fragte er Skorsky. Wir hätten uns auf den Deal eingelassen, wenn Gorak mit dem Mandarin ausgehandelt hat. Skorsky zuckte mit den Schultern. Es kommt darauf an, ob uns ein gutes Gewissen auf Dauer nützlich ist. Ich weiß nicht, ob uns das als Begründung ausreicht, um bis zum Ende unserer Tage als Einsiedler zu leben. Schließlich ist das Gewissen die veränderlichste aller Normen. Ende des Prologs Kapitel 7 Dominic Die Tage während und nach der Schlacht um Baratan zogen sich dahin. Nicht, dass Dominic sich wieder in den Kampf zurückgewünscht hätte, aber die Skitra war nicht für den Aufenthalt von Menschen konstruiert, was gewisse Probleme mit sich brachte. Die kleinen Schiffe, die aus Zuragsflotte stammten und nun als Unterkunft für Dominic und seine Kameraden dienten, standen in akkurater Linie im hinteren Teil des Hangars. Es handelte sich um vier Jagdbomber und einen Transporter. Alle Fahrzeuge waren beschädigt und boten nichts, das dazu ausgelegt war, der jeweiligen Besatzung einen längeren Aufenthalt angenehm zu machen. Besonders die Sanitärsysteme stießen schnell an ihre Grenzen. Doc Warden beschwerte sich zwar bei den Akkater, aber die hatten andere Probleme, als sich um die hygienischen Bedürfnisse der Menschen zu kümmern. Brooks wäre eigentlich dafür verantwortlich gewesen, den Fürsten darüber zu unterrichten und Abhilfe zu schaffen. Aber der Servan und seine Assistenten waren seit einigen Tagen verschwunden. Pff, ich werde den mal ordentlich vor die Offiziersquartiere scheißen müssen, meinte der Doc einmal, und tatsächlich gab es am nächsten Tag Gerüchte, er hätte seine Drohung wahrgemacht. Wie dem auch sein mochte, Dominic beschloss, den Fürsten auf der Brücke aufzusuchen und ihm von den Problemen zu erzählen. Er zweifelte zwar daran, dass ihm Hulen Mastrey Gehör schenken würde, solange noch Kampfhandlungen stattfanden, aber er musste es zumindest versuchen. Dominic suchte sich seinen Weg auf die Brücke der Skitra und lief dabei durch die schier endlosen Gänge des Schiffes. Der Weg war lang und anstrengender, als er vermutet hatte. Er bewegte sich wie ein Zwerg durch Gewölbe, die für Riesen geschaffen waren. Zu seinem Trost besaß die Umgebung ein faszinierendes Design, dessen Anblick ihn für die Plackerei entschädigte. Die geschwungenen Formen der Konstruktion verliehen den Räumlichkeiten des Schlachtschiffes ein Aussehen, als bewege man sich im Inneren eines ausgehüllten Baumes. Selbst der vorherrschende Geruch hatte etwas von verrottendem Herbstlaub in sich. Die Wachposten, die hier und da in der Einmündung eines Korridors oder einer Tür standen, behelligten Dominic nicht. Sie folgten ihm nicht einmal mit Blicken, um zu sehen, was er vorhatte. Entweder waren sie so arrogant, oder sie sahen in dem kleinen, unbewaffneten Menschlein schlichtweg keine Gefahr. Daher erreichte er auch den Kommandostand, ohne einmal die Münze hervorholen zu müssen, die ihm Hulen Mastrey gegeben hatte. Die Brücke war groß. Dominic meinte, sich in einer Kathedrale wiederzufinden, so gewaltig schien sie ihm. Eine kuppelförmige Decke wölbte sich über der Mannschaft, die im kleinen Senken im Boden ihren Tätigkeiten nachging. Das Flackern zahlreicher Monitore und Displays erfüllte die trichterförmigen Vertiefungen, die dadurch wie Schmelzgruben in einem Stahlwerk wirkten, wie Dominic einmal eines mit seiner Schulklasse besucht hatte. Über ihm leuchtete ein riesiges Hologramm, das Baratan und andere Welten zeigte. In der Projektion bewegten sich Symbole und Abbildungen von Akato- und Cayman-Einheiten. Als Dominic hinsah, erlosch gerade die Darstellung einer der immensen Cayman-Krallen. Nun fiel Dominics Blick auf das beeindruckende Brückenfenster. Es nahm den größten Teil des Kommandostandes ein und erstreckte sich bis ins Zentrum der Kuppel hinein, so dass man über sich die Sterne sehen konnte, die hinter dem Hologramm glitzerten. Vor dem Bug der Skitra schimmerte Baratan, auf dem noch immer gekämpft wurde. Seltsam, dass diese Anblicke nie an Faszination verloren, überlegte Dominic. Egal, wie oft man schon über den Rand eines Planeten hinweggeflogen war, man fühlte sich jedes Mal erneut wie einer der Götter aus dem antiken Pantheon. Und ebenso wie bei diesen Göttern mochten Tod und Vernichtung folgen, wenn man sich entschlossen hatte, eine der vielen Welten-Asgeruns zu betreten. Während Dominic seinen Gedanken nachhing, sprach ihn General Ito an, der mit Hulan Mastrey gekommen war und Zurag auf der Jadira unter Arrest gestellt hatte. Sein Pferdegesicht sah mürrisch aus. Es ist kein Bereich, in dem du sein darfst. Hier gibt es nichts, das für dich interessant sein könnte. Dominic musste sich ein Lachen verkneifen. Es stimmte, natürlich durfte er nicht hier sein, aber gerade deshalb gab es ganz gewiss viele Dinge, die für ihn interessant sein dürften. Die Tatsache, dass Dominic die Münze besaß, hielt Ito offenbar davon ab, ihn umgehend von der Brücke zu entfernen. Ich wollte mir nur mal das Schiff ansehen. Ich gehöre zur Garde des Fürsten und muss wissen, wie meine Umgebung aussieht. Ito winkte zwei Soldaten heran. Genug gesehen, man wird dich zu deinesgleichen zurückbringen. Zurück, in das stinkende Loch, ja? Ito gebot seinen Soldaten stehen zu bleiben. Was soll das heißen? Das heißt, wir leben wie in einem Schweinestall. Schweine? Ito musste einen Moment überlegen. Ah, ich verstehe. Inzwischen war Hulen Mestre auf die Unruhe aufmerksam geworden und kam näher. Die Soldaten nahmen Haltung an, bevor Ito sie wieder wegschickte. Podda, begann der Fürst. Was wollen Sie hier? General Ito kam Dominic zuvor. Kraikata to radasun, sagte er und sein Tonfall ließ darauf schließen, dass er der Meinung war, der Fürst bräuchte sich nicht um das Anliegen des Menschen zu kümmern. Doch Hulen Mestre schien sich sehr wohl für das Anliegen Porters zu interessieren. Was für Probleme gibt es denn? fragte der Fürst. Unsere Unterkünfte sind nicht angemessen. Es mangelt an Möglichkeiten für ausreichende Hygiene, erklärte Dominic. Hulen Mestre nickte verstehend und sagte dann, Ito wird jemanden finden, der das beheben kann. Der General sah für einen Moment aus, als hätte er eine Ohrfeige erhalten. Aber seine Irritation wehrte nur einen Augenblick. Er nickte. Ich werde mich darum kümmern. Mestre legte seine große Hand schwer auf Dominics Schulter und schob ihn in Richtung Fenster. Der Kampf ist fast vorüber, Porter. Dann fliegen wir nach Hause, wo neue Aufgaben auf dich warten werden. Nach Otrakhan? Oh ja, die schönste und großartigste aller Welten. Priester Fürst seinen Heimatplaneten. Dann deutete er auf ein Teleskop, das vor dem Fenster platziert war. Es war groß und verfügte über einen Sitz, um es sich darin bequem zu machen. Mestre forderte Dominic auf, darin Platz zu nehmen. Sieh dir Baraton an. Eine unserer ältesten Welten. Einstiger Sitz von aller Gelehrsamkeit. Dominic gab gewiss eine lächerliche Figur ab, als er wie ein Kind in den großen Sessel kletterte und versuchte, das Doppelokular vor die Augen zu bekommen. Als er es geschafft hatte, sah er den riesigen Baum, der ihn und seine Kameraden bei ihrer Ankunft beeindruckt hatte. Das gewaltige Bauwerk lag niedergestreckt inmitten der Stadt, die es umgab. Dominic erinnerte sich noch zu genau an das Donnern und daran, wie der Boden unter seinen Füßen gezittert hatte, während der baumartige Turm gefallen war. »Was ist der Kardai des Hauses Mestre? Das Gedächtnis unserer Dynastie?« erklärte der Fürst. Dominic ließ sein Auge über die Strukturschweifen, die flach wie der Abdruck eines Stempels auf den Stadttruinen lag. Ihm fiel auch das riesige Loch auf, das in der Mitte des Stumpfes klaffte und in die Tiefe des Planeten führte wie ein Brunnenschacht. Darin erkannte Dominic weitere Strukturen, die das Fundament durchzogen und weit in das Dunkel hinabreichten. Stockwerk um Stockwerk schraubten sie sich in die Planetenkruste hinein. Der Fürst erklärte weiter. »Dieser Kater ist uralt und steckt voller Geheimnisse. Hier wurde unsere Dynastie geboren, die erste und älteste Dynastie der Akator.« Allmählich wurde Dominic das Interesse klar, das Zurak an dieser Welt hatte. Sie gehörte ganz offensichtlich zum Entstehungsmythos der Akator und wenn es ihm gelungen wäre, sich deren Rückeroberung auf die Fahnen zu schreiben, würde er unbestreitbaren Ansehen und Einfluss gewonnen haben. Doch letztendlich war sein Vorhaben gescheitert. Mehr noch. Dadurch war es Hulan Mestray möglich gewesen, seinem Sohn zur Hilfe zu eilen und sich dadurch diesen Erfolg selbst zu sichern. Für Zurak gewiss mehr als eine kleine Demütigung. »Was geschieht jetzt damit?« Während Dominic das Trümmerfeld betrachtete, das sich vor seinen Augen ausbreitete, begann er daran zu zweifeln, dass der Kardai jemals wieder aufgebaut werden würde. Oder die Stadt, die er zum Teil unter sich begraben hatte. »Na ja, Porter, wir werden nachsehen, was die Cayman alles gestohlen haben.« »Und es zurückholen?« »Wir werden es auf jeden Fall versuchen.« »Na ja, die Feinde hatten doch bestimmt genug Zeit, alles Wertvolle von ihr wegzubringen.« Der Fürst verschränkte die Arme hinter dem Rücken und gab keine Antwort. Irgendwie glaubte Dominic, einen ihm unangenehmen Punkt angesprochen zu haben. »Was uns wichtig ist, muss den Käfern nicht unbedingt etwas bedeuten. Ich will hier einen Stützpunkt errichten und den Kardai wieder aufbauen.« Das war ausweichend. Es war anzunehmen, dass die Cayman alles, was ihnen unnütz erschien, bereits vernichtet hatten. Es dürfte hier also nicht mehr besonders viel vorhanden sein, dass es lohnte, gerettet zu werden. Oder etwa doch? Gab es außer der Anlage, die sein Sohn hier im Geheimen betrieben hatte, noch andere Dinge, die ein Geheimnis in sich bergen? Und warum hatte Miss Strange schon früher alles daran gesetzt, sich Baratan zurückzuholen, wenn es doch so bedeutend war? Inzwischen hatte Dominic gelernt, einfach alles zu hinterfragen und auch einem vermeintlichen Freund nicht zu trauen, solange sich dessen Treue nicht einige Male als echt erwiesen hatte. »Wir haben noch Arbeit vor uns.« Führte Fürst fort. Dominic kletterte wieder aus seinem Sitz. »Wir bleiben also noch länger hier auf Baratan?« »Ja, das werden wir.« Bestätigte Mestray. »Sollen wir uns also gefechtsbereit machen?« Wollte Dominic wissen. »Es wird nicht nötig sein. Ich werde mich nicht in den Kampf werfen. Planungen zur Wiederherstellung Baratans sind jetzt meine Aufgabe. Wir werden ein paar Stützpunkte installieren und dann abfliegen.« Wann genau das sein würde, darüber ließ der Akato Dominic im Dunkeln. Ihm wurde klar, dass das Interesse des Fürsten an Baratan durch die Aktionen seines Sohnes neu erwacht war. Was versuchte er dadurch zu gewinnen? Dominic hatte bisher den Eindruck gehabt, dass die Akato den Verlust Baratans hingenommen und sich damit abgefunden hatten. Warum Mestray jetzt nicht einfach davonflog und alles beim Alten beließ, schien Dominic rätselhaft? »Ich vermisse Servan Brooks«, meinte Dominic und glaubte im Gesicht des Fürsten eine Regung zu erkennen. »Die Kameraden machen sich Gedanken, wo er ist.« »Er hat seine Aufgaben.« Der Tonfall des Fürsten veränderte sich und Dominic bemerkte, dass ihm seine Fragen allmählich lästig wurden. »Ich bitte um Verzeihung. Es geht mich ja nichts an.« Ein paar Stunden später trafen Wohncontainer samt Generator und Aufbereitungsanlage ein, die von der Jadira stammten. Sie wurden neben den Raumschiffen platziert, in denen die Gardisten die letzten Tage zugebracht hatten. Dominic bezog die Behausung, die er auch schon zuvor genutzt hatte. Jetzt allerdings war auch Gardners Pritsche unbelegt. Dominic, Bowers, Leach und Kelman waren die einzigen Überlebenden von Wohncontainer 18a. »Hey Dom, denkst du, wir werden bald wieder kämpfen?«, wollte Kelman wissen. Dominic legte sich auf seine Matratze und sagte, »Wie soll ich das wissen?« »Na ja, immerhin hast du uns ja auch unsere gewohnten Betten besorgt. Ist doch so, oder?« »Ja, ich hatte die Gelegenheit, mit dem Fürsten darüber zu reden.« Kelman fasste nach. »Und sonst? Hast du nicht ein bisschen was darüber erfahren können, wie es jetzt mit uns weitergeht? Irgendwas über den Paradiesplaneten zum Beispiel? Es wäre das Erste, was ich wissen wollte, wenn ich so gute Kontakte zu Hulan Mestray hätte.« Dominic stieß ein knappes Nein hervor. Er hatte längst aufgehört, Gedanken an diese Zufluchtswelt zu verschwenden. Selbst wenn es sie irgendwo in den weiten Askeruns gab, die Okato würden den Teufel tun, sie dort hinzubringen. Es ärgerte ihn sogar, dass die Kameraden dieses Thema in den Stunden des Müßiggangs wieder aufgewärmt hatten. »Pass auf, Kelman, was ich glaube, ist, dass wir wieder Bekanntschaft mit den Caymen machen werden, die sich noch dort unten auf Baratana rumtreiben.« Dominics Kameraden waren ganz ohr. Bowers schwang ihre Beine über den Rand ihrer Pritsche und sah Dominic erwartungsvoll an. »Tja, frische Luft und ein guter Kampf sind gerade das, was uns allen abgeht.« »Brooks ist mit irgendetwas beschäftigt,« teilte Dominic seinen Kameraden mit. »Was wird er schon machen? Er wird bestimmt irgendwo rumschnüffeln,« bemerkte Bowers. Dominic wusste noch nicht so recht, was er von der Verwandlung von Bowers in eine Kämpferin halten sollte. Es kam ihm so vor, als wäre ein Teil von Stephanies Wesen in sie übergegangen. Oder war es einfach nur die Sucht nach einem mentalen Kontakt mit den Skelks, die in allen Gardisten loderte und die ihren Teil zur Missstimmung unter den Kameraden beitrug. Dominic erklärte weiter. »Also, ich vermute, es hat mit Baratana zu tun. Wir werden bestimmt bald wieder Gelegenheit haben, uns zu beweisen.« Kölnmann richtete sich auf. »Wie kommst du darauf?« »Na ja, Mestray hat irgendwie sein Interesse an diesem Planeten entdeckt. Und, als ich Brooks erwähnt habe, den wir ja schon seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen haben, schien ihm das Thema unangenehm zu werden.« »Warum, Dominic? Was meinst du?« »Kölnmann, woher soll ich das wissen? Aber ich glaube, da besteht ein Zusammenhang.« Kölnmann nickte kurz und sagte dann, »Ah, kann schon sein. Die ganze Crew macht sich inzwischen Gedanken darüber, was mit uns geschehen wird und ob wir in den Augen der Akato auch Verräter sind wie Zorak.« »Ich würde mich das an Mestrays Stelle auch fragen.« »Bisher schien Mestray mit den Verschwörern jedenfalls sehr moderat zu verfahren. Jedenfalls wurde niemand verhört und auch von den Akato-Fürsten und Soldaten war, soweit Dominic wusste, noch niemand hingerichtet worden.« Auch das kam Dominic seltsam vor. Jetzt, wo er darüber nachdachte, vermutete er, dass die Verschwörer, wenn man sie denn so nennen wollte, irgendein Druckmittel gegen den Fürsten in der Hand haben mussten. Irgendeine Information, die ihn bisher davon abhielt, Exempel zu statuieren. Angesichts des Aufwandes, den Zorak zu betreiben, imstande gewesen war, musste es viele und mächtige Mitwisser geben. Und wenn es sich wirklich so verhielt, dann konnte auch der Grund, der sie als Verschwörer zusammengebracht hatte, kein geringer sein. »Du machst dir zu viele Gedanken,« entgegnete Dominic zu Kermann, obwohl er die Worte genauso gut an sich selbst hätte richten können. »Ich werde schon dafür sorgen, dass die Leute zur Vernunft kommen und ihre Sinne wieder auf unsere Aufgabe richten können.« Tinas Bemerkung, dass Brooks gewiss mit Ermittlungen beschäftigt war, ging Dominic nicht aus dem Kopf. Es schien wahrscheinlich, dass Brooks auf der Jadira war, um die Mannschaft dort zu verhören. Dominic setzte sich auf und sagte, »Ich will, dass die Truppe in Uniform und ohne Waffen vor den Containern antritt.« Kermann sah Dominic überrascht an. »Es ist kurz vorm Mittagessen.« »Umso besser.« Dominic schien es fertiggebracht zu haben, den ehemaligen Sportler ausreichend streng anzusehen, denn dessen herablassendes Lächeln erstarb von einer Sekunde zur anderen. »Informier die Truppe, Kermann. In 20 Minuten fliegen wir ab auf die Jadira, um zu trainieren.« Kermann wechselte einige Blicke mit Bowers und Leech. »Los jetzt, Soldat!« Befall Dominic und Kermann schwangen sich von seiner Pritsche. Unter säuerlichem Gemurmel verließ er den Container, um bei den anderen Soldaten anzuklopfen. »Bowers?« Die junge Frau sprang von der Bettkante herunter auf den Boden und nahm Haltung an. »Sagen Sie Foster Bescheid. Sie soll den Transporter startklar machen und Roderick Miles herholen.« »Die Arcato werden das bestimmt nicht zulassen.« »Nicht dein Problem, Bowers. Wir werden schon sehen, was sie machen.« Etwas später. Tina Bowers hatte zumindest insoweit Recht, dass die Hangermannschaft das Treiben der Menschen, die die Aufstellung vor ihren Behausungen nahmen und sich abflugbereit machten. Daher dauerte es nicht lange, bis ein Arcato-Offizier auftauchte und sich vor Dominic aufbaute. Es war ein junger Arcato, der die Sprache der Menschen nur zum Teil beherrschte und umso aufgeregter wurde, je mehr seine Versuche scheiterten, sich verständlich mitzuteilen. Schließlich holte er einen seiner Vorgesetzten, der in adäquatem Französisch versuchte, herauszufinden, was hier gerade passierte. Knopp teilte ihm Dominic mit. »Ich spreche kein Französisch. Versuchen Sie es doch mit Deutsch. Das verstehe ich immerhin ein bisschen, wenn Sie schon kein Englisch sprechen wollen.« Der dunkelhaarige Hühne in seiner grünen Uniform stemmte die Fäuste in die Hüften. »Untel Merde. Je ne voulais pas plier ma langue. Ma bien.« Er kouchte, als würde ihm die Vorstellung, sich mit einem Menschen unterhalten zu müssen, Schmerzen verursachen. »Je parle un peu l'anglais.« »Gut. Ich möchte mit meinen Leuten auf die Jadira zurück. Wir sind Soldaten und haben seit Tagen keine Trainingseinheiten mehr absolviert. Es besteht die Gefahr, dass wir in Schlagkraft verlieren.« »Du bist tatsächlich besorgt um die Schlagkraft eurer Truppe, ja?« Er gab sich kaum Mühe, seinen Akato-Akzent zu vermeiden. »Wolst der Fürst denkt, er würde euch weiterhin benötigen, hätte er bestimmt dafür Sorge getragen, euch zu schleifen und in Bereitschaft zu halten. Meinst du nicht, Mensch?« »Na ja, Miss Drey hat viel zu tun, oder? Kann es doch sein, dass er etwas vergisst.« »Du wagst viel, kleiner Mann. Woher willst du wissen, was unser Fürst möchte?« »Ich war gerade auf der Brücke,« informierte Dominic und registrierte mit Behagen, wie der Akato-Offizier einen Kloß herunterschluckte. »Wirst, würdest du gerne in deinen Träumen?« »Er hat mich durch das große Teleskop sehen lassen und mir erklärt, dass der Kadai einen wichtigen Ort für sein Haus darstellt. Er will einige Stützpunkte errichten, bevor wir wieder nach Otrakan fliegen. Und sein Ziel besteht darin, den Kadai wieder aufzubauen. Das dürfte Ihnen bekannt sein, oder etwa nicht. Mir jedenfalls hat er das gesagt. Also ziehe ich in Betracht, dass er eine trainierte Truppe bei sich haben möchte, wenn er vorhat, seinen Fuß nochmals auf Baratan zu setzen. Und es ist meine Aufgabe und nicht die des Fürsten für einen Trainingsplan zu sorgen und diesen umzusetzen. »Du bist Porta. Jetzt dacke ich dich wieder.« Dominic wusste nicht, wie er diese Worte deuten sollte, aber der Akato schien seinen Widerstand aufzugeben. Er knirschte lediglich eine Weile mit den Zähnen, bis er das Wort »Merd« knurrte und Dominic dabei von Kopf bis Fuß musterte. Seine dunklen Augen funkelten aufgeregt, aber nach einigen weiteren Momenten des Zögerns machte er den Weg frei. Der Trainingsraum auf der Jadiera war das richtige Terrain, auf dem Roderick Miles sein Talent als Schleifer unter Beweis stellen konnte. »Was ein paar Tage des Faulenzens doch für Schlappschwänze ausreich gemacht haben«, brüllte er durch die Halle und war sich auch nicht so gut dafür, Dominic ins Gesicht zu schreien, wenn ihm etwas missfiel. Auf dem Parkour gab es keine Ränge, keine Hierarchie. Hier hatte allein der Drill-Instructor das Sagen. Es war ohnehin recht erstaunlich, wie gut Miles bei allen Trainingseinheiten mithalten und sich währenddessen die Seele aus dem Leib schreien konnte. Das Gefechtstraining mit holographisch erzeugten Caymen und Skalcs verlangte den Soldaten alles ab. Auch Miles kam dabei an seine Grenzen und wurde einige Male von Stromstößen und Kraftfeldimpulsen zu Boden geworfen, die Treffer aus Schusswaffen oder Schläge von Klauen, Fäusten oder Klingen simulierten. Es gab so einige Augenblicke, in denen Dominic bereute, die ganze Sache überhaupt erst angeleiert zu haben. Er war dankbar, als Servan Brooks auftauchte und das Training beendete. Sofort begann Brooks zu schimpfen. »Wen dürfte doch klar sein, dass dieses Schiff eine Sperrzone darstellt, Porter?« Angestrengt stieß Dominic hervor. »Ah ja, weil es in eine Verschwörung verwickelt ist?« »Sie scherzen, Brooks. Verhört man denn gerade den Schiffskomputer?« »Es ist ein Beweisstück«, versetzte Brooks. »Alles, was hier vorgefallen ist, steht unter dem Schatten des Verdachtes.« »Ach, Brooks, dann sorgen Sie doch dafür, dass wir auf der Skitra-Trainingsräume bekommen. Da muss ich nicht hierher kommen.« »Keine schlechte Idee, Porter. Dort können Sie mit den Akato trainieren. Ich kann das anordnen, wenn Sie wollen.« Der Gedanke erschreckte Dominic. Die Akato waren unberechenbar, wenn sie einmal in Rage waren. Bei ihren Trainingseinheiten waren sie nicht zimperlich. Er wandte sich an Miles. »Die Truppe soll weitermachen.« Noch ehe Brooks einen Einwand erheben konnte, schob ihn Dominic beiseite. Die Berührung an seinem Arm empfand der Servan augenscheinlich als plump vertraulich. Entröstet baute er sich vor Dominic auf. Aber Dominic kam ihm abermals zuvor, als er sagte, »Sie sollten dankbar sein, Brooks.« »Ah ja? Wofür?« »Das erkläre ich Ihnen jetzt.« »Die Zeit der Langeweile hat dafür gesorgt, dass die Leute sich Gedanken machen. Und das ist nicht sehr vorteilhaft.« »Was sind das für Gedanken, Porter? Ob wir zwischen die Mühlsteine geraten könnten zum Beispiel? Und ob wir vielleicht verheizt werden sollen, weil wir inzwischen zu viel über die Ränke und Geheimnisse innerhalb des Hauses Mestray wissen?« Solche Gedanken sind das, Brooks, und auch der Fürst scheint nicht ganz ohne dunkle Schatten auf seiner Persönlichkeit zu sein. Dominic konnte nicht mit Gewissheit sagen, ob die Überlegungen seiner Kameraden in dieselbe Richtung gingen. Aber es machte ihm Spaß, einfach einen Stein in den Teich zu werfen und zu sehen, was die Wellen ans Ufer spülen würden. Tatsächlich zeigte die ansonsten so versteinerte Miene des Servan deutliche Risse, in denen seine Unsicherheit zum Vorschein kam. Schließlich versetzte Brooks, »Egal, was passiert, Porter. Sie werden ihre Pflicht tun. Dazu hat man sie geholt.« »Ich sehe, dass wir uns verstehen,« sagte Dominic zufrieden und erlegte eine Spur Überheblichkeit in seiner Worte. »Ich habe mich entschlossen, genau dafür Sorge zu tragen und die Leute wieder auf Linie zu bringen, Brooks. Nach dem Training werden Sie nichts weiter wollen als schlafen, anstatt sich Fragen zu stellen, die ihr Pflichtbewusstsein untergraben könnten.« »Sie sprechen von Verrat, Porter.« »Nein, ich spreche von Enttäuschung.« Dominic war mit seiner Entgegnung sehr zufrieden. Sie implizierte eine vorausgeschickte Entschuldigung, sollte es auf Seiten der Gardisten zu Nachlässigkeiten kommen.« Dominic erklärte weiter. »Man dient nicht gerne, wenn man nicht vertraut. Und Menschen, die keine Illusionen mehr haben oder die davon ausgehen müssen, dass man sie verarscht, neigen dazu, Dummheiten zu machen.« »Ich will Mastray keine Gefahr aussetzen, nur weil jemand die Hoffnung verloren hat.« »Prooks, die Leute machen sich von Anfang an Gedanken darüber, was mit unseren Vorgängern passiert ist. Bis jetzt wissen das nur wenige, aber ich glaube kaum, dass es für immer unser dunkles Geheimnis bleiben kann. Wenn das erstmal rauskommt, bricht hier das Chaos aus. Deswegen halte ich mich zurück.« Brooks fixierte Dominics Gesicht und sagte, »Und was ist mit Ihnen? Sind Sie inzwischen ernüchtert?« »Ich bin guter Dinge«, log Dominic. Auch er war davon überzeugt, dass er noch viele Enttäuschungen erleben würde. Aber ich habe auch immer noch einen unruhigeren Schlaf, wenn mir Fragen durch den Kopf gehen. »Und Sie meinen, ich kann da Abhilfe schaffen, Porter?« »Sagen wir so, Brooks, ich will ein Stück des Weges mit Ihnen gehen und mir ein Bild machen.« Brooks wirkte skeptisch. »Und das würde Ihrer Truppe dann nützen, ja?« »Ich gehe stark davon aus,« antwortete Dominic. Er war selbst sehr überrascht, dass er es wagte, auf dieser Ort mit dem Servan zu sprechen. Konnte das vielleicht eine Form von Verzweiflung sein, die Dominic noch nicht bereit war, sich einzugestehen und die ihn vielleicht mutiger machte, als es für ihn gut war? »Sehen Sie, Brooks, wenn meine Leute sehen, dass ich mir keine unnötigen Gedanken mache und guter Dinge bin, wird sie das beruhigen.« Brooks runzelte die Stirn. »Ja, vielleicht, aber der Fürst hat auch andere Mittel und Wege, Soldaten gefügig zu machen.« Dominic nickte knapp. »Ja, da bin ich mir sicher, Brooks, aber irgendwie klingt das doch nach Hilflosigkeit, oder nicht?« Der Servan hielt sich einen Moment mit weiteren Worten zurück. Ihm war anzumerken, dass er Dominic recht gab. Dominic fuhr fort. »Mein Vater hat mir mal eine Geschichte erzählt. Er war ebenfalls Soldat. Ein guter, wie ich gehört habe. Er hatte die Angewohnheit, seine Zigaretten zu Ende zu rauchen, auch wenn um seine Truppe herum die Granaten einschlugen. Irgendwie hat das immer geholfen, seinen Leuten die Befürchtungen zu nehmen. Jedenfalls hat er mir das so erzählt. Das ist ein einfacher Trick, Porter. Hätte eine Granate eingeschlagen, hätte es niemanden gegeben, der sich darüber beklagen könnte. Die Fehleinschätzung und die Legende wäre mit ihrem Vater gestorben. Tja, aber es hat anscheinend oft genug funktioniert. Mein Vater galt als unverwundbar.« Brooks lächelte knapp. »Ein weiterer MacArthur, der alte Porter, was?« Dominic wusste mit diesem legendären Namen etwas anzufangen. »Ja, soviel ich weiß, flöste MacArthur seinen Männern Vertrauen ein.« Brooks Blicke wanderten abschätzig über Dominic hinweg. »Sie muten sich zu viel zu, Porter. Breite Schultern wachsen einem erst über die Jahre. Und sie, Porter, sie sind noch zu schmächtig, um Lasten tragen zu können und dabei auch noch zu lächeln.« Dominic war damit nicht einverstanden. »Mein Vater war auch noch sehr jung, als er sich zum Dienst gemeldet hat. Er hat schon früh viel Verantwortung getragen.« »Ach so, und Sie denken jetzt, Sie hätten etwas von seinen Fähigkeiten geerbt, ja?« Dominic nickte. »Beweisen Sie mir doch das Gegenteil, Brooks. Versuchen Sie es. Machen Sie schon.« Brooks überlegte eine Weile mit mürrischem Gesicht, aber dann hältte sich seine Miene unvermittelt auf. »Gut, ich werde Ihnen ein paar Einblicke gewähren, Porter. Mal sehen, wie sich das auf Ihre Gemütsverfassung auswirkt.« »Es könnte spannend sein.« »Als Dominic Anstalten machte, sich mit Brooks zu entfernen, rief Roderick Miles.« »Was soll ich der Truppe noch antun?« Dominic fiel es noch immer schwer, sich in seine Verantwortlichkeiten als Chef der Gardisten hineinzufühlen. Zumindest bereitete ihm das Prozedere, sich in Routineabläufen wie ein Offizier zu geben, noch große Probleme.« »Äh, ja, Miles, machen Sie mit dem Drill weiter, solange Sie es für richtig halten.« »Und was, wenn uns der Fürst benötigen sollte?« »Dann haben Sie das Kommando, bis ich wieder zur Truppe stoße.« Miles fühlte sich damit augenscheinlich unwohl. Dominic wusste, dass Miles sein Kommando mit Freuden abgegeben hatte und nur ungern wieder in diese Rolle zurückgedrängt werden wollte. »Dürfte ich vielleicht wissen, was Sie vorhaben, Porter?«, fragte Miles. »Es geht mich zwar nichts an, aber ich stehe nicht gern als der Ahnungslose da, wenn man mich etwas fragt.« »Natürlich ging es ihn etwas an«, dachte Dominic. Der Unmut der Truppe war etwas, das auch ihn betraf und mit dem er umgehen musste. Aber außerhalb des Drills war er zu sehr Kumpel für die Kameraden und besaß zu wenig Abstand, um den Ärger seiner Leute an sich abprallen zu lassen. »Brooks wird mir ein paar Dinge zeigen«, sagte Dominic, »die mir Klarheit über unsere Situation verschaffen sollen. Wenn man sie fragt, dann bin ich einfach mit dem Servan unterwegs. Es dürfte als Information ausreichen.« Miles salutierte lässig und ohne sich um Haltung zu bemühen. »Wünsche Ihnen Glück.« Damit wandte er sich wieder den Soldaten zu, die gerade in ein Handgemenge mit holographischen Gegnern verwickelt waren. »Ich hoffe«, sagte Brooks, indem er eine skeptische Miene aufsetzte, »dass Ihnen die Informationen gefallen werden. Aber ich habe gelernt, dass es besser ist, keine Fragen zu stellen und keine Geheimnisse zu lüften. Unwissenheit ist nicht selten ein Segen.« »Das sage ich Ihnen jetzt nur als letzte Warnung, Porter.« Diese Erfahrung hatte Dominic inzwischen auch schon gemacht. »Ach, Brooks, wie ich schon gesagt habe, offene Fragen würden mir eher den Schlaf ruinieren.« »Gut, dann gehören Sie also zu den Patienten, die eine klare Diagnose wünschen, was?« »Der Vergleich war perfekt.« »Ja, ausdrift es ziemlich genau. Aber manche Menschen, Porter, können mit klaren Fakten nicht umgehen.« Brooks machte sich daran, die Halle zu verlassen, während Dominic ihm folgte. Er sah Dominic kurz an und sagte dann, »Ich hoffe, Sie überfordern Ihre Leute nicht, wenn Ihnen die Zigarette aus dem Mund fällt.« »Klicke auf den Link unter dem Video. Er führt dich auf den Shop von www.bloodword.com. Nutze dort den Rabattcode GOTHREG. Damit kannst du dir dieses Hörbuch kostengünstig bestellen. Und darüber hinaus unterstützt du mich in meiner Tätigkeit als Autor. Dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Und nun geht es weiter mit dem nächsten Kapitel. Viel Spaß.« Kapitel 8 Servan Brooks und Dominic bestiegen ein winziges Schiff, einen Aufklärer, um damit nach Baratan zu fliegen. Der Servan setzte sich auf den Pilotensitz und steuerte das kleine Fahrzeug auf die Ruin der Stadt zu, die sich als sternförmiges Muster auf der Planetenoberfläche abzeichneten. Dabei erklärte er, »Die Stadt heißt Utrakay, die älteste Metropole im Reich der Akator. Ursprung aller Häuser unserer Herren.« Diese Information stellte für Dominic nach dem Gespräch mit Mestray nichts Neues mehr dar. Immerhin konnte er sich selbst dafür loben, bereits in diese Richtung gedacht zu haben, als sie mit Surak nach Baratan kamen. »Aha, deswegen also der ganze Trubel, was?« Brooks antwortete, »Oberflächlich betrachtet ja.« Das Schiff kreiste über den Dächern der Stadt und sank schließlich einem Flugfeld entgegen, auf dem etliche Akator-Schiffe standen. Es herrschte sehr viel Betrieb, der anzeigte, wie ernst dem Fürsten die Errichtung eines Stützpunktes war. Brooks fuhr fort. »Utrakay ist ein Symbol, und wie jedes Symbol muss es mit Inhalt gefüllt werden. Ja, aber der Inhalt ist für jeden ein anderer. Als Fremde haben wir zumindest den Vorteil, von außen auf die Angelegenheit zu schauen. Das hilft uns dabei, einen klaren und nüchternen Blick zu behalten.« Das Schiff setzte auf, Brooks schaltete die Triebwerke ab und trat mit Dominic ins Freie. Draußen war es heiß und die Sonne stach auf den Landeplatz herab, als wolle sie die asphaltartige Landefläche schmelzen. Staub wirbelte durch die Luft und der Lärm von Boden- und Luftfahrzeugen lag über der Stadt. Brooks hielt mit weitausholenden Schritten auf einen offenen Transportgleiter zu, der gerade mit allerlei Waffen beladen wurde. Er sprach mit dem Fahrer, und der hieß, die beiden Menschen sich auf die Landefläche zu setzen. Kurz darauf ging die Fahrt in Richtung Stadtzentrum los, wo sich der geborstene Stumpf des Kardai wie eine schartige Bergkette über die Häuser erhob. Brooks sprach die ganze Zeit über kein Wort. Er starrte auf den Boden und schien nachzudenken. Dominic konnte förmlich sehen, wie er in seinem Geist Worte und Sätze formte, um sie ihm als präzise gesetzte Halbwahrheiten oder Täuschungen vorzusetzen. Gewiss würde vieles ungesagt bleiben, und Dominic wünschte sich nichts mehr, als die Fähigkeiten eines kühl und analytisch denkenden Menschen zu besitzen, der jede Finte sofort durchschauen und kluge Gegenfragen stellen konnte. In diesem Moment dachte er an Psycho zurück. An Cyrus Corrin, der sein Kamerad auf der Zoar gewesen war. Mit ihm hätte Brooks kein leichtes Spiel gehabt. Der Gleiter jagte den breiten Boulevard entlang bis zu einem der Torbögen, die ins Innere des Kardai führten. Dort hielt der Fahrer an und ließ seine Fahrgäste aussteigen. Auch hier herrschte ein reges Durcheinander. Dominic sah unzählige Akator, die nicht in die Uniform der Flotte gekleidet waren. Ein großes Schiff schwebte über das rissige Gemäuer des Kardai, das wie eine gewaltige, scharfkantige Krone jenen Abgrund umgab, den Dominic von der Skitra aus gesehen hatte. Das Fahrzeug gehörte ebenfalls nicht der Flotte an und schien zivil zu sein, sofern Dominic das beurteilen konnte. Er hatte bisher noch nicht viele zivile Schiffe der Akator zu Gesicht bekommen. »Kein Militär?« fragte er unsicher. Brooks nickte. »Ja, der Fürst hat Unterstützung angefordert.« »Schön und gut, aber warum denn Zivilisten?« »Das sind gute Leute, Porter. Logistiker, die sich schon oft bewährt haben.« »Aha«, machte Dominic. Offenbar konnte Mestray zurzeit keine weiteren Kampfeinheiten entbehren und musste deshalb auf zivile Dienstleister zurückgreifen. Er fragte, »Aber kann der Abtransport nicht warten?« »Zumindest, solange woanders noch gekämpft wird?« Brooks verschränkte die Arme hinter dem Rücken und gab Lapida zurück. »Man muss die Gelegenheiten nutzen, wie sie sich bieten. Und gekämpft wird immer irgendwo.« Das Zeug musste wichtig sein. Dominic tippte auf Waffen und Munition. Aber warum waren die Sachen noch alle hier? Warum hatten die Cayman den Turm nicht schon längst geplündert und alles weggeschafft? Sie durchschritten den Torbogen, gingen vorbei an Einmündungen zu Korridoren und Gängen, bis sie an den Rand des Schachtes kamen, der in zahllosen Etagen und Stockwerken in die Tiefe führte. Für einen besseren Blick in den gigantischen Abgrund spähte Dominic durch die Streben eines verbogenen Geländers und erkannte Plattformen, auf denen Transporter standen, die gerade beladen wurden. »Na, Porter, was ist jetzt?« »Hattest Ihnen die Sprache verschlagen?« »Na, machen Sie schon. Stellen Sie Ihre Fragen.« In Brookes bemüht herablassender Stimme lag ein Unterton von Anspannung, den Dominic recht deutlich wahrnahm. So direkt darauf angesprochen fiel ihm nichts ein. Dass hier wichtige Gegenstände fortgebracht wurden und noch dazu unter ziemlichen Zeitdruck, das war nur zu offensichtlich. »Warum haben die Cayman das ganze Zeug hier gelassen?«, wollte Dominic wissen. Brookes trott näher an das Gelände heran und meinte, »Na ja, Porter, wenn Sie gekonnt hätten, hätten Sie das alles bestimmt gerne mitgenommen.« »Und wer hat Sie dann daran gehindert?« Brookes lächelte mitleidig. »Denken Sie ein bisschen nach, Porter. Sie kommen gewiss darauf.« Dominic wollte das Wort nicht aussprechen. Als es ihm in den Sinn kam, musste er sofort an Stephanie denken. »Gothrax?«, der Savan bestätigte. »Ja, Gothrax.« »Unschätzbar wertvolle Kampfgefährten. Auch wenn man ihnen kritisch gegenübersteht oder vielmehr der Art und Weise, wie sie ins Dasein kommen.« Dominic schluckte. »Ja, aber das müssen ja Massen dieser Monster gewesen sein, wenn sie einer Armee von Cayman über Jahre hinweg die Stirn bieten konnten.« Als hätte der Gedanke sie angezogen, schlichen zwei der Ungeheuer aus einem der Korridore. Sie schnupperten kurz in die Luft und setzten dann ihren Weg fort, ohne die beiden Menschen weiter zu beachten. Brookes nächste Worte waren eine Mischung aus Abscheu und Resignation. »Sie haben sich bewährt, die Gothrax.« Und dieser Umstand wird letztendlich darüber entscheiden, ob dieses Programm eingestellt wird, das Zurag gestartet hat oder nicht. »Der Fürst wird das nicht zulassen. Das kann er nicht.« Diese Bemerkung war unüberlegt und der Entrüstung geschuldet, die Dominic empfand. Sie erwarten zu viel vom Fürsten Porter. Auch Mistray ist nur ein Mensch. Brookes winkte einen Soldaten heran, damit dieser einen Gleiter anforderte, der kurz darauf angeflogen kam. Das Ding diente lediglich dazu, die Krieger auf ihren Patrouillen zu unterstützen und hatte sechs Sitze, die allesamt besetzt waren. Zwei der sechs Akato stiegen aus, um Brookes und Porter an Bord zu lassen. Brookes wechselte ein paar Worte mit dem Piloten, der das Fahrzeug in den Abgrund steuerte und immer weiter hinab sinken ließ, bis kein Tageslicht mehr in den Schacht zickerte. Der Servan kommentierte die zunehmende Dunkelheit, die das Fahrzeug und seine Insassen umfing. Am Grund der Grube finden sich die ältesten Relikte, die mit der Kultur der Akato verbunden sind. Sozusagen die finstere Vorzeit ihrer Rasse. Der Gleiter setzte auf einer Plattform auf und entließ seine Passagiere. Zwei Soldaten sicherten die Umgebung und richteten die Läufe ihrer Gewehre mal hier und mal dorthin. Dominic hätte ihnen gern gesagt, dass sie sich entspannen konnten, denn er fühlte nichts, was aufs Gerks hindeutete. Brookes hingegen legte Tempo vor und ging Dominic voraus in einen der Korridore hinein. Die beiden anderen Akato schlossen auf, überholten Brookes und beleuchteten die Räume und Hallen, die sie durchschritten mit ihren Handlampen. Dominic fühlte sich an ein Museum erinnert, denn die Räume waren gefüllt mit Schaukästen und Vitrinen, in denen es viele schöne und ebenso viele schauerliche Artefakte zu bestaunen gab. Brookes betätigte einen Schalter an der Einmündung in einen Korridor, der abwärts führte und sagte, »Haben es noch ein paar Stockwerke hinunter?« Licht flammte in dem Korridor auf. Es war nicht besonders hell, nicht mehr als eine Notbeleuchtung. Hatten die Gothrex die Energieversorgung über all die Jahre aufrechterhalten? Obwohl Dominic nicht viel über diese Ungeheuer wusste, bezweifelte er, dass sie dazu in der Lage waren. Brookes befahl den Akato auf Dominic und ihn zu warten und machte sich auf, in die unteren Regionen des Kadai vorzudringen. Er schien ganz genau zu wissen, wohin er gehen musste, um Dominic mit den erschreckenden Fakten zu konfrontieren, von denen er vorher gesprochen hatte. Nachdem sie einige Etagen durchschritten hatten, blieb er endlich vor einer Vitrine stehen. Der Inhalt ließ Dominic erschauern. Er sah hinauf in die blicklose Fratz eines grinsenden Mumienschädels, der auf ihn herabstarrte. Das Gesicht war tätowiert und in den ledrigen Ohrläppchen glänzten goldene Ringe. Die Leiche trug ein Gewand aus Fell und das, was von ihrer Haut zu sehen war, zeigte ein Muster von Narben etlicher ritueller Verletzungen. Der Körper schwebte über einer ganzen Sammlung von Stein- und Bronzewerkzeugen, darunter auch Waffen, Feuersteinmesser, Pfeil- und Speerspitzen, Schmuck aus Knochen und Elfenbein. Brooks verkündete, das ist Ritzer, Kocher auf Akator, der erste unfreiwillige Gast unserer pferdeköpfigen Freunde. Brooks setzte seine Führung fort, vorbei an weiteren Schaukästen, in denen sich ähnliche Mumien befanden. Dominic schritt mit Entsetzen an der Galerie vorüber und stellte fest, dass sich die Kleidung und die Utensilien der Toten von Vitrine zu Vitrine veränderten. Fell, Wich, Stoffen, grobes Leinen machte Platz für feine Seide. Stein- und Bronzewaffen verschwanden, ersetzt durch eiserne Klingen und Gewehre. Conquistador Carlos de Santa Miguel stellte Brooks eine Leiche vor, die in ihren geballten Fäusten zwei Steinschlusspistolen hielt. Er hat eine spannende Geschichte und hat den Akator alles andere als leicht gemacht, ihn zu fangen. Der Körper des Spaniers war so gut erhalten, als hätte er noch vor einigen Stunden gelebt. Die Augen waren halb geschlossen und sie sahen aus, als befinde sich der Mann in einem Delirium, geplagt von Fieberträumen. Er trug ein rotes, reich verziertes Wams und war ansonsten in kostbaren Samt und glänzender Seide gehüllt. Neben einem Paar Panzerhandschuhe aus poliertem Stahl lag auch ein ansehnliches Sortiment von Messern vor den Spitzen seiner ledernen Kniestiefel. Die makabre Ausstellung ging weiter. Dominic wurde menschenansichtig, die aus dem 19. und 20. Jahrhundert stammten. Soldaten und Zivilisten aller Hautfarben. Aufgereiht wie Schaustücke in einem Kuriositätenkabinett. Okay, Porter, hier wären wir dann am Ende unserer Führung angelangt, verkündete Brooks und deutete auf eine Frau, gekleidet in die Mode des fünften Jahrtausends. Dominic konnte sich daran erinnern, dass eine seiner Lehrerinnen ähnliche Kleidung getragen hatte. Der Anblick der Leiche, die hinter der Scheibe hing, war schauderhaft und trieb Dominic kalten Schweiß auf die Stirn. Er leckte sich über die trockenen Lippen und bemerkte dabei, wie er vor Aufregung keuchte. Er benötigte einige Momente, um wieder zur Ruhe zu kommen. Und ob er wollte oder nicht, bei der Erinnerung an seine Lehrerin musste er beinahe lachen. Eine nervliche Überreaktion. Keine neue Erfahrung, aber immer wieder verstörend. Und here's to you, Mrs. Robinson, intonierte Dominic einen alten Song, während er in das Gesicht der Frau starrte. Jesus loves you more than you will know. Brooks blieb ernst und richtete seine Aufmerksamkeit auf Dominic, als brenne er darauf, dessen Schlussfolgerungen zu erfahren. Okay, Brooks, also die Akato besuchen uns schon seit einigen Jahrtausenden, brachte Dominic hervor, nachdem er sich wieder einigermaßen im Griff hatte. Und sie machen ihre Experimente. Wozu, Brooks, wozu? Für den Kampf gegen die Cayman? Herr Porter, genau so ist es. Dann verstehe ich aber eins nicht. Warum haben sie unseren Planeten nicht gleich ganz besetzt und das schon zur Zeit der Pyramiden? Auf diese Weise hätten sie genügend Exemplare von uns in ihre Laboratorien schaffen können. Brooks versuchte sich an einer Erklärung. Die Erde befand sich noch weit außerhalb des galaktischen Zentrums. Im Grunde genommen ist das ja jetzt auch noch so. Die Akato, die sich damals als Jäger betätigten, waren Freischaffende, ohne Bindung an ein Fürstenhaus. Sie haben ihre Pfründe geheim gehalten. Aber jetzt ist das natürlich vorbei und einige Akato aus den Fürstenhäusern haben übernommen. Ah, schön und gut, aber warum diese Heimlichtuerei, Brooks? Brooks. Dominic fragte sich auch, warum die Akato jetzt nicht dazu übergegangen waren, gleich Millionen von Menschen zu entführen, um sie in ihrem genetischen Programm zu benutzen. Brooks nickte kurz, dann führte er aus. Erstens ist Mistray dagegen. Er hat Ideale. Und zweitens gibt es eine Instanz in Asgerun, die gewisse Regeln aufstellt. Genetische Experimente an vernunftbegabten Kreaturen sind verboten. Dominic sah Brooks an, nickte kurz, bevor er sagte, Die zehn Legaten. Sie legen das fest. Sie haben also schon von ihnen gehört, Porter. Nur Gerüchte. Mistray fühlt sich diesen Legaten verpflichtet und ihren Regeln. Anders als seine Söhne, die damit keine Probleme haben und heimlich ihren Geschäften nachgehen. Glauben Sie, er wird seine Söhne ans Messer liefern? Ich treue ihm das durchaus zu. Julian Mistray ist hart gegen andere, wenn es um Moral und Gerechtigkeit geht. Und dabei auch hart gegen sich selbst. Dominic sah sich um und grübelte eine Weile über die ganze Situation nach, so wie er sie sich aus seinen Beobachtungen zusammenreimte. Sagen Sie Brooks, kann es vielleicht sein, dass der Fürst im Kampf gegen die Cayman mit dem Rücken zur Wand steht? Brooks zeugte keine Regung. Dominic folgerte weiter, Diese Gothrex wären eine gute Waffe, wenn man sie nicht in aller Heimlichkeit produzieren müsste, oder? Auch jetzt noch blieb der Servan wie versteinert. Aber sein Schweigen bedeutete wohl auch, dass Dominic auf der richtigen Fährte war. Er fragte sich, wie viel Rückhalt Julian Mistray bei seinem Volk noch haben würde, wenn er nicht bereit war, neue Wege zu gehen, um den Feind zu besiegen. Wie würden es die Akato auffassen, wenn er sich eher geneigt zeigte, seine Untertanen zu opfern, anstatt die ein oder andere kleinliche Regel zu brechen? Mittlerweile wusste Dominic, dass sich die Denkweise der Pferdeköpfe kaum von der der Menschen unterschied. Insofern segelte Mistray hart am Wind und würde bald den Zorn des Volkes zu spüren bekommen. Dominic wurde klar, warum Brooks nicht offen sprechen und vermeiden wollte, dass die Gardisten davon erfuhren. Es gab ohnehin schon zu viel Unruhe und Unsicherheit. Und was würde passieren, wenn sich der Fürst einfach offen gegen die Zehn Legaten stellt, wollte Dominic wissen. Brooks hob den Zeigefinger wie ein Lehrer. Das tut man nicht, ohne damit den eigenen Untergang zu besiegeln. Die Legaten haben also so etwas wie ein Druckmittel. Ja, und sie haben es bereits eingesetzt. Brooks, sagen Sie bloß, die haben eine Atombombe. Brooks gefiel dieser Scherz nicht und Dominic wurde klar, dass der Servan sich nicht dazu herablassen wollte, ihn über diesen Aspekt in der Verhaltensweise der Zehn Legaten aufzuklären. Schön und gut. Inzwischen hatte Dominic ohnehin schon zu viele dunkle Fakten erhalten, mit denen er sich auseinandersetzen musste, und er beabsichtigte nicht, seinen Verstand auch noch damit zu belasten. Obwohl es ihn brennend interessierte. Er folgerte weiter. Dann geht Hulen Mestre also sehenden Auges in den Untergang. So oder so. Entweder ehrenvoll und ohne die Regeln gebrochen zu haben, oder durch das Urteil der Legaten. Brooks seufzte. Nicht unbedingt. Es gibt auch rechtliche Instanzen, die schon mit den Zehn Legaten vor Gericht gegangen sind. Dominic konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Wie jetzt? Man kann die Götter verklagen? Ich sag es mal so, Porter. Die Zehn Legaten beugen sich auch ihren eigenen Regeln, wenn es sein muss. Ha. Also hat Gott einen Stein geschaffen, den er selbst nicht mehr aufheben kann, ja? Brooks Hope beeindruckt die Augenbrauen. Eine etwas merkwürdige Metapher, Porter. Aber so habe ich das noch gar nicht gesehen. Es trifft den Punkt. Dann kam Brooks wieder auf den vorhergehenden Aspekt ihrer Unterhaltung zurück. Es gibt durchaus Möglichkeiten für genetische Experimente, die man rechtlich untermauern könnte. Ein guter Anwalt könnte das Verhalten Zoraks erfolgreich verteidigen. Dominic war außerstande, seine Ansicht hierüber kundzutun. Er stand noch zu sehr unter dem Einfluss der letzten Erkenntnisse und den Blicken der Toten in ihren Vitrinen. Brooks, ich muss weg aus diesem Leichenhaus. Brooks verstand, nickte, und sie machten sich auf den Rückweg. Er vollzog noch immer weitausholende Schritte, die Energie und Sicherheit verrieten. Dominic hingegen fühlte sich elend und schlapp. Es kostete ihn Mühe, dem Servan zu folgen. Passen Sie auf, Porter. Die Berater des Fürsten beklagen sich über die immensen Kosten des Feldzuges. Das Haus Mistray bewegt sich am Rande des Ruins. Dominic beschlich das Gefühl, dass der Servan bereit wäre, das Vorgehen Mistrays zu billigen, sollte sich dieser entscheiden, das Gothric-Programm seiner Söhne fortzusetzen. Während sie durch die Korridore gingen, eröffnete Brooks einen wahren Rechtfertigungsmonolog. Er endete mit dem Satz, »Die Gothrex sind eine billige und effektive Alternative.« Danach schwieg Brooks, während sie eine Rampe hinaufstiegen, an deren Ende die Akato-Soldaten auf sie warteten. Dominic wurde klar, dass Brooks die Unterstützung der Gardisten brauchte, wenn der Fürst sich von seinen Idealen verabschieden würde. Sie durften nicht anfangen, zu rebellieren oder Probleme zu machen. Denn das konnte dazu führen, dass sich die Akato ihrer menschlichen Soldaten entledigen würden. In Dominic wallte Zorn auf. »Das kann Mistray nicht wollen!« Brooks Antwort war knapp. »Er muss für den Fortbestand seines Hauses sorgen.« »Und deswegen darf er Gothrex erschaffen und damit einen Pakt mit dem Teufel eingehen?« »Na ja, Porter, überlegen Sie mal.« »Warum nicht?« »Das sind ja seine eigenen Teufel.« Dominic hielt an und setzte sich auf den Boden. Ihm wurde beinahe schwarz vor Augen. Brooks blieb stehen und sah auf seinen jungen Begleiter herab. »Tja, jetzt fällt es ihnen wohl schwer, die Fassade zu wahren, nicht wahr?« setzte der Servan nach. Dominic wusste von sich, dass er ein schlechter Schauspieler war und dass es ihm nicht gelingen würde, Zuversicht vor seinen Soldaten auszustrahlen, wenn er selbst keine mehr hatte. Er wagte nicht, darüber nachzudenken, was seine Kameraden tun mochten, wenn sie alle Hoffnung aufgeben mussten. »Sie müssen ihre ethischen Bedenken ablegen, Porter,« mahnte Brooks. »Sie sind im Moment nicht von Belang, verstehen Sie?« Dominic sah ihn nur fassungslos, und brachte kein Wort des Widerspruchs über die Lippen. »Sehen Sie Ihre Verantwortung darin, den Menschen einen Fluchtweg offen zu halten. Die Menschen müssen weiterhin nützlich und interessant für Diakato bleiben. Das ist das Einzige, das zählt.« »Ich verstehe nicht, was Sie meinen.« Dominics Puls raste. Brooks holte tief Luft, bevor er fortfuhr. Auch ihm schienen seine eigenen Gedankengänge nicht zu gefallen, so sehr er sich auch anstrengte, vor Dominic das Gegenteil zu heucheln. Aber er brachte ein Lächeln zustande, wie jemand, der bereit war, den finalen Schlag zu führen und ein letztes Argument ins Feld zu führen. Wieder hob er schulmeisterlich den Zeigefinger. Vielleicht eine Ablenkungsgeste, um seine Skrupel zu verbergen, die Dominic in seiner Stimme zu verspüren, meinte. »Sie müssen zum Pragmatiker werden.« Er ließ seine Hände wieder hinter seinem Rücken verschwinden. Dominic fühlte sich noch schlechter, als Brooks diese Namen erwähnte. Er fragte, »Was wissen Sie über die beiden?« Brooks dachte kurz über die Formulierung nach, die er benutzen wollte. Dann sagte er, »Zu allen Zeiten hat es Menschen gegeben, die mit den Akato-Jägern gemeinsame Sache gemacht haben. Die Akato kennen die Gewohnheiten der Menschen kaum und nutzen das Wissen Einheimischer, um Beute zu machen. Die Geschichte, Porter. Die Geschichte wiederholt sich. Und das über interstellare Abgründe hinweg. Engländer und Amerikaner benutzten Indianer, um Indianer zu fangen. Schwarze, um Schwarze in die Sklaverei zu überführen oder zurückzubringen. »Davis und Skorsky?« »Ja, genau. Die beiden haben für Gorak gearbeitet. Zuraks jüngeren, aber gerisseneren Bruder. Ich bin ihnen einmal begegnet, aber da war ich noch nicht der Servan mit all meinen jetzigen Befugnissen. Juri Berinsky war damals Miss Trace Vertreter. Unwahrscheinlich, dass sie sich an mich erinnern. Aber ich weiß noch, dass sie eines schönen Tages plötzlich verschwunden waren. Das war vor etwa drei Jahren. Man sprach von Verrat und Diebstahl. Und deshalb, Porter, können sie sich sicher vorstellen, dass ich sehr überrascht war, die beiden in ihrem Gefolge wieder zu Gesicht zu bekommen. Dominic wagte kaum, das Wort auszusprechen. »Kopfgeldjäger?« »Na ja, Davis und Skorsky sehen das bestimmt anders. Aber wir haben ja alle gerade Probleme mit unseren Idealen. Darum will ich das den beiden auch nicht übel nehmen. Ich bin weit davon entfernt, ihnen Vorhaltungen zu machen, obwohl ich anfangs überlegt hatte, sie hinzuhängen. Aber das habe ich nicht mehr vor. Viel lieber will ich die Gründe wissen, die sie zu so verzweifelten und gefährlichen Schritten veranlasst haben. Flucht und Rückkehr. Sehr spannend. Porter und Brooks schwiegen sich eine Weile an, bis der Servan erneut das Wort ergriff. »Pragmatismus«, er ließ das Wort einige Sekunden im Raum schweben. »Die Überlebensformel.« »Das Zauberwort unserer wirren und verrückten Tage.« Dominic verstand noch immer nicht, worauf Brooks hinaus wollte. Brooks deutete auf Dominics Brust, wo er die Münze vermutete, die er ständig bei sich trug. Als ich ihr »Ad Regem« sah, »Sie haben es Davies und Skorsky gezeigt, nicht wahr?« »Das war es, was die beiden veranlasst hat, sich ihnen anzuschließen, richtig?« Dominic war über die Schlussfolgerungen des Servan geradezu schockiert. Hirgon, der Dolch, wie man den Servan auch nannte, hatte nichts von seiner Schärfe verloren, wie General Itto irrtümlich zu vermuten wagte, als man Zoraks Truppen auf der Jadira in Gewahrsam nahm. Brooks machte eine weitere Pause, um seinen Argumenten Gewicht zu verleihen, bevor er sagte, »Ich hatte denselben Gedanken wie Davies und Skorsky, als ich es sah. Eine neue Chance. Das ist es, was es bedeutet.« Dominic war anfangs ebenfalls dem Irrtum an Heimgefallenes für eine Chance zu halten. Doch inzwischen war er aller Illusionen beraubt. Womöglich hatte er aber nur den falschen Weg gewählt, hatte sich zu sehr treiben lassen, anstatt geschickt zu agieren und die Möglichkeiten, die Chance zu nutzen, die ihm die Münze des Fürsten in die Hände legte. Jemand mit dem Verstand von Brooks hätte damit weit mehr Gutes tun oder für sich selbst erreichen können. Der Servan war mit seinen Gedanken noch nicht am Ende. »So wie ich das einschätze, werden wir unseren Heimatplaneten verlieren.« Bis dahin müssen wir es schaffen, so viele Menschen wie möglich von dort wegzubringen, Porter. Wenn das geschieht, werden wir wieder über uns hinauswachsen und überleben. Wie immer. Aber das geht nur, wenn Sie kühlen Kopf bewahren und Ihre Skrupel über Bord werfen. Dominic hatte keine Kraft mehr, um in Gedanken ein Argument zu formen, um es dem Mann an den Kopf zu werfen. Es wäre ohnehin nur eine Trotzreaktion gewesen, denn das Entsetzliche war, dass Brooks recht hatte. Es ging nicht darum, sich mit dem eigenen Gewissen wohlzufühlen. Die Weiterexistenz der Menschheit hatte Priorität. Wie konnte Dominic das überhaupt in Frage stellen? Wie kam er dazu, seine moralischen Bedenken als Hindernis vor dieses überwältigende Faktum zu setzen? Als seine Verzweiflung ein Höchstmaß erreichte, wirbelte ein Funke Hoffnung in seine dunklen Gedanken hinein. Bei seinen nächsten Worten achtete er auf jedes Zucken im Gesicht des Servan. Die Leute reden ständig über eine Zuflucht, eine sichere Welt für alle Flüchtlinge. Brooks schien von diesem Gedankenwechsel überrascht. Er wich Dominics Blick für einen Augenblick aus und verriet damit, dass er den Zufluchtsplaneten ebenfalls nicht für ein bloßes Gericht hielt. Sie wissen davon, setzte Dominic nach. Ja. Und? Potter, seine Lage ist nicht bekannt. Das kann man doch herausfinden. Brooks schien mit sich zu kämpfen. Ich halte nicht viel von unsicheren Sachen. Sie wissen mehr darüber, flüsterte Dominic aus Angst. Die Pferdeköpfe am Ende des Korridores könnten ihn hören. Woher, Brooks? Ich habe von einem Mann gehört, der es bis dorthin geschafft haben soll. Der Kerl war mir bekannt. Dominic rappelte sich wieder auf. Wo ist dann das Problem? Wenn er es geschafft hat, dann können wir das auch. Sie hören einfach nicht genau zu, zischte Brooks durch die Zähne. Denken Sie mal nach. Wäre dieser Kerl dort geblieben, wüssten wir nichts davon. Er würde dort leben. Glücklich und zufrieden. Bis zum Ende seiner Tage. Dann, äh, dann, was hat ihn vertrieben? Der Servan knirschte mit den Zähnen, wirkte, als müsse er alle Kraft zusammennehmen, um Dominic keine Ohrfeige zu verpassen. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, Potter, aber Askaroon ist ein Ort der Überraschungen. Die wenigsten davon sind angenehm. Dass es da draußen irgendwo so etwas wie ein Paradies geben könnte, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Und wenn doch, dann hat das Ganze einen Haken. Wie immer. Damit sagte er Dominic nichts Neues. Die meisten Soldaten sprachen von der Zuflucht, aber immer mit einem Unterton von Skepsis und Zweifel. Dennoch teilte Dominic Brooks Bedenken bezüglich der Zuflucht nicht. Er wollte sie nicht teilen. Er brauchte einen Hoffnungsschimmer, egal wie viel dagegen sprach. Egal, was es mit dieser Zufluchtswelt auf sich hatte. Gefahren gab es ohnehin hinter jeder Ecke. Und schließlich hatte Dominic von Brooks ja keine Wahrscheinlichkeitsrechnung angefordert, die ihm verraten sollte, wie die Chancen standen, die nächsten Jahre zu überleben. Alles, wirklich alles war besser, als in einem der Tanks zu landen und zu einem Gothrek zu werden. Schließlich meinte Dominic, Okay, Brooks, ich denke, ich werde meine Skrupel überwinden. Sie haben recht. Wir brauchen mehr Menschen, um das Überleben unserer Rasse zu ermöglichen. Dominic gewann allmählich etwas Hoffnung zurück. Er fügte an Wie Sie richtig bemerkt haben, Brooks, wachsen wir über uns hinaus, wenn es sein muss. Kapitel 9 Brooks war wegen der Unterhaltung, die er mit Porter geführt hatte, aufgewühlt, als er sich eingestehen wollte. Durch sie war ihm erst so richtig bewusst geworden, vor welchen Herausforderungen er stand und dass er womöglich zu viel Zeit verschwendet hatte. Er hätte schon sehr viel früher anfangen müssen, seine Pläne in die Tat umzusetzen. Stattdessen quälte er sich mit ethischen Bedenken, die er, entgegen seinen Beteuerungen, doch nicht so einfach beiseite zu schieben vermochte. Erst im Gespräch mit Porter wurde ihm klar, dass er den Fürsten schleunigst davon überzeugen musste, mehr Menschen von der Erde in die Reihen der Kämpfer aufzunehmen, anstatt dieser Angelegenheit seinen Söhnen zu überlassen. Es galt ebenfalls, den Soldaten eine Hoffnung zu geben, dass ihr zukünftiges Leben nicht ausschließlich aus Kampf bestehen würde, bis sie der Tod in der Schlacht ereilen würde. Tod in der Schlacht oder durch die Intrigen unter den Herrscherhäusern, in die man schneller hineingeraten konnte, als man es für möglich hielt. Es hatte schon oft Unmut unter den Gardisten gegeben. Für Brooks war das nichts Neues. Doch da bisher alles gut gegangen war, hatte er es schlichtweg versäumt, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um einer Revolte zuvor zu kommen. Nicht auszudenken, wenn einer der Gardisten sich zu einer Verzweiflungstat hätte hinreißen lassen. Zurück und Gorak waren hart im Nehmen und stellten ihre Bestrebungen über alles. Aber ein Attentat zu vertuschen wäre auch für sie nicht möglich gewesen. In so einem Fall würde Mestray sofort Maßnahmen ergreifen, die alles nur noch komplizierter machen würden. Bestrafung und Repression waren gängige, aber unzulängliche Mittel. Waren dazu angetan, auch den sanftmütigsten Menschen zu Wahnsinnstaten zu zwingen. Auch jetzt noch bestand die Gefahr, dass Potter versagte und es ihm nicht gelang, den Unmut in seiner Truppe zu beschwichtigen. Brooks hielt es für wichtig, die Dinge zu beschleunigen und Mestray die Notwendigkeit vor Augen zu führen, das Zuchtprogramm seiner Söhne auszuweiten. Das und den Menschen hinsichtlich der Zuflucht reinen Wein einzuschenken. Ein heikler Punkt, denn Mestray hielt nicht viel von den Oponi. Er würde nicht zulassen, dass seine ehemaligen Kämpfer sich in die Obhut dieser Wesen begaben und womöglich Geheimnisse ausplauderten. Mestray empfing den Servan in seinem Quartier und hörte sich dessen Vortrag geduldig an. Ab und an nickte er oder lächelte in sich hinein. Als Brooks aber auf das Zuchtprogramm seiner Söhne zu sprechen kam, verdüsterte sich die Miene des Fürsten. Brooks kannte ihn jedoch inzwischen gut genug, um zu erkennen, dass es nicht alleine die Entrüstung über das Tun seiner Sprösslinge war, die sein Gemüt verdunkelte. Auch die Tatsache, dass ihm kaum Alternativen im Kampf mit den Kämern zur Verfügung standen, spiegelte sich darin wider. Das Gefühl, in einem Dilemma zu stecken und sich hinreißen zu lassen, den einzigen Ausweg zu nehmen. Eine andere Art von Verzweiflungstat, die am Ende mehr Kosten mochte, als Mestray zu zahlen bereit war. »Uns stehen noch genügend Ressourcen zur Verfügung, um unsere Feinde zu besiegen«, behauptete der Fürst, nachdem Brooks seine Ausführungen beendet hatte. Der Sava nahm allen Mut zusammen, um mit einem diffizilen Argument zu widersprechen. »Eure Beliebtheit und euer Rückhalt haben durch den Baratan-Zwischenfall Schaden genommen.« Tatsächlich versteinerte sich Mestrays' Miene. Seine Augen funkelten in unterdrücktem Ärger. Brooks sprach weiter. »Es gab viele Überlebende auf Baratan, wie er sich jetzt herausgestellt hat. Seit eurem Abzug vor 20 Jahren haben sie auf verlorenen Posten gegen die Cayman gekämpft. Das wird sich herumsprechen. In den Jahren gab es immer wieder Gerüchte darüber, dass ihr euch zu früh dafür entschieden habt, Baratan aufzugeben und eine Menge Akato zurückgelassen habt. Ich muss euch doch nicht daran erinnern, dass eure Gegner diese Vorwürfe immer wieder aufgewärmt und gegen euch benutzt haben. In letzter Zeit wurden ihre Stimmen immer lauter. Mestray wusste gewiss gut genug, wie sein Volk über ihn urteilen würde. Selbst unter seinen Soldaten gab es eine deutlich wahrnehmbare Verstimmung, auch wenn General Itto jegliche Unmutsbezeugungen unter Strafe gestellt hatte. Man konnte nicht leugnen, dass das Ansehen des Fürsten angekratzt worden war. Und die Bewunderung für Zurak, dessen Angriff auf Baratan die letzten Überlebenden gerettet hatte, die war gestiegen, auch wenn diese Überlebenden selbst Zurak weniger kümmerten als die Gothrek-Experimente auf der Insel Resgore. Doch das war nicht vielen bekannt, und Zurak wusste seinen Vorteil gut zu nutzen, um sich als Held darzustellen, der den Verzweifelten zur Hilfe gekommen war. Sicher, immerhin hatte Hulan Mestray alles daran gesetzt, die Überlebenden zu evakuieren, und dabei auch zivile Captains samt deren Schiffen eingespannt. Aber der Ruhm fiel dennoch Zurak zu, den man bereits als Held von Baratan bezeichnete. Brooks fuhr fort. Hinzu kommt auch noch, dass sich die Gothrex als wirkungsvolle Waffe erwiesen haben. Sie sind eine Abscheulichkeit, stieß der Fürst so heftig hervor, dass weißer Speichel auf seinen Schreibtisch spritzte. Er wischte sich mit der Hand über den Mund und fuhr hoch. Mestray versuchte seiner Entrüstung Worte zu verleihen, aber es gelang ihm nicht. Mein Fürst, letztlich geht es um das Überleben zweier Rassen. Akato und Menschen stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir sollten die Gothrex als Gelegenheit sehen. Als einen Fingerzeig Ohtrains. Jetzt ist es aber genug. Mestray umrundete den Schreibtisch und stampfte mit ein, zwei weitausholenden Schritten auf den Servern zu, um sich drohend vor ihm aufzubauen. »Ohtrain hat damit nichts zu tun«, polterte der Akato. »Ihr Kerr und alle seine Rukai.« »Mein Fürst, ich wollte eure religiösen Gefühle nicht verletzen«, beeilte sich Brooks zu versichern. »Doch hast du es getan.« Der Fürst wandte sich ab und sah durch das Fenster hinaus auf Baratan, hinter dessen Sichel gerade die Sonne verschwand. Ein letztes Aufflammen, das die Atmosphäre erglühen ließ, dann hüllte sich der Planet in Dunkelheit. Die Sterne traten jetzt deutlicher hervor und auch ein purpurnastellarer Nebel, der bei Tageslicht nicht sichtbar war, strahlte auf. »Wir müssen uns den Tatsachen stellen«, begann Brooks vorsichtig weiter auf Mastrey einzureden. »Die zehn Legaten sind fucked. Man kann nicht mit ihnen verhandeln, Brooks.« Als er das sagte, drehte Mastrey sich nicht zu Brooks um. Der Servern rösperte sich. »Mein Herr, das kann man sehr wohl. Und man hat es schon getan.« Julen Mastrey sah skeptisch aus, als er sich nun doch umdrehte. »Davon wüsste ich.« »Es ist lange her«, gab Brooks zu. »Etwa 400 Jahre. Aber Yuri Berinsky hat mir davon erzählt.« Ihr wisst, er war ein Bücherwurm und hat, nachdem er die Sprache der Akato erlernte, eine Menge Schriften studiert und sich mit Dokumentationen befasst. »Ich weiß nicht mehr genau, wer darin involviert war, aber es ging, wie in den meisten Fällen, um die genaue Definition von Begriffen.« »Rechtliche Interpretationen«, sagte Yui. »Erweiterungen von Spielräumen und so weiter.« Mastrey schien sich dafür zu interessieren, anstatt seiner Gewohnheit zu folgen, den geraden Weg zu gehen, der keine Abzweigungen kannte, die in seinen Augen nur Lügen waren. Dies verriet Brooks, dass sich der Fürst entgegen seiner Behauptung gedanklich bereits mit dem Einsatz der Gothrex befasst hatte. Brooks sprach weiter. »Während Zurags-Unternehmungen habe ich mich genau mit dem ganzen Sachverhalt auseinandergesetzt, bevor ich mich entschloss, damit zu euch zu kommen, mein Fürst. Die Ereignisse haben diese Sache jedoch früher ans Licht gebracht, was es natürlich nicht einfacher macht.« »Kommt zur Sache«, drängte Yulan Mastrey. »Skelks, die eine Komponente des Gothrex-Geschöpfes darstellen, werden vom Gesetz nicht als vernunftbegabte Kreaturen angesehen, mein Fürst.« Brooks ließ diesen Aspekt wirken, sammelte seine Gedanken, um die nachfolgenden Punkte präzise zu formulieren, und fuhr dann fort. »Das Gesetz über genetische Veränderungen bei Lebewesen wird ausschließlich auf denkende Geschöpfe angewandt. Es berücksichtigt die Skelks nicht, die eher zu den Tieren gezählt werden. »Nun, ich bin mir aber sicher, dass die Legaten die Menschen als vernunftbegabte einschätzen.« »Nun, das ehrt mich, mein Herr. Aber soweit ich den technischen Prozess verstanden habe, unterliegt die menschliche Komponente des Gothrex dabei keiner genetischen Modifikation.« »Bist du dir da ganz sicher, Brooks?« »Ja, ziemlich. Nach einem kurzen Moment des Nachdenkens korrigierte sich der Servan.« »Nein, ich bin mir sicher. Das Erbgut des Menschen wird dabei nicht modifiziert.« Mastrey schürzte die Lippen und tippte sich ans Kinn. »Wenn mich die zehn Legaten also anklagen würden, könnte ich ihnen auf juristischer Ebene widersprechen.« »Ja, das wäre möglich, mein Fürst. Es ist sogar sehr einleuchtend, wenn man es durchdenkt und kann gerade deshalb vor Gericht bestehen.« Brooks fragte sich, wie lange Mastrey wohl gebraucht hatte, um sich mit dem Gedanken anzufreunden, die Wunderwaffe seines Sohnes einzusetzen. Die Überlebenden von Baraltan und der Effekt, den sie auf die öffentliche Meinung ausübten, musste seine rasche Abkehr von seinen bisherigen Skrupeln bewirkt haben. Shulon Mastrey grübelte laut vor sich hin. »Ich frage mich nur, wie wir es anstellen sollen, Menschen hierher zu bringen. Entführungen sind keine Sache, die vor dem Gesetz bestund hat. Dessen bin ich mir sicher. Wir sollten ihnen etwas bieten. Ein Zuhause, eine Alternative zur Erde vielleicht.« »Und was können wir ihnen schon bieten außer Krieg und Kampf?« »Na ja, dann sagen wir ihnen genau das. Sie bekommen ein Abenteuer. Nur die Besten werden sich behaupten. Für viele ist das gewiss genug Ansporn, um sich uns anzuschließen.« Mastrey sah skeptisch aus. »Ich muss darüber nachdenken. Ich werde dir Bescheid geben, wenn ich zu einer Entscheidung gelangt bin.« Brooks machte keine Anstalten zu gehen und starrte stattdessen Verlegen auf seine Stiefelspitzen. »Was gibt es denn noch?« Fulenn Mastrey klang, als wäre er mit seiner Geduld am Ende. »Mein Fürst, es wäre ratsam, den Soldaten, die verwundet werden oder nicht mehr kämpfen können, ein besseres Zuhause zu bieten, als dieses Lazarettschiff, das um die Wüstenwelt Porima kreist.« »Wo weiß, dass mein Volk Fremden gegenüber sehr unduldsam ist?« »Ja, Brooks wusste das. Die Akato waren in dieser Hinsicht engstirniger und rückwärtsgewandter als die meisten Völkeraskaroons.« »Wenn man den Akato begreiflich machen könnte, wie wichtig wir Menschen für euch sind und wie viel sie uns verdanken, dann könnte sich das ändern.« Der Fürst hatte Einwände. »Wenn der Frieden gekommen ist, wird den Heldentaten des Krieges kaum noch gedacht.« »Der Frieden bringt seine eigenen Probleme.« »Wenn man erst mal fett geworden ist, kommt einem jeder zusätzliche Fresser am Tisch wie ein Dieb vor.« Der Servan musste ihm Recht geben. Auch die Geschichte der Menschen war voll mit solchen Beispielen. Aber Brooks schwebte etwas anderes vor. Seine Vision bot mehr Aussicht auf Unabhängigkeit, wenn auch zu Beginn in bescheidenerem Maßstab. »Ich denke hierbei an die Dorana.« Mastrake hat sich verdutzt, obwohl Brooks vermutete, dass er ganz genau wusste, worauf er hinaus wollte. »Das Schiff ist eine Fehlkonstruktion.« »Ah, nein, ich denke nicht«, widersprach der Servan und erntete einen missfälligen Blick des Akator. Nach allem, was ich gehört habe, ist es sogar sehr gelungen. Nur die schiere Größe stellt ein Problem dar. Für seine Vision jedoch waren die Ausmaße des Schiffes genau richtig. »Ah, die Dorana liegt doch jetzt seit gut 100 Jahren in dem Raumdok, das man eigens für sie gebaut hat. Die Segmente wurden aus Pantherholz gefertigt, die sich inzwischen zu einem soliden Körper vereint haben müssten.« »Und dieses Schiff soll ich den Menschen also geben?« »Ich denke, es wäre gut für uns, wenn wir eine Art Heimat hätten. Ein Schiff ist ein besseres Symbol als eine Station, die um eine tote Welt kreist. Ein Schiff bedeutet Freiheit.« »Eine Freiheit, die ich euch nicht geben kann. Nicht ohne euch alle zu gefährden«, gribt Mastrake frei heraus zu. »Natürlich war das ein Vorwand. Die Menschen würden sich behaupten. Und das umso besser, wenn sie ein Schiff besitzen würden. Davon abgesehen hatte der Fürst ja auch kein Problem damit, sie auf den Minenwelten allen nur erdenklichen Gefahren auszusetzen. Mastrake sah Brooks an und tippte sich ans Kinn. »Allerdings könnte ich auch eine Akator-Besatzung abstellen, die das Schiff führt.« »Das wäre natürlich noch besser, mein Fürst.« Brooks war die fadenscheinige Antwort offenbar gut über die Lippen gekommen. Jedenfalls machte Mastrake nicht den Eindruck, als würde er seinem Servan misstrauen. Immerhin war der Vorschlag recht verwegen, bot er doch den Menschen die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen und zu verschwinden. Zurück wäre auf einen solchen Vorschlag niemals eingegangen. Kapitel 10 Dominic war auf dem Weg zum Quartier des Servan, als Davies und Skorsky zu ihm stießen. Sie kamen aus einem Seitengang, der in den Hauptkorridor mündete und hatten offensichtlich denselben Weg wie er. Dominic glaubte nicht an eine zufällige Begegnung oder dass die beiden sich mal kurz die Beine vertreten wollten. Brooks musste sie zu sich gerufen haben und das behagte Dominic ganz und gar nicht. »Sieht nach einem Konvent aus«, meinte Skorsky-Lopida, während Davies ein ernstes, missmutiges Gesicht zog. Am Quartier des Servan angekommen, betätigte Dominic den Signalgeber. Sekunden darauf öffnete sich die Tür und die drei Männer traten ein. Den dunklen Raum erhellte nur eine einzige Lampe, die hinter Brooks in der Wand eingelassen war und die einen blassen bläulichen Schimmer verbreitete, der an eine winterliche Dämmerung erinnerte. Davor zeichnete sich die Silhouette des Servan ab, der hinter seinem Schreibtisch saß und offensichtlich alleine war. »Setzen Sie sich«, lud er seine drei Gäste ein, indem er auf drei Sitzkissen vor dem Tisch deutete. Nachdem sie in den weichen Polstern Platz genommen hatten, ließ Brooks noch einige Sekunden verstreichen, bis er das Wort an Davies und Skorsky richtete. »Nur Porter hat noch keine Erfahrungen mit Gorak Mastrey gemacht.« »Aber Sie beide, Sie kennen Zuraks jüngeren Bruder bestimmt sehr gut. Sagen Sie mir ruhig, wenn ich mich irren sollte.« Skorsky rutschte nervös auf seinem Sitz hin und her, doch als er etwas auf Brooks Worte erwidern wollte, kam Davies ihm zuvor. »Gorak Mastrey ist uns bekannt.« »Aja, ich denke, es ist mehr als das, Davies.« Der Servan lehnte sich vor und legte die Hände auf die polierte Tischplatte. »Sie haben ihm Menschen gebracht und sollten noch mehr Menschen zu ihm bringen.« »Die Dinge lassen mich vermuten, dass das, was immer er von ihnen erwartet hat, nicht passiert ist.« Brooks nahm sich ein paar Sekunden Zeit, in denen er Davies und Skorsky genau musterte. »Sie haben sein Vertrauen in vielerlei Hinsicht missbraucht.« Dominic war ganz ohr und beobachtete gespannt, wie die zwei Männer auf die Vorwürfe des Servan reagierten. Davies war der Gefasstere der beiden und zeigte sich nicht beunruhigt. Er nahm Brooks Worte hin und schien weitere Informationen und Beschuldigungen zu erwarten. Fast kam es Dominic vor, als wäre er erleichtert, dass die Sache, von der Brooks sprach, endlich ans Licht gekommen war. Der Servan fuhr fort. »Ich weiß auch, warum Sie wieder hier bei uns sind. Sie erwarten, dass Mastrays Geschenk an Porter für Sie so etwas wie ein Freifahrtsschein ist. Eine Einladung, die direkt in den Palast des Fürsten führt und damit in die Sicherheit, die Ihnen auf der Erde abhandengekommen ist.« Davies verneinte das nicht. »Ihre Überlegungen sind gar nicht mal so falsch, wenn Sie uns eigennützige Motive unterstellen. Aber Sie kratzen dabei nur an der Oberfläche. Ich wünschte, man könnte die Folgen einer altruistischen Erziehung einfacher abstreifen. Aber das ist schwieriger, als man denkt. Darüber hinaus wären wir dumm, wenn wir dieses Geschenk nicht genutzt hätten. Wenn der Überlebenstrieb für Sie ein Ausdruck des reinen Egoismus darstellt, dann sind wir das wohl. Haben Sie uns etwa hierher bestellt, damit Sie uns das sagen können? Oder sollen wir jetzt auf den Knien herumrutschen und um Vergebung bitten? Um Vergebung dafür, dass wir alles daran gesetzt haben, unsere Haut zu retten?« Brooks nahm Davies Worte mit einiger Gelassenheit hin. »Nein, natürlich nicht. Wir retten alle nur unsere Haut. Aber es ist immer die Frage, wie weit wir dabei gehen wollen.« Skorsky lachte. »Ich habe eigentlich keine Lust, mir zusätzliche Ratschläge anzuhören, die ich mir selber auch zurechtlegen kann, wenn ich mich besser fühlen will.« Brooks ignorierte Skorskys Worte. »Ich will Ihnen nur sagen, dass es von meinem guten Willen abhängt, ob Sie Gorek wieder begegnen oder nicht.« »Und weiter. Was wird das hier?« schnautzte Davies. Brooks lehnte sich wieder in seinem Sessel zurück. »Sie waren Menschenjäger.« »Für wie brisant halten Sie diese Information?« Davies' Gelassenheit wankte nun ein wenig. »Das waren wir nie,« versetzte er mit einer gut dosierten Spur von Verärgerung. »Wir haben dem Gesetz gedient und vielen das Leben gerettet. Korak muss seine Handlungen mit seinem Gewissen ausmachen. Nicht wir. Wir sind ausgestiegen.« Brooks nahm Davies' Rechtfertigung hin. »Ich bin bereit, Ihnen zu glauben.« »Immerhin zeugte Ihre Verärgerung, dass Sie sich zumindest einbilden, Ideale zu haben.« Davis atmete hörbar aus. »Was soll das Ganze? Was wollen Sie von uns?« »Dass Sie Ihre Arbeit wieder aufnehmen,« antwortete Brooks gelassen. »Nur unter besseren bzw. anderen Voraussetzungen.« »Und ich bin mir sicher, dass ich bei Ihnen offene Türen einrenne.« Dominic erwartete, dass sich die zwei Männer dagegen sträuben und dem Servan klar machen würden, dass sie nicht bereit waren, für irgendjemanden die Schmutzarbeit zu erledigen. Und auch für Dominic stellte die ganze Sache noch immer eine Herausforderung dar, seit ihn der Servan mit seinem Vorhaben während des Ausfluges in die Gewölbe des Kadae konfrontiert hatte. Irgendetwas in seinem Inneren wünschte sich, dass Davis und Skorsky sich weigerten oder zumindest einen Widerspruch zustande brachten. Aber wie Brooks richtig erkannte, sahen sie in der ganzen Situation ebenso eine Chance für die Menschheit, wie er und der Servan. Dennoch, ein kurzes Aufbegehren, eine kurze moralische Entrüstung hätte den beiden bei Dominics Sympathiepunkte eingebracht. Er hieß sich selbst einen Narren, während er darüber nachdachte. Er fragte sich, obwohl jedem Verschwörer solche Überlegungen durch den Kopf gingen, während er verräterische Pläne schmiedete. Rechtfertigungen, die sein Handeln entschuldigen sollten. Sie würden zahllose, verzweifelte Menschen betrügen und sie am Ende in Monster verwandeln. Diese Verwandlung konnte aber genauso gut den Übergang in eine andere, eine höhere Existenz bedeuten. Mit dieser Entschuldigung hätte Dominic sich wenigstens anfreunden können, wenn nicht so viel Lüge und Täuschung involviert wären. Brooks riss ihn aus seinen Grübeleien. Porter, sind Sie noch bei uns? Dominic hatte die letzten Worte verpasst. Er stammelte. Ich habe gerade, ich bin gerade dabei, Ihre Skrupel wiederzufinden, fragte der Servan. Fast hätte Dominic mit Ja geantwortet. Nein, Brooks, alles gut. Ich meine, wir sind uns zwar einig, aber ich weiß natürlich nicht, wie der Rest der Truppe mit unserer Mission umgehen wird. Brooks nickte kurz. Ja, aber das ist ein Problem, mit dem wir uns befassen werden, wenn es soweit ist. Dominic wusste, dass es bereits zu spät sein würde, wenn man die Sache mit der Truppe diskutierte und dann die verschiedenen Standpunkte aufeinanderprallen würden. Im Grunde genommen standen sie damit vor einem weiteren Problem, das die Einheit der Gardisten gefährdete. Davis richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Servan. Er machte ein irritiertes Gesicht, als er sagte, Warum machen Sie überhaupt ein Problem daraus? Es ist doch immer eine Frage, wie man die Sache verkauft, oder? Brooks hob die Augenbrauen und wartete darauf, dass Davis seine Gedanken erläuterte. Auch Dominic war gespannt, was Davis zu sagen hatte, denn bisher waren dessen Argumente immer gut durchdacht und nur schwer zu entkräften gewesen. Naja, sie gehen ja davon aus, dass jeder es mit Abscheu betrachtet, zu einem Gothrak zu werden. Habe ich recht? Brooks blieb reglos in seinem Sessel sitzen und fixierte Davis mit ernsten Blicken. Nach einer Weile sagte er, Also, ich würde es vorziehen, ein Mensch zu bleiben. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Davis wandte sich für einen Moment Dominic zu und grinste schief. Wie tief bist du in die Materie eingetaucht, Dominic? Ich habe genug gesehen, gab Dominic zurück. Glaube ich dir. Aber wenn man unter Stress steht und noch dazu Angst hat, dann entgehen einem viele Dinge. Brooks legte die Fingerspitzen zu einem Giebel zusammen, über den hinweg er Davis beobachtete. Dominic schien es, dass der Servan gerade einräumte, selbst ein paar wichtige Details übersehen zu haben. Begierig wartete Brooks auf Davis' nächste Worte. Ich hatte Gelegenheit, mit ihren Stubenkameraden zu reden, Porter. Ich konnte mir aus ihren Aussagen ein Bild machen. Demnach benötigt Surak nicht viele Menschen, um seine Geschöpfe zu produzieren. Womöglich nur eine Person aus Hunderten. Ich gehe davon aus, dass unsere Vorgängertruppe ebenfalls aus gut hundert Mann bestand. Davies' Aufmerksamkeit wechselte wieder zu Brooks, der kurz und bestätigend nickte. Davies fuhr fort. In den Tanks, die nach den Worten der Kameraden aus Porters Umfeld in Betrieb waren, befanden sich höchstens zehn oder zwölf Menschen. Gardistin Dormer schien dabei eine besondere Rolle zuzukommen. Interessanterweise schien sie, bevor man sie in das Zuchtprogramm gesteckt hat, ein paar erstaunliche Fähigkeiten zu entwickeln. Fähigkeiten, die ihr wohl einen Sonderposten in Zuraks Projekt verschafften. Angesichts seiner Wortwahl wäre Dominic am liebsten aus der Haut gefahren und Davies an die Gurgel gegangen. Aber er riss sich zusammen und knirschte lediglich mit den Zähnen, während der ehemalige Kopfgeldjäger mit seinen Ausführungen fortfuhr. Die anderen Gardisten, außer der Handvoll Auserwählter, die man mit Dormer einer Sonderbehandlung zuführte, machten auf Porters Kameraden den Eindruck, als stünden sie auf Lager. Ganz so, als wären sie Ersatz, nur für den Fall, dass die Premium-Objekte ausfallen. Jedenfalls gab es da eine Menge von Behältern, die abseits standen und keinem besonderen Zweck dienten. Sie hatten Inhalt, bestehend aus unseren verschollenen Vorgängern. Dominic sat zu Brooks, der Davies Worten gespannt lauschte. Auch wenn es der Servan wohl zu vertuschen suchte, erschien Davies und seine Kombinationsgabe zu bewundern. Ungeduldig bewegte er die Hand, damit Davies weitersprach. Das tat er. Ich gehe davon aus, dass Zurak die übrigen Soldaten in den Tanks verschwinden ließ, um Unruhe zu vermeiden. So konnten sie nicht mit dem Nachschub reden. Mit uns. Brooks nickte. Ja, das war seine Überlegung. Davies nickte daraufhin und sagte, Tja, ein menschlicher Anführer hätte sich vielleicht den Idealismus seiner Soldaten zunutze gemacht. Die religiöse Opferbereitschaft, zu der wir Menschen imstande sind, wenn wir glauben, eine höhere Ebene erreichen zu können. Oder was wir zu leisten imstande sind, wenn wir glauben, einem Gott oder einem Führer zu dienen. Dominic platzte mit einer Schlussfolgerung heraus. Sie wollen eine Religion etablieren? Davies sah Dominic für einen Moment lang an und lächelte knapp. Das wäre zu hoch gegriffen für den Anfang. Eine Religion benötigt Zeit. Wir, wir machen einen ersten Schritt und etablieren zuerst einen Kult. Er ließ etwas Zeit verstreichen, ehe er den Gedanken vollendete. Na ja, nach meinem Wissen gehen Gläubige den Weg zu Ende, wenn man sie erst einmal auf den Pfad der Erleuchtung geführt hat. Sie schreiten dann vorwärts in loderndem Eifer. Davies richtete seine Augen zur Decke und gestikulierte, was seine ganze Verachtung für Menschen zum Ausdruck brachte, die irgendeiner Bewegung oder religiösen Lehre folgten. Sie schreiten vorwärts in absoluter Selbstverleugnung, wohin immer sie ihre vermeintliche Bestimmung zu führen vermag. Dominic wurde zornig. Sie hassen die Menschen! Nein, das tue ich nicht, versetzte Davies scharf. Ich achte jeden, der seinen Verstand nicht leugnet. Für einige Sekunden herrschte Schweigen. Dominic suchte noch eine Erwiderung, aber ihm fiel keiner ein, die über bloßen Trotz hinausging. Brooks versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, dass er von Davies beeindruckt war. Aber irgendwie vermutete Dominic, dass der Servan in seinem Gegenüber einen ebenbürtigen Geist gefunden hatte, dem er seinen Respekt nicht absprechen konnte. Zurück zum Thema. Wie steht es Ihrer Meinung nach mit den Leuten, die ihre Bestimmung nicht darin sehen, zu einem Monster zu werden? Diese Menschen stellen ein Problem dar. Davies schien nicht sonderlich verunsichert. Na ja, wer den Weg nicht bestreiten will, muss das auch nicht. Aber wir werden verlangen, dass jeder das Opfer eines Gläubigen unterstützt. So haben alle ein gutes Gewissen, je nach Veranlagung und Möglichkeiten. Der eine als Märtyrer und der andere eben als ein Unterstützer. Es war nicht zu leugnen. Dieser Plan hatte Hand und Fuß, so perfide er in Dominics Augen auch war. Man konnte den Rekruten von Anfang an reinen Wein einschenken und musste sich keine Gedanken über die Entscheidungen machen, die das Individuum traf. Man gab einfach die Verantwortung ab. Dominic glaubte auch, dass es genügend Menschen geben würde, die bereit waren, sich auf solche Verrücktheiten einzulassen. Gotthricks waren stark und beeindruckend. Es konnte also durchaus sein, dass nicht wenige darin eine Art erstrebenswerte Transformation in etwas Göttliches sahen. In fast allen Kulten zeigten Menschen Bereitschaft, sich zu verstümmeln oder sich selbst zu verleugnen, bis hin zur völligen Selbstaufgabe. So gesehen war das, was sie den künftigen Gardisten offerieren würden, nichts Ungewöhnliches. Für viele mochte es vielleicht sogar ein großartiges Geschenk darstellen. Aber dennoch, Dominic war nicht wohl dabei. Es fühlte sich einfach nicht richtig an. Weder er noch Brooks, Davis oder Skorsky hatten das Recht, die Begründer eines Kultes zu werden. Oder gar die Stifter einer Religion. Die Idee hatte das Zeug dazu, eine Art Glaube zu werden. Eine Religion, die von Beginn an auf Täuschung und Irreführung beruhte. In äußerst unangenehmer Weise fühlte sich Dominic an eine Führerbewegung erinnert, von der er im Geschichtsunterricht gehört hatte. Eine Ideologie, die zuletzt derartige Auswüchse angenommen hatte, dass sie als Sinnbild für das absolute Böse herhalten konnte. Aus ihr war eine Generation von Menschen hervorgegangen, der das eigene Leben nichts mehr galt und das nur noch dann von etwas wert war, wenn sie damit ihrem vermeintlichen Gott dienen konnten. Aber trotz aller Bedenken musste Dominic zugeben, dass dies wahrscheinlich die beste Methode war, um so viele Menschen wie möglich von der Erde zu holen und dadurch zu retten. Ja, er würde mitmachen, in der Hoffnung, damit letztendlich etwas Gutes zu schaffen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020